Terry Pratchett, Dunkle Halunken, aus dem Englischen von Andreas Brandhaust, gelesen von Stefan Kaminski, eine Ostervolt-Audioproduktion, Hörbuch Hamburg Verlag, 2013. 1. Hier begegnen wir unserem Helden, und der Held trifft eine Weise im Sturm und lernt Mr. Charlie kennen, einen als Schreiberling bekannten Herrn. 2. Der Regen strömte so heftig auf London herab, dass er wie tanzende Gischt wirkte. Die einzelnen Tropfen schienen in der Luft um Vorherrschaft zu ringen und darauf zu warten, auf den Boden zu stürzen. 3. Die Abflüsse und Abwasserkanäle waren mehr als nur voll. Sie quollen über und wirkten hoch, was sich darin angesammelt hatte. Schmutz und Schmiere, tote Hunde, Katzen, Ratten und Schlimmeres. 4. Der ganze Unrat, den die Menschen losgeworden zu sein glaubten, kehrte in die Welt zurück. Er drängelte in den Fluten und eilte dem über die Ufer tretenden, immer gastlichen Fluss namens Thamse entgegen, der schäumte und brodelte wie eine grässliche Suppe in einem schrecklichen Kessel. 5. Der Fluss selbst schien wie ein sterbender Fisch nach Luft zu schnappen. Doch die Eingeweihten wussten über den Londoner Regen Bescheid. So sehr er sich auch bemühte, es gelang ihm nie, die stinkende Stadt zu säubern. Er schaffte es höchstens, eine weitere Schicht Dreck freizulegen. 6. Und in dieser schmutzigen Nacht fanden angemessen schmutzige Ereignisse statt, die nicht einmal der Regen fortspülen konnte. 7. Eine von zwei Pferden gezogene elegante Kutsche platschte durch die Straßen und quietschte noch dazu, denn ein Stück Metall saß an der Achse fest und schrie. Es war nicht der einzige Schrei, der von dieser Kutsche ausging. Ein zweiter entrang sich der Kehle eines Menschen, als die Kutschentür aufsprang und eine Gestalt in den Rinnstein taumelte, der sich in dieser Nacht in eine Fontäne verwandelt hatte. 8. Zwei weitere Gestalten sprangen aus der Kutsche und fluchten in einer Sprache, die ebenso bunt war wie die Nacht dunkel und sogar noch schmutziger. 9. Im strömenden Regen, durch den das flackernde Licht eines Blitzes zuckte, versuchte die erste Gestalt zu fliehen, stolperte aber und fiel, und die beiden anderen stürzten sich auf sie. 10. Wieder ertönte ein Schrei, in dem Aufruhr und Lärm kaum zu hören, doch erschien ein seltsames Echo zu bekommen, das aus dem Knirschen von Eisen bestand. 10. Ein naher Gullideckel rutschte zur Seite, und zum Vorschein kam ein dünner, junger Mann, geschwind wie eine Schlange. 11. Lass die junge Frau in Ruhe, rief er. 11. Ein Fluch erklang im Dunkeln, als einer der Angreifer auf den Rücken fiel, weil jemand die Beine unter ihm weggetreten hatte. 12. Der junge Mann war alles andere als ein Schwergewicht, aber er schien überall gleichzeitig zu sein und schlug in alle Richtungen zu, wobei ein Schlagring, immer ein guter Helfer, wenn man allein gegen eine Übermacht antritt, seinen Hieben Nachdruck verlieh. 13. In diesem Fall bestand die Übermacht aus zwei Männern, und sie ergriffen die Flucht. 14. Der junge Bursche blieb ihnen dicht auf den Fersen, und seine Fäuste hämmerten auf die Fliehenden ein. 15. Doch dies war London, und es regnete, und die Männer stürmten durch die Gassen und Seitenstraßen und versuchten, ihre Kutsche wiederzufinden. 15. Die Erscheinung aus der Kanalisation verlor sie schließlich aus den Augen 15. Und kehrte mit der Geschwindigkeit eines Windhunds zu der geplagten, jungen Frau zurück. 16. Er ging neben ihr in die Hocke, und zu seiner großen Überraschung ergriff sie ihn am Kragen und flüsterte mit ausländischem Akzent, »Sie wollen mich zurückbringen. Bitte hilf mir!« Woraufhin der junge Mann sogleich aufsprang und sich argwöhnisch umsah. 16. Ausgerechnet in dieser Gewitternacht geschah es, dass zwei Herren, 16. Die durchaus etwas vom Londoner Schmutz wussten, durch diese Straße gingen bzw. warteten. 17. Sie hatten die Hüte tiefer gezogen, was ihnen bei diesem Regenguss allerdings wenig nutzte, denn das Wasser kam nicht nur von oben, sondern auch von unten, weil es vom Boden hochspritzte. 18. Wieder flackerte ein Blitz, und einer der Herren fragte, »Liegt dort jemand im Merinstein?« 18. Vielleicht hörte der Blitz die Worte, denn er gleiste noch einmal vom Himmel und zeigte den beiden ein Bündel, eine Gestalt, eine Person am Boden. »Güchtiger Himmel, Charlie! Es ist eine junge Frau!«, entfuhr es einem der Herren. »In den Rinnstein geworfen, nehme ich an. Und völlig durchnässt. Komm!« »Hey, was tun Sie da, Mister!« Im Licht eines Papfensters, das kaum mehr als Dunkelheit zeigte, entdeckten der Herr namens Charlie und sein Freund einen Burschen, nicht älter als 17, aber mit der Stimme eines Mannes. Eines Mannes, der offenbar bereit war, es mit ihnen aufzunehmen und auf Leben und Tod zu kämpfen. Zorn schien er im Regen auszudampfen, und er hielt eine Metallstange bereit. »Ich kenne Typen wie euch, jawohl!«, fuhr der junge Bursche fort. »Kommt hierher und jagt Schürzen nach! Macht anständige Mädchen und Frauen zum Gespött! Verflixt, wie verzweifelt ihr doch sein müsst, wenn ihr in einer solchen Nacht unterwegs seid!« Der Mann, der nicht Charlie hieß, richtete sich auf. »Immer langsam, Junge. Ich muss doch sehr bitten. Wir sind ehrbare Gentlemen, die, wie ich hinzufügen möchte, hart arbeiten, um das Schicksal armer junger Frauen und auch von Leuten wie dir, wie mir scheint, zu verbessern.« Der wütende Schrei des Burschen war so laut, dass die Fenster des nahen Papst aufschwangen und rauchiges, orangefarbenes Licht in den Regen fiel. »So nennt ihr das also, ihr elenden alten Widerlinge!« Der junge Mann holte mit seiner behelfsmäßigen Waffe aus, doch der Herr namens Charlie nahm sie ihm ab und warf sie hinter sich. Dann packte er den Burschen am Kragen und hielt ihn fest. »Mr. Mayhew und ich sind anständige Bürger, mein Lieber. Und als solcher halten wir es für unsere Pflicht, diese junge Dame in Sicherheit zu bringen.« Über die Schulter hinweg sagte er, »Es ist nicht weit zu dir, Henry. Glaubst du, deine Frau wäre bereit, eine bedürftige Seele für eine Nacht aufzunehmen? In einer solchen Nacht jagt man keinen Hund vor die Tür.« Henry, der sich über die junge Frau gebeugt hatte, nickte. »Meinst du vielleicht zwei Hunde?« Das hörte der zappelnde Junge gar nicht gern. Mit einer schlangenartigen Bewegung entwand er sich Charlies Griff und schien erneut für einen Kampf bereit zu sein. »Ich bin kein Hund nicht, ihr feinen Pinkel! Und sie ist auch keiner! Wir haben unseren Stolz, haben wir! Ich gehe meinen eigenen Weg, jawohl, ganz koscher, ungelogen!« Der Herr namens Charlie packte das Jüngelchen abermals am Kragen und hob es hoch, bis sich ihre Augen auf gleicher Höhe befanden. »Ich bewundere deine Einstellung, junger Mann, aber nicht deinen Verstand«, sagte er ruhig. »Und wohlgemerkt, dieser jungen Frau geht es schlecht, das erkennst du sicher. Es ist nicht weit bis zum Haus meines Freundes. Und da du dich zu ihrem Verteidiger und Beschützer gemacht hast, ich lade dich ein, mitzukommen und dich zu vergewissern, dass sie die beste Behandlung erfährt, die wir uns leisten können. Hast du gehört? Wie lautet dein Name? Und bevor du ihn nennst, möchte ich dir versichern, dass du nicht die einzige Person bist, die Anteil nimmt, wenn eine Dame in Not gerät, noch dazu in einer so scheußlichen Nacht. »Also, mein Junge, wie heißt du?« Der Bursche musste einen gewissen Ton in Charlies Stimme bemerkt haben, denn er antwortete ohne Zögern. »Ich bin Dodger, manchmal auch Pfiffiger Ganef genannt. Man kennt mich überall in der Stadt.« »Nun gut«, sagte Charlie, »da wir nun deine illustre Bekanntschaft gemacht haben, sollten wir während unserer kleinen Reise zu einer Verständigung gelangen, von Mann zu Mann.« Er richtete sich auf und fuhr fort. »Lass uns dein Haus aufsuchen, Henry. Wir sollten uns beeilen, befürchte ich doch, diese bedauernswerte junge Dame braucht jede erdenkliche Hilfe. Und du, mein Junge, was weißt du über sie?« Er ließ den Burschen los, der daraufhin einige Schritte zurückwich. »Nichts, Meister. Ich habe sie nie zuvor in meinem Leben gesehen. Das ist die reine Wahrheit. Und ich kenne hier sonst alle. Eine weitere Ausreißerin. Passiert dauernd. Ich denke nicht gern darüber nach. Soll ich etwa glauben, Mr. Dodger, dass du dieser jungen Dame wie der wahre Kavalier zu Hilfe geeilt bist, obwohl du sie gar nicht kennst?« Dodger wirkte plötzlich sehr wachsam. »Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Welche Rolle spielt's für euch? Und wer ist überhaupt dieser Kavalier?« Charlie und Henry trugen die junge Frau in ihren Armen. Als sie losgingen, sagte Charlie über die Schulter hinweg, »Hast du nicht verstanden, was ich gerade gesagt habe, Dodger?« »Mit Kavalier ist ein Mann mit vorbildlichen Manieren Damen gegenüber gemeint.« »Schon gut. Folge uns wie der klatschnasse, edle Ritter, der du bist, und du wirst sehen, dass die Holde Maid eine gute Behandlung erwartet. Bei der Gelegenheit bekommst du auch eine ordentliche Mahlzeit. Und mal sehen.« »Münzen klimperten in der Dunkelheit.« »Ja, zwei Schillings. Und wenn du mitkommst, verbesserst du deine Aussichten auf den Himmel, womit ich einen Ort meine, über den du vermutlich nicht allzu häufig nachdenkst, wenn ich das richtig sehe. Verstanden? Sind wir uns einig? Gut. 20 Minuten später saß Dodger in der Küche des Hauses am Feuer. Es war kein allzu prächtiges Gebäude, aber doch viel prächtiger als die meisten Häuser, denen er einen rechtmäßigen Besuch abgestattet hatte. Weitaus prächtigere Häuser kannte er von unerlaubten Besuchen her, doch die waren nie von langer Dauer gewesen. In manchen Fällen hatte er sie in beträchtlicher Hast verlassen. Ehrlich, die Anzahl der Hunde, die die Leute heutzutage hatten, war ein verdammter Skandal, und sie hetzten sie ohne jede Vorwarnung auf ungebetene Gäste. Aus diesem Grund war er immer recht flink gewesen. Aber hier? Oh, hier gab es Fleisch und Kartoffeln, außerdem noch Möhren, aber leider kein Bier. Er hatte ein Glas warme Milch vorgesetzt bekommen, fast frisch obendrein. Mrs. Quigley, die Köchin, ließ ihn nicht aus den Augen und hatte bereits das Besteck weggeräumt. Doch abgesehen davon schien es eine annehmbare Bude zu sein, obwohl es ein bisschen Gemurre von der Alten des Mr. Henry gegeben hatte, weil er ihr praktisch mitten in der Nacht Straßenstreuner ins Haus brachte. Dodger schenkte allem, was er sah und hörte, große forensische Aufmerksamkeit und gewann den Eindruck, dass die Angetraute des besagten Henry nicht zum ersten Mal Grund zu derartiger Klage bekam. Sie klang wie eine Person, die die Faxen so richtig dicke hatte, sich aber nichts daraus zu machen versuchte. Wie auch immer, Dodger hatte seine Mahlzeit bekommen, was wichtig war, Ehefrau und Sofe waren mit der jungen Dame fortgeeilt und jetzt stieg jemand die Treppe zur Küche herunter. Es war Charlie und Charlie beunruhigte Dodger. Henry schien einer jener Gutmenschen zu sein, die sich schuldig fühlten, weil sie Geld und Essen im Überfluss hatten, während es anderen Leuten an beidem mangelte. Dodger kannte diese Leute. Ihm persönlich machte es nichts aus, Geld zu haben, während andere Leute keins hatten. Aber wenn man ein Leben wie er führte, zahlte es sich aus, großzügig zu sein, sofern man bei Kasse war. Man brauchte Freunde. Freunde sagten zum Beispiel, Dodger? Hab nie von ihm gehört, Meister. Hab ihn nie gesehen. Bestimmt meinst du einen anderen Typen. In der Stadt musste man sich irgendwie durchschlagen. Man musste wachsam und stets auf Draht sein, immer zu, wenn man überleben wollte. Er blieb am Leben, weil er Dodger war. Schlau und schnell. Er kannte alle und alle kannten ihn. Niemand hatte ihn jemals vor den Kadhi gebracht. Er war schneller als der schnellste Bowstreet-Runner und er lief selbst den Peelern davon, die die Runner von der Bowstreet abgelöst hatten, nachdem man ihnen auf die Schliche gekommen war. Wenn die Polizisten jemanden verhaften wollten, mussten sie ihn erst einmal ergreifen. Und das war ihnen bei Dodger noch nie gelungen. Nein, Henry stellte kein Problem dar. Aber Charlie, oh, Charlie schien ein Mann zu sein, der, wenn er jemanden ansah, tief in ihn hineinblickte. Charlie, so dachte sich Dodger, konnte ein gefährlicher Typ sein. Ein Gentleman, der die Besonderheiten der Welt kannte und hinter den weichen Vorhang schöner Worte schaute, dorthin, wo die Gedanken flüsterten. Und das war tatsächlich sehr gefährlich. Hier war er nun, dieser Mann. Er kam die Treppe herunter und das Geklimper von Münzen begleitete ihn. Charlie nickte der Köchin zu, die gerade aufräumte, und setzte sich auf die Bank neben Dodger, der ein wenig beiseite rücken musste, um Platz zu machen. Also, Dodger, nicht wahr? sagte er. Du erfährst sicher mit Freude, dass es der jungen Dame, der du geholfen hast, nach der ärztlichen Behandlung besser geht. Leider lässt sich das von ihrem ungeborenen Kind nicht behaupten, das den schrecklichen Ereignissen zum Opfer gefallen ist. Kind. Das Wort traf Dodger wie ein Totschläger und im Gegensatz zu einem Totschläger verschwand es nicht, sondern blieb. Ein Kind. Für den Rest des Gesprächs hing das Wort am Rand seines Blickfelds und ließ ihm keine Ruhe. Laut sagte er. Davon wusste ich nichts. Oh, ich bin sicher, dass du nichts davon wusstest, erwiderte Charlie. Im Dunkeln war es nur ein weiteres schreckliches Verbrechen und sicher nur eins von vielen in dieser Nacht. Das weißt du ebenso gut wie ich, Dodger. Doch dieses Verbrechen war so dreist unmittelbar vor mir stattzufinden. Und deshalb möchte ich ein bisschen Polizeiarbeit leisten, allerdings ohne die Polizei, die in diesem Fall, so fürchte ich, kaum von großer Hilfe wäre. An Charlies Gesicht ließ sich nichts ablesen und das war erstaunlich, denn Dodger verstand sich gut darauf, in Gesichtern Hinweise zu erkennen. Ernst fuhr der Mann fort, ich frage mich, ob die beiden Gentlemen, denen du begegnet bist, der jungen Dame wegen des Kinds zusetzten. Vielleicht finden wir es nie heraus, vielleicht doch. Und dort war es. Das Wörtchen doch. Wie ein Messer, das Schnitt und Schnitt bis es auf Erleuchtung traf. Charlies Gesicht blieb völlig ausdruckslos. Ich frage mich, ob andere Gentlemen unter Umständen davon wussten. Und deshalb, mein junger Herr, sind hier zwei Schillings für dich und noch einer mehr, wenn du mir einige Fragen beantwortest. Ich gedenke nämlich dieser seltsamen Angelegenheit, auf den Grund zu gehen. Zu gehen. Dodger betrachtete die Münzen. Um welche Fragen handelt es sich? Er lebte in einer Welt, in der niemand Fragen stellte, abgesehen von den Fragen wie viel und was ist für mich drin. Und er wusste, er wusste es wirklich, dass Charlie es ebenfalls wusste. Kannst du lesen und schreiben, Dodger? fuhr Charlie fort. Dodger neigte den Kopf zur Seite. Ist das eine Frage, für die ich einen Schilling bekomme? Nein, schnauzte Charlie. Ich lasse einen Viertel Penny für diese kleine Auskunft springen, mehr nicht. Hier ist er. Wo ist die Antwort? Ich bin Dodger schnappte sich die Münze. Ich kann Bier, Gin und Ale lesen. Ist doch sinnlos, sich den Kopf mit Kram vollzustopfen, den man gar nicht braucht, finde ich. Lag da die Andeutung eines Lächelns auf den Lippen des Mannes? Fragte er sich. Offenbar bist du ein Akademiker, Mr. Dodger. Vielleicht sollte ich dir sagen, dass die junge Dame nun, jemand ist nicht besonders sanft mit ihr umgegangen. Er lächelte nicht mehr. Und Dodger geriet plötzlich in Panik und rief, Ich nicht. Ich hab ihr nie nichts getan. Es ist die reine Wahrheit. Ich bin vielleicht kein Engel, aber das heißt noch lange nicht, dass ich ein Schurke bin. Charlies Hand packte Dodger, als er aufstehen wollte. Du hast ihr nie nichts getan? Du hast nie nichts getan, Dodger? Wenn du niemals nichts getan hast, hast du die ganze Zeit über irgendetwas getan. Und bitte sehr, das ist ein Geständnis, unüberhörbar aus deinem Mund. Ich bin ziemlich sicher, dass du nie zur Schule gegangen bist, Mr. Dodger. Dafür scheinst du mir zu schlau zu sein. Aber wenn du zur Schule gegangen wärst und dort Sätze wie Ich habe nie nichts getan gesagt hättest, dann hätte dir dein Lehrer vermutlich das Fell über die Ohren gezogen. Also hör mir gut zu, Dodger. Ich glaube dir, dass du der jungen Dame nichts angetan hast. Und ich habe mindestens einen guten Grund, um davon überzeugt zu sein. Vielleicht hast du nicht bemerkt, dass sie an einem Finger einen der größten kunstvoll verzierten Goldringe trägt, die ich je gesehen habe, einen Ring, der etwas zu bedeuten hat. Und wenn so wie du vorhin meine Brieftasche gestohlen hast. Dodger blickte in die Augen des Mannes. Oh, dies war ein übler Typ, dem man besser nicht quer kam, kein Zweifel. Ich, Sir? Nein, Sir, sagte er. Hab sie herumliegen sehen, und natürlich wollte ich sie ihnen zurückgeben, Sir. Ich darf dir versichern, dass ich dir jedes deiner Worte glaube, Dodger. Obwohl ich eingestehen muss, dass ich deine Fähigkeit bewundere, in der Dunkelheit nicht nur die Form einer Brieftasche zu erkennen, sondern auch sofort zu wissen, dass sie mir gehört. Wirklich? Ich bin höchst erstaunt, sagte Charlie. Beruhige dich. Ich wollte dir nur klar machen, wie ernst die Sache ist. Mit den Worten ich habe nie nichts getan, hast du allen deinen Aussagen eine negative Bedeutung verliehen, und zwar auf recht nachhaltige Weise, verstehst du? Mr. Mayhew und ich, wir sind dir im großen und ganzen unannehmbaren Situation in weiten Teilen dieser Stadt gewahr, was übrigens bedeutet, dass wir über Missstände Bescheid wissen und uns bemühen, sie der Öffentlichkeit zur Kenntnis zu bringen, zumindest jenen Vertretern der Öffentlichkeit, die davon Kenntnis erhalten möchten. Da dir etwas an der jungen Dame zu liegen scheint, könntest du vielleicht herumfragen oder dich zumindest hier und da umhören. Möglicherweise erfährst du auf diese Weise, woher sie kommt und was sie nach London verschlagen hat. Jeder Hinweis wäre nützlich. Sie wurde heftig geschlagen und damit meine ich nicht die eine oder andere Backpfeife. Ich spreche vielmehr von Leder und Fäusten. Von Fäusten. Nach den vielen Blutergüssen zu urteilen, haben die Fäuste immer und immer wieder auf sie eingedroschen, mein junger Freund. Und das war noch nicht alles. Gewisse Leute, und damit meine ich natürlich nicht dich, sind der Ansicht, dass wir uns an die Polizei wenden sollten. Und sie vertreten diese Meinung, weil sie keine Ahnung von Londons Realitäten für die unteren Schichten haben. Keine Ahnung von den Slums, dem Dreck und Dodger hatte den Finger gehoben und als Charlie ihm seine volle Aufmerksamkeit schenkte, sagte er, gut, in manchen Straßen kann es wirklich ein bisschen schmutzig sein, einige tote Hunde und vielleicht auch die Leiche einer alten Frau, aber nun ja, das ist der Lauf der Welt, nicht wahr? So wie es in der Bibel heißt, dass man auf dem Bauch kriechen und Dreck fressen so viel steht fest, sagte Charlie, aber da wir schon mal dabei sind, kannst du mir für deine beiden Schillings und noch einen Schilling ein weiteres Zitat aus der Bibel nennen? Das bereitete Dodger gewisse Mühe. Er starrte den Mann an und brachte schließlich hervor, Auge um Zahn, ja, so heißt es in der Bibel. Und wo bleibt der Schilling? Charlie lachte. Auge um Zahn? Ich wette, du bist in deinem ganzen Leben nie in der Kirche oder in einer Kapelle gewesen, junger Mann. Du kannst nicht lesen, du kannst nicht schreiben, gütiger Himmel, kannst du mir wenigstens den Namen eines Apostels nennen. Deinem Gesichtsausdruck entnehme ich, dass du leider nicht dazu im Stande bist. Dennoch hast du nicht gezögert, der jungen Dame zu Hilfe zu allen, die mich und Mr. Mayhew übernimmst. Tagsüber findest du mich beim Morning Chronicle. Such nicht anderswo nach mir. Hier ist meine Karte, falls du sie brauchst. Mr. Dickens, das bin ich. Erreichte Dodger ein rechteckiges Stück Pappe. Ja. Hast du eine Frage? Dodger wirkte unsicherer als zuvor. Kann ich die junge Dame sehen, Sir? Eigentlich habe ich noch gar keinen richtigen Blick auf sie geworfen. Ich habe sie nur wegrennen sehen und dachte, dass ihr feinen Herrn zu ihr gehört. Ich muss wissen, wie sie aussieht, wenn ich mich umhören und nach ihr fragen soll. Und eins sage ich Ihnen, Sir, Fragen zu stellen kann in dieser Stadt sehr gefährlich sein. Charlie runzelte die Stirn. Derzeit ist die Dame vor allem schwarz und blau, Dodger. Er dachte kurz und fuhr dann fort. Aber deine Worte haben durchaus etwas für sich. Dieses Haus ist durch die jüngsten Ereignisse völlig durcheinander geraten, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Mrs. Mayhew bringt die Kinder wieder ins Bett und die junge Dame ist vorerst im Dienstmädchenzimmer untergebracht. Wenn du dort hineingehst, sollten deine Stiefel sauber sein und deine flinken Finger. Ich meine die Finger, die sich bestens darauf verstehen, die Wertgegenstände anderer Leute zu finden, während du keine Ahnung hast, wie sie dahin gekommen sind. Charlie legte eine kurze Pause ein. Versuch so etwas nie. Ich wiederhole, nie im Haus von Mr. Henry Mayhew. Ich bin kein Dieb, protestierte Dodger. Womit du meinst, dass du nicht nur ein Dieb bist, mein Lieber. Derzeit finde ich mich mit deiner Geschichte über meine Brieftasche ab. Derzeit, betone ich. Die dünne Brechstange, die du bei dir trägst, dient vermutlich dazu, Gullideckel anzuheben, woraus ich schließe, dass du ein Toscher bist, ein Dreckwühler, wie man solche Leute auch nennt. Ein abwechslungsreicher Beruf, aber nicht für jemanden, der sich ein langes Leben erhofft. Und so frage ich mich, wie du überlebst, Dodger, und bin entschlossen, eines Tages eine Antwort auf diese Frage zu finden. Bitte spiel mir gegenüber nicht den Unschuldigen. Dafür kenne ich die dunklen Seiten dieser Stadt zu gut. Zwar rang Dodger nach Luft und empörte sich darüber, dass Charlie über ihn sprach, als sei er ein gewöhnlicher Krimineller, aber er war auch beeindruckt. Nie zuvor hatte er einen noblen alten Gießer gehört, der mich laust der Affe sagte. Das bestätigte seine Einschätzung, wonach Mr. Dickens ein gewiefter Typ war und einem hart arbeitenden Burschen jede Menge Scheußlichkeit bescheren konnte. Vor noblen alten Knackern wie ihm musste man sich in Acht nehmen, sonst fanden sie vielleicht jemanden, der einem die Zähne mit einer Zange bearbeitete, so wie es dem Abdecker Wally widerfahren war, den man wegen eines lumpigen Schillings übel zugerichtet hatte. Deshalb blieb Dodger artig und brav, als man ihn durchs dunkle Haus nach oben in ein kleines Schlafzimmer führte, das durch die Anwesenheit des Doktors, der sich gerade in einer winzigen Schüssel die Hände wusch, noch kleiner wirkte. Der Mann maß Dodger mit beiläufigem Blick, in dem Dodger hatte, wie zu Recht von Charlie angenommen, keine richtige Schulbildung genossen. Stattdessen hatte sein ganzes bisheriges Leben aus Lernen bestanden, was sich als überraschend anders erwies, und er konnte in einem Gesicht deutlicher lesen als in einer Zeitung. Im Gegensatz zu seiner Behauptung Charlie gegenüber, konnte Dodger sehr wohl lesen. Er hatte es vom Uhrmacher Solomon gelernt, bei dem er wohnte, und die Zeitung war der Jewish Chronicle, aber es war immer besser, den Leuten nicht mehr zu sagen, als sie unbedingt wissen mussten. Der Doktor sagte zu Charlie, eine üble Sache, Sir, eine sehr üble Sache. Ich habe mein Möglichstes getan, und die Nähte sind mir sehr gut gelungen, wenn ich das sagen darf. Im Grunde ist sie eine recht robuste junge Frau, und das war auch nötig, wie sich herausstellte. Jetzt braucht sie vor allem gute Pflege und den Besten aller Ärzte Zeit. Und natürlich die Gnade Gottes, der von allen am wenigsten dafür verlangt, sagte Charlie und drückte dem Mann einige Münzen in die Hand. Als der Doktor zur Tür ging, fügte Charlie hinzu, selbstverständlich werden wir dafür sorgen, dass die junge Dame zumindest zu essen und zu trinken bekommt. Danke, dass wir sich um sie gekümmert haben und gute Nacht. Der Arzt warf Dodger einen weiteren finsteren Blick zu und eilte die Treppe hinunter. Ja, wenn man auf der Straße lebte, musste man wissen, wie man ein Gesicht las, kein Zweifel. Inzwischen hatte Dodger Charlies Gesicht zweimal gelesen und wusste daher, dass Charlie den Doktor nicht sonderlich mochte, vielleicht ebenso wenig, wie gutem Essen und Wasser mehr vertraute als Gott. Einer Person, die Dodger nur vom Hören sagen kannte und über die er fast nichts wusste. Mit der Ausnahme vielleicht, dass Gott viel mit reichen Leuten zu tun hatte, das klammerte praktisch alle Menschen aus, die Dodger kannte, abgesehen von Solomon, der oft mit Gott verhandelt hatte und ihm gelegentlich einen Rat erteilte. Als die Leibesfülle des Doktors nicht mehr übermäßig viel Platz in dem kleinen Zimmer beanspruchte, konnte Dodger die junge Frau besser sehen. Er schätzte ihr Alter auf nicht mehr als 16 oder 17, obwohl sie älter aussah, was bei Zusammengeschlagenen immer der Fall war. Sie atmete langsam und er sah einen Teil ihres Haars, das ihm wie Gold erschien. Spontan sagte er, nichts für ungut, Mr. Charlie, aber hätten sie was dagegen, wenn ich bis morgen früh über die Dame wache? Natürlich rühre ich sie in keiner Weise an und ich habe sie wirklich noch nie gesehen, ich schwör's. Ich weiß nicht warum, aber ich würde gern ein wenig auf sie aufpassen. Die Haushälterin kam herein und der Blick, mit dem sie Dodger maß, bestand aus reinem Hass. Der zweite Blick, der Charlie galt, war glücklicherweise freundlicher. Sie hatte fast so etwas wie einen Schnurrbart und darunter brummte es, ich will nicht vorlaut sein, Sir, ich habe nichts dagegen, sozusagen eine weitere Weide des Sturms im Haus zu haben, aber für dieses Schmuddelkind übernehme ich keine Verantwortung, wenn sie gestatten. Ich hoffe, mir macht niemand Vorhaltungen, wenn er sie heute Nacht alle in ihren Betten ermordet, womit ich natürlich niemandem zu nahe treten möchte. An solche Leute war Dodger gewöhnt. Leute wie diese dumme Frau hielten jedes Straßenkind für einen Dieb, der einem innerhalb eines Sekundenbruchteils die Schnürsenkel aus den Stiefeln stahl und sie einem dann zum Kauf anbot. Er seufzte innerlich. Natürlich traf das auf die meisten von ihnen zu, auf fast alle, um ganz ehrlich zu sein. Aber das war noch lange kein Grund für solche pauschalen Anschuldigungen. Dodger war kein Dieb, ganz und gar nicht. Er war, nun, er verstand sich gut darauf, Dinge zu finden. Immerhin fiel manchmal etwas von Karren und Kutschen, oder? Er hatte nie die Hand in eine fremde Hosentasche gesteckt, abgesehen vielleicht von zwei oder drei Gelegenheiten, bei denen die Taschen so weit aufklafften, Stelle gewesen, um es aufzufangen, bevor es zu Boden fallen konnte. Von Stehlen konnte keine Rede sein. Nein, er half, die Straße sauber zu halten, und außerdem passierte es nur, wie oft, ein- oder zweimal die Woche. Es war eine Form der Reinlichkeit. Doch gewisse kurzsichtige Menschen mochten dennoch auf den Gedanken verfallen, einen dafür zu hängen, aufgrund eines Missverständnisses. Aber sie bekamen nie Gelegenheit, Dodger misszuverstehen, oh nein, denn er war schnell und mit allen Wassern gewaschen und bestimmt viel gerissener als die dumme alte Frau, die die Worte durcheinander gebracht hatte. Überhaupt, was war eine Weide des Sturms? Wie brachte man sie ins Haus? Und welche Tiere grasten darauf? Das war doch bescheuert. Aber vielleicht wurde man bescheuert, wenn man in einem solchen Haus arbeitete. Was Dodger betraf, er mied die sogenannte Arbeit. Ganz anders sah es natürlich mit dem Toschen aus. Oh, wie sehr er das liebte. Das Toschen war keine Arbeit, sondern ein Lebensstil, oder mehr noch, das Leben selbst. Hätte er nicht diesen dämlichen kleinen Fehler begangen, wäre er jetzt in der Kanalisation, um dort das Ende des Gewitters abzuwarten. Nach einem solchen Regenguss öffnete sich eine ganze Welt von Möglichkeiten. Er war gern dort unten unterwegs. Aber im Augenblick lag Charlies Hand fest auf seiner Schulter. Höre dies, mein Freund. Diese Frau hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Wenn du hier Genghis Kahn spielst und ich davon erfahre, setze ich gewisse mir bekannte Leute auf dich an. Verstanden? Und ich werde eine Waffe schwingen, die sich Genghis Kahn nie erträumt hätte, und sie wird genau auf dich zielen, mein Freund. Nun muss ich diese arme junge Dame deiner Obhut und dich der Aufsicht von Mrs. Scharpels überlassen, von deren Wort dein Leben abhängt. Charlie lächelte und fuhr fort. Weide des Sturms. Nicht schlecht. Das werde ich mir notieren. Zur Überraschung von Dodger und wahrscheinlich auch von Mrs. Scharpels holte Charlie ein sehr kleines Notizbuch hervor und kritzelte etwas mit einem sehr kurzen Stift hinein. In den Augen der Haushälterin glänzte freudige Bußhaftigkeit, als sie Dodger ansah. Sie können mir vertrauen, Sir, jawohl, das können Sie. Wenn dieser Bursche irgendwelche Mätzchen macht, bringe ich ihn sofort aus dem Haus und zur Polizei. Dann schrie sie und wies nach unten. Er hat ihr schon was gestohlen, Sir, sehen Sie Es folgte ein recht angespannter Augenblick. Ah, Mrs. Sharples, haben in der Tat die Augen von, wie soll ich sagen, Argos Panoptes, sagte Charlie glatt. Zufälligerweise habe ich bereits gesehen, was der junge Mann gerade aufheben wollte. Es liegt schon seit einer ganzen Weile neben dem Bett. Die junge Dame hat es zuvor in der Hand gehalten. Mr. Dodger wollte sicher nur dafür Dodger hatte einen ziemlichen Schreck bekommen, hob den Gegenstand auf und reichte ihn dem Mann. Es handelte sich um ein billiges Kartenspiel und da er Charlies Blick spürte, verzichtete er darauf, es sich genauer anzusehen. Charlie ging Dodger ziemlich auf den Geist und jetzt sagte er ein Kartenspiel für Kinder, Mrs. Sharples, feucht und recht juvenil für eine junge Dame ihres Alters, ein Quartett, glückliche Familie genannt. Ich habe davon gehört. Er drehte das Kartenspiel hin und her und sagte, dies ist ein Rätsel, meine liebe Mrs. Sharples. Ich möchte es in die Hände von jemandem legen, der Himmel und Erde in Bewegung setzt, um das Geheimnis am Schwanz zu packen und ans Licht zu ziehen. Damit meine ich Mr. Dodger. Er gab das Kartenspiel dem erstaunten Dodger zurück und fügte munter hinzu, wage mich nicht zu hintergehen, Dotter. Glaub mir, ich kenne dich in und auswendig und was ich gerade gesagt habe, meine ich ernst. So, und jetzt muss ich gehen. Es ist spät genug. Dodger glaubte, dass Charlie ihm zuzwinkerte, bevor er das Zimmer verließ. Die Nacht verging schnell, weil schon ein großer Teil von ihr ins Gestern geschlüpft war. Dodger saß auf dem Boden, lauschte dem langsamen Atmen der jungen Frau und dem Schnarchen von Mrs. Sharples, die es schaffte, beim Schlafen ein Auge offen zu halten. Der Blick dieses einen Auges blieb die ganze Zeit auf Dodger gerichtet, wie eine Kompassnadel, die immerzu nach Norden zeigt. Warum hatte er sich das angetan? Warum fror er hier auf dem Boden? Er hätte doch auch gemütlich an Solomons warmem Ofen liegen können, einer wunderbaren Vorrichtung, mit der sich auch Gold einschmelzen ließ, wenn genug davon vorhanden war. Die Unbekannte war trotz ihrer Verletzungen schön, und er beobachtete sie, während er die feuchten, schmuddeligen und albernen Karten in seinen Händen hin und her drehte. Er betrachtete das Gesicht, das nur aus Blutergüssen zu bestehen schien. Die Mistkerle hatten sie nach Strich und Faden verprügelt, sie als Boxsack benutzt. Sie hatten Dodgers Brechstange zu spüren bekommen, aber das genügte nicht, nein, bei Gott, das war bei weitem nicht genug. Er würde sie finden, jawohl, und Windel weich schlagen. Dodger erwachte am Boden, in einer Düsternis, die nur von schwach flackerndem Kerzenlicht erhellt wurde. Er wusste nicht, wo er war, bis er seine Umgebung erkannte, zu der auch Mrs. Sharples in ihrem Sessel gehörte. Sie schnarchte noch immer wie ein Mann, der ein Schwein durchzusägen versucht. Aber viel wichtiger war eine leise, zitternde Stimme, die sagte, kann ich vielleicht ein bisschen Wasser haben? Die Bitte versetzte Dodger kurz in Panik, doch dann entdeckte er den Wasserkrug neben der kleinen Schüssel und füllte ein Glas. Die junge Frau nahm es sehr vorsichtig entgegen, trank und bedeutete ihm, es noch einmal zu füllen. Dodger blickte zu Mrs. Sharples hinüber, schenkte das Glas erneut voll, reichte es der Unbekannten und flüsterte, Bitte nenn mir deinen Namen. Die junge Frau sprach nicht, sondern krächzte eher, aber es war ein damenhaftes Krächzen, wie man es vielleicht von einer Froschprinzessin erwarten durfte und sie sagte, es ist besser, wenn ich meinen Namen nicht verrate, aber du bist sehr freundlich. Dodger stand förmlich in Flammen. Warum haben dich die Kerle zusammengeschlagen? Kannst du mir wenigstens ihren Namen nennen? Die traurige Stimme erhob sich erneut. Nein, lieber nichts. Darf ich dann deine Hand halten in dieser kalten Nacht? Das war angeblich eine christliche Geste, so hatte er jedenfalls gehört. Dennoch erstaunte es ihn ein wenig, als ihm die junge Frau tatsächlich die Hand darbot. Er ergriff sie, betrachtete mit großer Aufmerksamkeit den Ring an ihrem Finger. Das ist ein Haufen Gold, dachte er, und es zeigte ein Wappen. Mit einem Wappen konnte man schnell in Schwierigkeiten geraten. Auf dem Wappen waren Adler zu sehen und hinzu kamen einige ausländische Worte. Ein Ring, der etwas bedeutete, hatte Charlie gesagt. Ein Ring, den jemand bestimmt nicht verlieren wollte. Und die Adler wirkten irgendwie böse. Die junge Frau bemerkte seinen Blick. Er hat behauptet, dass er mich liebt. Mein Ehemann. Dann ließ er mich schlagen. Aber meine Mutter hat immer gesagt, dass man frei ist, wenn man nach England kommt. Bitte lass nicht zu, dass man mich zurückbringt, Sir. Ich will nicht zurück. Dodger beugte sich vor und flüsterte, Ich bin kein Sir, Miss. Ich bin Dodger. Dodger, wiederholte die junge Frau schläfrig, und er glaubte, einen deutschen Akzent herauszuhören. Kommt das von Dodger? Von Ausweichen und sich hin und her wenden? Ich danke dir, Dodger. Du bist nett und ich bin müde. Dodger fing das Glas auf, als die junge Frau in die Kissen zurücksank. 2. Dodger begegnet einem Sterbenden und ein Sterbender sieht die Lady und Dodger wird König der Toscher. Mrs. Scharpels erwachte, als die Glocken 5 Uhr schlugen und gab ein Geräusch von sich, das wie klang. Ihre Augen füllten sich mit Gift, als sie Dodger gewahr wurden und sofort hielt sie im Zimmer Ausschau nach Anzeichen von Kriminalität. Also gut, du junger Schlingel, du hast eine angenehme warme Nacht in einem christlichen Schlafzimmer verbracht, wie es dir versprochen war, vermutlich zum ersten Mal in deinem Leben. Geh und sei gewiss, dass ich wie ein Adler ein Auge auf dich habe, bis du durch die Hintertür verschwunden bist, lass dir das gegart sein. Gemein und undankbar waren diese Worte, oh ja. Und Mrs. Scharpels sprach sie auch noch in einem gemeinen Ton aus, als sie Dodger die dunkle Hintertreppe nach unten und in die Küche brachte, wo sie die Hintertür mit solcher Wucht öffnete, dass diese von der Wand abprallte und wieder zufiel, sehr zur Erheiterung der Köchin, die das Theater beobachtete. Die Tür hing vorwurfsvoll in den Angeln, als Dodger sich an Mrs. Scharpels wandte. Sie haben Mr. Charlie gehört, Mrs. Er ist ein sehr wichtiger Mann und gab mir einen Auftrag. Und so habe ich jetzt eine Mission und wer eine Mission hat, bekommt ein ordentliches Frühstück, bevor man ihn nach draußen Er veränderte den Namen der Haushälterin ohne einen bewussten Gedanken, war mit dem Ergebnis aber recht zufrieden. Mrs. Scharpels schien die Verballhornung gar nicht zu bemerken, im Gegensatz zur Köchin, deren Lachen eine gehörige Portion Spott enthielt. Mit Büchern kannte sich Dodger nicht besonders gut aus, andernfalls hätte er das Gesicht der Köchin vielleicht mit einem leicht zu lesenden Buch verglichen. Es war erstaunlich, wie viel man in einem Blick, einem kurzen Schnauben oder sogar einem Furz an der richtigen Stelle in einem Gespräch entnehmen konnte. Hier gab es die übliche Sprache und dort die andere, die aus Betonungen, kurzen Blicken und winzigen Bewegungen im Gesicht bestand, aus kleinen Angewohnheiten, von denen der Betreffende nichts wusste. Wer sein Gesicht für eine Maske hielt, die nichts verriet, begriff nicht, dass er die Zeichen zu erkennen verstanden. Und das Zeichen, das gerade wie von einem Engel gehalten mitten in der Luft schwebte, verkündete, dass die Köchin die Haushälterin nicht mochte und sich sogar in Dodgers Beisein über sie lustig machte. Also veränderte Dodger vorsichtig das eigene Gesicht, damit er etwas müder, schüchterner und auch bittender aussah. Sofort winkte ihn die Köchin zu sich und sagte leise, aber laut genug, damit auch die Haushälterin es hörte. Also gut, Junge, ich habe Porridge auf dem Herd, davon kannst du was haben, und Hammelfleisch, das nicht mehr ganz frisch ist, aber ich wette, du hast schon Schlimmeres gegessen, oder? Dodger brach in Tränen aus. Es waren gute Tränen, gewissermaßen Tränen mit Leib und Seele, und dann sank er auf die Knie und faltete die Hände und sagte mit tiefer Aufrichtigkeit, Gott segne sie, Mrs., Gott segne sie. Diese schamlose Vorstellung brachte ihm einen großen Teller Porridge mit einer durchaus angemessenen Menge an Zucker ein. Das Hammelfleisch hatte noch nicht den Zustand erreicht, in dem es von allein gehen konnte, und so nahm er es dankbar entgegen. Immerhin ließ es sich für einen Eintopf verwenden. Es war in Zeitungspapier eingehüllt, und er steckte es rasch in die Tasche, aus Furcht, dass es plötzlich verschwand. Was den Porridge betraf, er schwang den Löffel, bis nichts mehr übrig war, was bei der Köchin ganz offensichtlich Anklang fand, einer Frau, die überall dort wabbelte, wo etwas wabbeln konnte, das Kinn eingeschlossen. Dodger hatte sie als Verbündete verzeichnet, zumindest gegen die Haushälterin, die ihn noch immer unheilvoll anstarrte. Doch dann ergriff sie plötzlich seine Hand und rief lauter als nötig. Komm mit mir in die Speisekammer, dann sehen wir, wie viel du gestohlen hast, Bürschchen, gestohlen hast. Dodger versuchte, sich aus ihrem Griff zu lösen, aber die Köchin war, wie bereits erwähnt, recht kräftig gebaut, was bei Köchin oft der Fall ist. Als er sich noch hin und her wand, beugte sie sich zu ihm hinüber und flüsterte, sie öffnete eine Tür und zerrte ihn einige steinerne Stufen hinab in einen Raum, der nach Essig roch. Nachdem sie die Tür geschlossen hatte, entspannte sie sich ein wenig. Die alte Schrulle von Haushälterin wird Stein und Bein schwören, dass du während der Nacht das eine oder andere gestohlen hast und du kannst sicher sein, dass sie besagte Dinge selbst hat verschwinden lassen, wodurch eventuelle Freundschaften, die du hier vielleicht geschlossen hast, wie Morgentau in der Sonne verschwenden. Die hiesige Familie ist recht anständig und hat immer ein offenes Ohr für die traurige Geschichte eines vom Pech verfolgten Handwerkers oder einer gefallenen Frau, die gern wieder aufstehen täte. Ich habe sie kommen und gehen sehen. Ziemlich viele von ihnen waren keine Schwindler, das kann ich dir flüstern. Ich weiß Bescheid. So höflich wie möglich versuchte Dodger die Hände der Köchin von seiner Person zu entfernen. Sie schien ihn gründlicher abzuklopfen als unbedingt nötig war. Ein gewisser Enthusiasmus kam darin zum Ausdruck, begleitet von einem Glanz in den Augen. Sie bemerkte seinen Gesichtsausdruck und sagte Ich bin nicht immer die dicke alte Schachtel von heute gewesen. Einmal bin ich gefallen, vom Boden abgeprallt und wieder auf die Beine gekommen. So muss man das sehen, Junge. Jeder kann hochkommen, genug Hefe vorausgesetzt. Ich war nicht immer so, oh nein. Du wärst erstaunt und wahrscheinlich auch belustigt, in ein, zwei Fällen vielleicht sogar verlegen. Ja, Mrs., sagte Dodger, und würden Sie bitte damit aufhören, mich abzuklopfen? Die Köchin lachte, was ihr mehrfach Kind in Bewegung versetzte, und dann sagte sie erheblich ernster, vom Küchenmädchen habe ich gehört, was man sich über dich erzählt. Angeblich hast du letzte Nacht ein süßes Mädchen vor Schlägern gerettet, und ich weiß, ich weiß es einfach, dass man dir irgendetwas vorwerfen wird, wenn ich dir nicht zeige, wo es lang geht. Also Bürschchen, gib Tante Quigley alles, womit du dich aus dem Staub machen wolltest, und ich sorge dafür, dass es dorthin zurückkehrt, wohin es gehört. Ich mag diese Familie und möchte nicht, dass sie bestohlen wird, nicht einmal von einem so aufgeweckten Jungen wie dir. Wenn du also alle Sünden bekennst, so wird dir vergeben, und dann kannst du dieses Haus ohne einen Schandfleck verlassen, was ich gern auch von deinen anderen Flecken behaupten würde. Sie rümpfte die Nase, als sie den Zustand seiner Hose begut achtete. Dodger grinste, reichte ihr einen silbernen Löffel und sagte, ein Löffel, nur weil ich ihn in der Hand hielt, als sie mich hier heruntergezogen haben, sagte er. Dann holte er das Kartenspiel hervor. Und dies habe ich von Mr. Dickens bekommen. Trotzdem klopfte ihn die Köchin noch einmal ab, wenn auch mit einem gutmütigen Lächeln, fand dabei sein Messer, den Schlagring und die Brechstange. Sie schenkte diesen Dingen demonstrativ keine Beachtung und forderte ihn auf, die Schuhe auszuziehen, woraufhin sie angesichts des Geruchs eine Grimasse schnitt und ihm zu verstehen gab, dass er die Schuhe schnell wieder anziehen solle. Du hast doch nichts im Hintern, oder? Wärst nicht der Erste, der es auf diese Weise versuchen täte? Nein, ich werde nicht nachsehen, keine Sorge. Du hast mehr Fleisch auf den Rippen als die meisten anderen Jungen deiner Sorte, was bedeutet, dass du entweder sehr unschuldig oder sehr clever bist. Ich tippe auf Letzteres. Es würde mich sehr überraschen, wenn Ersteres der Fall wäre. Als nächstes wird Folgendes geschehen. Ich zerre dich die Treppe hoch und schimpfe dich als den Dreckskerl aus, der du bist, und zwar so laut, dass es die alte Schrulle nicht überhören kann. Ich werde rufen, dass ich dich gründlich durchsucht habe, trotz der Gefahr für meine Gesundheit und dass ich dich mit völlig leeren Händen hinauswerfe. Anschließend versetze ich dir einen Tritt durch die Hintertür, damit alles echt aussieht und dann setze ich meine Arbeit fort, die mir beim Gedanken daran, dass die alte Zicke vor Wut schäumt, viel mehr Spaß machen wird als vorher. Sie maß Dodger mit einem langen Blick und sagte du bist ein Torscher, nicht wahr? Ein Dreckwieler. Ja, Misses. Viel Arbeit für wenig Geld habe ich gehört. Man gebe so wenig wie möglich Preis, dachte Dodger und erwiderte oh, naja, ich weiß nicht, Misses, ich komme irgendwie über die Runden. Ach, lassen mir das Theater für die Leute, die gefallen an so etwas finden tun. Hinaus mit dir, aber denk dran, komm und besuch Mrs. Quickly, wenn du eine Freundin brauchst. Ich meine, was ich sage, du brauchst nur zu pfeifen, schon bin ich für dich da, und wenn ich in schweren Zeiten an deine Tür klopfe, so lass sie nicht verschlossen. Draußen war die Sonne in der Mischung aus Rauch, Dunst und Nebel kaum zu erkennen, aber für einen wie Dodger bedeutete es helles Tageslicht. Denn es half, die Kleidung zu trocknen, doch er liebte vor allem die Schatten und wenn möglich die Kanalisation und derzeit verlangte es ihn nach dem Trost der Dunkelheit. Also hebelte er mit seiner Brechstange den nächsten Gullideckel hoch, kletterte hinab und stand wenige Sekunden später auf einer Oberfläche, die eigentlich gar nicht so übel war. Das Unwetter der vergangenen Nacht war so freundlich gewesen, die Kanalisationstunnel in einen etwas erträglicheren Ort zu verwandeln. Natürlich waren hier unten andere Toscher unterwegs, aber Dodger hatte einen Riecher für Gold und Silber. Solomon behauptete, sein Hund Onan besitze eine Spürnase für Schmuck. Dodger gestand ihm das gern zu, denn ihm tat der arme Hund leid, der manchmal ganz schön peinlich sein konnte. Doch aus irgendeinem aufzuglühen, wenn er Rubine roch. Manchmal nahm Dodger ihn mit in die Finsternis, und wenn Onan dann irgendwo im Dunkeln etwas von Wert entdeckte, bekam er dabei von Solomon zur Belohnung eine zusätzliche Portion Hühnergegröse. Dodger bedauerte, dass ihn der Hund diesmal nicht begleitete, denn Onan hatte so gute Ohren, dass er einen plötzlichen Schauer meilenweit stromaufwärts hörte und mit einem Bellen darauf hinwies. Aber er begann seine Tour an der falschen Stelle und hatte keine Zeit, den Hund zu holen, was bedeutete, dass er allein zurechtkommen musste, und darauf verstand er sich gut. Wenn man gescheit und flink war wie Dodger, dann befand man sich schon wieder oben an der frischen Luft, wenn der erste Schwall Flutwasser kam. Doch das Gewitter der vergangenen Nacht schien den Himmel geleert zu haben. An diesem Tag war es in dem Tunnel völlig ruhig. Es gab nur ein paar Pfützen hier und dort, sowie ein kleines Rinnsaal in der Mitte. Nach dem Unwetter roch es nach, nun nach nassen toten Dingen, nach verfaulten Kartoffeln und neuerdings auch nach Scheiße. Das ärgerte Dodger immer. Solomon hatte ihm erzählt, dass Typen namens Römer die Kanalisation gebaut hatten, damit der Regen zur Temse floss und nicht in die Häuser der Ort Leitungen von den Senkgruben zu den Abwasserkanälen und das hielt Dodger für eine Unverschämtheit. Mit den Ratten hier unten war es schlimm genug, auch ohne, dass man ständig darauf achten musste, nicht in einen Haufen zu treten, die manchmal auch wie Würste aussahen, allerdings kaum damit verwechselt werden konnten. Der Geruch war Warnung genug. Dodger wusste nicht viel über die Römer, aber die von ihnen erbaute Kanalisation war alt und dem Verfall preis gegeben. Urgelegentlich kamen Arbeitstrupps um das eine oder andere zusammen zu flicken, aber der allgemeine Zustand der Röhren und Tunnel veränderte sich dadurch kaum. Die Arbeiter, die manchmal in amtlichem Auftrag unterwegs waren und notwendige Reparaturen vornahmen, machten Jagd auf Toscher, wenn sie welche fanden. Doch sie waren nicht so jung wie Dodger, der ihnen leicht entkam. Außerdem waren es Leute mit festen Arbeitszeiten und ein Toscher arbeitete manchmal die ganze Nacht lang, wenn die Nacht gut war, suchte dort, wo Mauersteine fehlten oder wo der Boden nicht ganz eben war. Am besten waren die Stellen, wo das Wasser kleine Strudel bildete, denn dort sammelten sich Münzen an, Pennies, Sixpences, Viertelpennies, halbe Viertelpennies und wenn man großes Glück hatte, sogar Sovereigns, halbe Sovereigns und Kronen. Gelegentlich verirrten sich auch Broschen, silberne Hutnadeln, Monokel, Uhren und goldene Ringe dorthin. Sie alle drehten sich in dem dunklen Karussell, Teil eines klebrigen großen Schlammballs. Und wenn du ein guter Toscher warst und an die Lady der Toscher glaubtest, dann konntest du Ja, du, vielleicht das Glück haben, eines Tages einen Schlammball wie einen großen Plum-Pudding zu finden, von den Toschern Toscherun genannt. Ein Ball, der ein Vermögen enthielt. Genug für ein ganzes Leben. Dodger hatte alle erwähnten Dinge gefunden, nacheinander, von Zeit zu Zeit, manchmal zwei oder drei von ihnen zusammen in einem kleinen Nest, das sich in einem Spalt gebildet hatte. Solche Stellen merkte er sich. Er verzeichnete und natürlich kehrte er dorthin zurück. Es geschah nicht selten, dass er mit Fundgut heimkehrte, über das sich Solomon freute, aber die große Pastete aus Dreck, Schmuck und Geld, die Tür und Tor für ein besseres Leben geöffnet hätte, war bisher noch nicht dabei gewesen. Doch gab es ein besseres Leben als das Toschen, wenn man ein Dodger war? Die Welt, London mit anderen Worten, schien wie für ihn geschaffen, nur für ihn. Sie arbeitete für ihn, als hätte die Lady es so bestimmt. Goldener Schmuck und Münzen waren schwer und blieben leicht irgendwo stecken, wohingegen tote Katzen, Ratten und Haufen gern schwammen, was gut war, denn es wäre nicht sehr angenehm gewesen, ständig durch Scheiße stapfen zu müssen. Während sich Dodger fast geistesabwesend an der Mauer des Abwasserkanals entlang tastete, bekannte Fundstellen überprüfte und nach neuen Ausschau hielt, überlegte er, was ein Toscher machen würde, wenn er einen richtigen Toscherun fand. Er kannte sie alle, die Toscher. Und woraus bestand ihre Beute, wenn sie einen guten Tag hatten? Was stellten sie mit dem hart erarbeiteten Geld an, für das sie im Dreck gewühlt hatten? Sie vertranken es. Und je größer der Fund, desto mehr tranken sie. Wenn sie vernünftig waren, legten sie etwas beiseite für eine Mahlzeit und ein Bett für die Nacht. Am nächsten Morgen würden sie wieder arm sein. Etwas klimperte unter seinen Fingern. Es war das Geräusch von zwei Sixpence Münzen an der Stelle, die er Auf dich ist Verlass nannte. Ein guter Anfang. Dodger wusste, dass er den anderen Toschern überlegen war. Deshalb hatte er sich über alle Toscher Regeln hinweggesetzt und war während eines Unwetters in die Kanalisation eingestiegen. Sicher hätte er Erfolg gehabt, wenn der Kampf nicht stattgefunden hätte und der ganze Rattenschwanz danach nicht passiert wäre. Wenn man sich ganz auf die Suche konzentrierte, ließen sich in den Tunneln Plätze finden, wo man in einer Luftblase ausharren konnte, während rings um die Welt tobte. Er hatte einen solchen guten Platz entdeckt. Dort war es zwar recht kalt, aber er hätte von dort aus als erster die Gunst der Stunde nutzen und die Ernte der Nacht einbringen können. Jetzt musste er sich beeilen, denn andere Toscher kamen durch die Kanalisation auf ihn zu und plötzlich glänzte etwas in der Düsternis weiter vorn. Der Glanz verschwand sofort wieder, aber er hatte die was gesehen hatte. Was er kurz darauf fand, war ein Haufen Unrat auf einer kleinen Sandbank, wo ein kleinerer Abwasserkanal in diesen einmündete und dort in dem noch feuchten Dreck eine tote Ratte lag da. Im Maul etwas Glänzendes, das erst nach einem Goldzahn aussah, sich bei genauerem Hinsehen aber glücklicherweise als halber Sovereign erwies, fest eingeklemmt zwischen Herrn Rattes Zähnen. Man berührte nie eine Ratte, wenn man es irgendwie vermeiden konnte, und deshalb nahm Dodger seine kleine Brechstange immer mit nach unten. Er machte zusammen mit seinem Messer Gebrauch davon, hebelte das Maul der Ratte auf und stieß den halben Sovereign heraus. Anschließend balancierte er die Münze auf der Messerklinge und hielt sie ins Wasser, das über die Wand ran. Auf diese Weise wusch er sie ein wenig sauber. Wenn doch nur jeder Tag so gut wäre wie dieser. Wer wollte an einem solchen Tag oben einer Arbeit nachgehen? Ein geschickter Kaminkehrer musste eine Woche schuften, um das Geld zu verdienen, das Dodger gerade gefunden hatte. Oh, ein Toscher zu sein, an einem solchen Tag. Dann hörte er das Stöhnen. Dodger schlich an der Ratte vorbei in einen kleineren Siel, in dem sich jede Menge Kram angesammelt hatte, ein großer Teil davon Holz teile, manche von ihnen scharf wie Messer. Hinzu kam viel anderes Geröll, von der Flut der vergangene Nacht hierher geschwemmt. Aber zu Dodgers großem Erstaunen schien der größte Teil des Schutz aus einem Mann zu bestehen. Und dieser Mann sah nicht gesund aus. Wo sich eigentlich ein Auge befinden sollte, gab es nicht mehr viel. Und das andere öffnete sich soeben und blickte Dodger unverwandt ins Gesicht. Es stank das Gesicht, in das Dodger sah und erschauderte, denn es war ihm vertraut. Das bist du, Opa, nicht wahr? Der älteste Toscher von London erweckte den Eindruck, gefoltert worden zu sein. Und Dodger übergab sich fast, als er den übrigen Körper sah. Er musste allein gearbeitet haben, so wie Dodger, und war dann in die Flut geraten, in der zahlreiche Gegenstände herumgeschwommen waren, die Leute weggeworfen oder verloren hatten, die sie verstecken oder loswerden wollten. Viele dieser Gegenstände waren gegen Opa gekracht, der aufrecht zu sitzen versuchte, trotz der vielen blauen Flecken, des Bluts und der anderen Scheußlichkeiten, die einem nur die Kanalisation bescheren konnte. Opa spuckte Schlamm, zumindest hoffte Dodger, dass es nur Schlamm war, und sagte, Du bist Dodger, freut mich, dich in so guter Verfassung zu sehen. Du bist ein braver Bursche und gescheiter, als ich es jemals gewesen bin. Was ich von dir möchte, bitte hol mir eine Flasche vom schlechtesten Brandy, den du auftreiben kannst. Bring sie her und kipp sie in die Öffnung, die mal meine Kehle war, ja. Dodger versuchte, einen Teil des Krams wegzuziehen, unter dem der alte halb begraben lag. Mich hat's ganz schön erwischt, das kannst du mir glauben. Was bin ich doch für ein Narr. In meinem Alter. Ich hätte es besser wissen sollen. Ich schätze, diesmal habe ich zu viel abgekriegt. Wird Zeit für mich abzutreten. Sei ein guter Junge und hol mir den Fusel. In meiner rechten Hand befinden sich ein Six Pants, eine Krone und fünf Pennies. Die Münzen sind immer noch da, denn ich fühle sie und sie sind alle für dich, du glücklicher Junge. Hey, sagte Dodger, ich nehme nichts von dir, Opa. Der alte Toscher schüttelte den Kopf oder was davon übrig war und sagte, zunächst einmal bin ich gar nicht dein Opa. Ihr Jungs habt mir diesen Namen nur deshalb gegeben, weil ich älter bin als ihr. Und beide Lady, du wirst meine Sachen nehmen, wenn ich hinüber bin, denn du bist ein Toscher und ein Toscher nimmt sich, was er findet. Nun, weiß, wo ich bin und daher weiß ich auch, dass sich hinter der nächsten Ecke stromaufwärts ein Getränkeladen befindet. Brandy, habe ich gesagt, den schlechtesten, den sie haben, und dann behalt mich in guter Erinnerung. Mach dich auf die Socken, wenn dich nicht der Fluch eines sterbenden Toschers verfolgen soll. Dodger kam rennend aus dem nächsten Gulli, fand den schmierigen Fuselladen, kaufte zwei Flaschen von einem Brandy der Roch, als könne er einem Mann das Bein abschneiden und kletterte wieder in die Kanalisation hinab, kurz nachdem das Echo des angedrohten Fluchs verklungen war. Opa war noch da und sabberte etwas Schreckliches, aber es lag so etwas wie ein Lächeln in seinem entstellten Gesicht, als er Dodger sah, der ihm die erste offene Flasche reichte. Er leerte sie mit einem großen, langen Gluck. Einige Tropfen flossen ihm aus dem Mund, als er nach der zweiten Flasche winkte und sagte, dies ist genau richtig, so sollte ein Toscher aus dem Leben scheiden, oh ja. Dann senkte er die Stimme zu einem Flüstern und mit der einen Hand, die noch einigermaßen in Ordnung war, packte er Dodger. Ich habe sie gesehen, Junge, die Lady höchst persönlich, sie stand dort, wo du jetzt stehst, scharlachrot und golden und sie leuchtete wie die Sonne auf einem Sovereign. Dann warf sie mir eine Kusshand zu, winkte und verduftete, natürlich auf würdevolle Art, wie es der Lady geziemt. Dodger wusste nicht, was er dazu sagen sollte, schaffte es aber, es trotzdem auszusprechen. Du hast mir viel beigebracht, Opa. Du hast mir von der Lady und den Ratten erzählt. Also spül dir den Geschmack der Kanalisation aus dem Mund und dann bringe ich dich irgendwo fort von hier an einen besseren Platz. Lass es uns wenigstens versuchen, bitte. Die Mühe können wir uns sparen, Junge. Wenn du mich hochhebst, ich fürchte, ich falle auseinander. Aber es wäre schön, wenn du noch ein wenig bei mir bleiben könntest. In der Dunkelheit gluckerte es erneut, als Opa einen weiteren großen Schluck vom feurigen Brandy nahm. Und dann fuhr er fort. Du hast verdammt schnell gelernt, das muss ich dir lassen. Ich meine, die meisten Jungs, die ich hier unten sehe, haben einfach nicht den richtigen Riecher fürs Troschen. Aber du, es war mir eine große Freude zu sehen, wie du es immer besser hingekriegt hast, so wie einer der Professoren oben, die ihre Nase in Bücher stecken. Ich habe gesehen, wie du einen ganzen Berg von Scheiße angestarrt hast, und dann war da ein Funkeln in deinen Augen, als hättest du gewußt, dass sich darunter etwas wertvolles verbarg. So machen wir es, Junge. Wir finden Wertvolles in dem Zeug, das die Leute oben wegwerfen, das sie nicht mehr haben wollen, und das gilt auch für Menschen. Ich habe dich toschen sehen, Junge, und da wusste ich sofort, ihm liegt das toschen im Blut, so wie mir. Der Alte hustete, und die Glieder seines geschundenen Leibs bewegten sich in einem gespenstischen Tanz. Ich weiß, wie man mich nennt, Dodger, König der Toscher, so wie ich das sehe, trittst du meine Nachfolger an, und du hast meinen Segen. Die Überbleibsel des Munds lächelten. Hab nie erfahren, wer dein Vater ist. Weißt du es, Junge? Nein, Opa, erwiderte Dodger, ich und wahrscheinlich wusste es auch meine Mutter nicht. Ich weiß nicht mal, wer sie war. Wasser tropfte von der Decke, als Dodger eine Zeit lang ins Leere blickte und dann sagte, aber du bist immer Opa für mich gewesen. Dich kenne ich, und wenn du mich nicht das toschen geleert hättest, wüsste ich überhaupt nichts von all den besonderen Plätzen hier unten, wie dem Mahlstrom, dem Schlafzimmer der Königin, dem goldenen Irrgarten, der Sovereign Street, dem Hier geht's rund und atme leicht. Oh ja, der Platz hat mir mehrmals die Haut gerettet, als ich noch lernte. Danke dafür, Opa. Opa? Opa! Dann bemerkte Dodger etwas in der Luft, vielleicht ein leises Geräusch, das eben noch da gewesen war und plötzlich aufgehört hatte. Aber etwas war noch immer da und als sich Dodger vorbeugte, hörte er den letzten Atem einige letzte Worte hauchen und er lauschte Opas Seele, die den Körper bereits verlassen hatte. Ich sehe die Lady, Junge, ich sehe sie. Opa lächelte und das Lächeln verblasste erst, als das Licht aus seinen Augen verschwand. Dodger beugte sich vor, öffnete respektvoll die Hand des Toten und nahm sein Erbe entgegen, das ihm der Alte ausdrücklich vermacht hatte. Zwei Münzen legte er Opa auf die Augen, Denn das musste sein, weil es der Tradition entsprach. Dann blickte er ins Dunkel und sprach, Lady, ich schicke dir Opa, einen anständigen alten Typen, der mir alles Wissenswerte übers Toschen beibrachte. Versuch bitte ihn nicht zu verärgern, denn er kennt einige üble Flüche. Dodger verließ die Kanalisation, als wären alle Dämonen der Hölle hinter ihm her. Er befürchtete, dass sie es tatsächlich auf ihn abgesehen haben könnten und rannte die kurze Strecke nach Seven Dials und in die vergleichsweise Sicherheit der kleinen Mietshaus Mansarde, die Solomon Cohen als Heim und Werkstatt diente. Sie befand sich am Ende einer langen Treppe und gewährte ihm von weit oben einen Blick auf Dinge, die er wahrscheinlich gar nicht sehen wollte. Drei Dodger bekommt einen Anzug, der an einer empfindlichen Stelle zwickt und Solomon kriegt die Wut. Es regnete wieder, als Dodger die Mansarde erreichte. Ein grässlicher, trister Nieselregen fiel auf die Stadt. Er wartete draußen, während Solomon mit dem komplizierten Vorgang des Aufschließens begann. Als die Tür schließlich aufschwang, stürmte Dodger so schnell hindurch, dass er den alten Mann in Drehung versetzte. Solomon war klug genug, den feuchten, recht streng riechenden Dodger hinten in der Mansarde auf der alten Strohmatratze liegen zu lassen, bis jener bereit war, wieder lebendig zu werden und nicht nur ein Bündel Kummer zu sein. Dann erhitzte Solomon, der wie sein Namensvetter recht weise war, ein wenig Suppe, deren Geruch den Raum erfüllte, bis Onan, der friedlich neben seinem Herrchen geschlafen hatte, erwachte und winselte, was nach einem schrecklichen Korken klang, der aus einer furchtbaren Flasche gezogen wurde. Dodger entrollte sich und nahm dankbar die Suppe entgegen, die Solomon ihm wortlos reichte. Anschließend kehrte der alte Mann zu seinem Werktisch mit der pedalbetriebenen Drehbank zurück und kurz darauf erklang ein gemütliches geschäftiges Summen, das Dodger an Heuschrecken auf einer Wiese erinnerte, wenn er jemals eine Heuschrecke oder eine Wiese gesehen hätte. Wofür man es auch halten mochte, es war beruhigend und während die Suppe ihr Erholungswerk vollbrachte und die Heuschrecken tanzten, erzählte Dodger dem alten Mann nun alles. Über die junge Dame, über Charlie, über Mrs. Quickly und auch über Opa. Solomon sagte nicht ein Wort, bis Dodgers Worte versiegten. Dann murmelte er, du hast eine ereignisreiche Nacht hinter dir, mein Junge, und um deinen Opa tut es mir leid. Möge seine Seele in Frieden ruhen. Aber ich habe ihn dort unten zurückgelassen, wo er von den Ratten gefressen wird, jammerte Dodger. Er hat es so verlangt. Manchmal sprach Solomon, als wäre er gerade erwacht und erinnere sich an etwas. Ein sonderbares Brummen, das wie klang und dem Zirpen eines kleinen Vogels ähnelte, kündigte die nächsten Worte an. Dodger hatte nie richtig begriffen, wofür dieses stand. Es war ein freundlicher Laut, der Solomon vielleicht Zeit gewährte, sich auf den nächsten Gedanken vorzubereiten. Nach einer Weile gewöhnte man sich daran und vermisste das Geräusch, wenn es fehlte. Solomon sagte jetzt, Ist das besser oder schlimmer, als von Würmern gefressen zu werden? Darin besteht leider unser aller Schicksal. Du bist bei ihm gewesen, als er starb, als ein Freund. Das ist gut. Ich bin dem Herrn einmal begegnet und schätze, dass er etwa 33 gewesen sein müsste. ein gutes Alter für einen Toscher und wie du sagst, hat er seine Lady gesehen. Zu meinem großen Bedauern bin ich schon 54, aber dankenswerterweise bei guter Gesundheit. Du kannst von Glück reden, dass du mich getroffen hast, Dodger, so wie ich mich glücklich schätze, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Du achtest auf Sauberkeit und bist vernünftig genug, Geld beiseite zu legen. Wir kochen das Wasser, bevor wir es trinken und ich stelle zufrieden fest, dass du von mir auch gelernt hast, die Zähne zu putzen, was ein Grund dafür sein dürfte, dass du noch Zähne hast. Opa ist gestorben, wie er gelebt hat, und du wirst ihnen liebevolle Erinnerung behalten, aber nicht übermäßig trauern. Toscher sterben, jung. Was sollte man sonst von Leuten erwarten, die ihr halbes Leben lang im Dreck wühlen? Jüdische Toscher gibt es nicht. Als Toscher kann man nicht koscher leben. Behalte deinen Opa in guter Erinnerung und lerne, was du von seinem Leben und auch von seinem Tod lernen kannst. Und die Heuschrecken tanzten weiter und summten dabei. Dodger hörte einen Kampf irgendwo unten auf der Straße. Es wurde ständig irgendwo gekämpft, hauptsächlich deshalb, weil die vielen Menschen in diesen elenden, schmutzigen Slums nicht nur den Rand der Verzweiflung erreichten, sondern darüber hinweg in den Abgrund ohnmächtigen Zorns stürzten. Angeblich lag es daran, dass die Leute tranken, hatte Dodger gehört, aber man musste Bier trinken, ja, zu viel davon machte betrunken, aber andererseits, Wasser von der Pumpe konnte einen totmachen, wenn man es nicht vorher kochte und Geld genug für Kohle oder Holz hatte. Das musste warten und kam erst an dritter Stelle, hinter Essen und Bier, beziehungsweise hinter Bier und Essen. Er dachte, ich glaube, dass Opa so starb, wie er es sich gewünscht hatte. Aber niemand sollte sich einen solchen Tod wünschen, oder? Ich jedenfalls möchte nicht auf diese Weise aus dem Leben scheiden. Ein anderer Gedanke folgte. Was wünsche ich mir, wenn ich nicht so aus dem Leben scheiden möchte? Es war ein überraschend kleiner Gedanke, ein Gedanke, der in einer stillen Ecke wartet und dann plötzlich zum Vorschein kommt wie eine Warze. Er steckte ihn sich hinters Ohr, sozusagen um ihn später genauer zu untersuchen. Solomon sprach wieder, was deinen Mr. Charlie betrifft, so habe ich in der Synagoge von ihm gehört. Soll ein kluger Bursche sein, soll er, mit einem Verstand so scharf wie ein Rasiermesser heißt es. Angeblich brauchte er einen nur einmal anzusehen und schon hat er einen umfassenden Eindruck gewonnen von den Worten, die man in den Mund nimmt, bis zur Art und Weise, wie man in der Nase bohrt. Soll sich auch gut mit der Polizei verstehen, hat dort dicke Freunde und deshalb fragt sich der alte Solomon, warum überträgt ein Mann wie er eine Aufgabe, um die sich eigentlich die Polizei kümmern sollte, einem rotznäsigen Toscher wie dir und die Nase ist voller Rotz. Ich weiß, dass du weißt, wie man sie richtig putzt. Den Rotz hochzuziehen und dann auszuspucken ist abscheulich. Hörst du mir zu? Wenn du nicht wie dein armer alter Opa enden willst, dann solltest du besser wie ein anderer Mensch enden und ein guter Anfang wäre wie ein anderer Mensch auszusehen, insbesondere wenn du diese Arbeit für Mr. Charlie kümmere, könntest du meinen Freund Jacob aufsuchen drüben im Gebrauchtladen. Sag ihm, dass ich dich schicke und er dich für einen Schilling von Kopf bis Fuß in neue alte Klamotten kleiden soll, einschließlich Stiefel, die nicht zu vergessen. Vielleicht lässt sich dies als Teil unseres Erbes von Opa betrachten, ja? Und wenn du schon losgehst, nimm Onan mit, er könnte ein bisschen Bewegung vertragen, der arme Kerl. Dodger hatte widersprechen wollen, begriff dann aber, wie unsinnig das gewesen wäre. Solomon hatte recht. Wenn man auf der Straße lebte, starb man auch dort. Oder vielleicht darunter, so wie Opa. Und es schien irgendwie richtig zu sein, einen Teil von Opas Geschenk und der Gaben der Kanalisation dafür zu verwenden, sich ein wenig herauszuputzen. Es mochte ihm bei der neuen Arbeit helfen. Und wenn er sie gut erledigte, erhielt er vielleicht noch mehr Bares von Mr. Charlie. Das war eine Vorstellung, die ihm gefiel. Außerdem, wenn er einer Dame in Not helfen wollte, so konnte es nicht schaden, dabei adrett auszusehen. Er ging los, gefolgt von Onan, der sich sehr darüber freute, am helllichten Tag nach draußen zu dürfen. Man konnte nur hoffen, dass er nicht über die Stränge schlug. Alle Hunde rochen, denn dies war eine wichtige Eigenschaft in der Hundewelt, in der es Onan nicht wie ein Hund roch, sondern wie Onan, was den Geruch erheblich verstärkte. Sie machten sich auf den Weg zum Gebrauchtladen, um dort mit Jacob zu sprechen, vielleicht auch mit Jacobs seltsamer Frau, deren Perücke nie ganz richtig saß. Jacob führte außer dem Gebrauchtladen noch eine Pfandleihe, und Dodger wusste von Solomons Verdacht, wonach Jacob auch Waren kaufte, ohne sich mit der einen solchen Verdacht hegte, hatte er nie verraten. Zur Pfandleihe trug man seine Werkzeuge, wenn man keine Arbeit hatte, und dort kaufte man sie zurück, wenn man eine neue Anstellung bekam, denn Brot isst sich leichter als ein Hammer. Wenn man richtig abgebrannt war, verpfändete man auch die nicht unbedingt notwendige Kleidung oder zumindest einen Teil davon. Wenn man sich nie wieder blicken ließ, um sie zurückzukaufen, landeten die Sachen im Gebrauchtladen, wo Jacob und seine Söhne den ganzen Tag nähten, flickten, schnitten und zusammenfügten, womit sie alte Kleidung nicht in neue Kleidung verwandelten, aber wenigstens in etwas Ansehnliches. Dodger fand Jacob und seine Söhne recht nett. Jacob begrüßte Dodger mit dem herzlichen Lächeln eines Verkäufers, der etwas zu verkaufen hofft. Er sagte, oh, da ist ja mein junger Freund, der einst meinem ältesten Freund Solomon das Leben rettete und bringt den Hund nach draußen. Onan wurde in der kleinen Gasse hinter dem Laden angebunden und durfte sich an einem Knochen versuchen. Gewiss kein leichtes Unterfangen fand Dodger, denn jeder Knochen, den ein Hund in diesem Stadtteil von London vorgesetzt bekam, hatte seine Nährstoffe längst in einem Suppenkochtopf verloren. Das schien Onan kaum zu stören. Er schnüffelte und nagte mit fröhlichem Optimismus und Dodger kehrte in den Laden zurück, wo er in dem kleinen freien Raum in der Mitte stand und eine Behandlung erfuhr, wie sie sonst nur ein Lord erwarten durfte, der eins der feinen Geschäfte in der Seville Row oder dem Hanover Square besuchte. Obwohl man in jenen Läden vermutlich keine Kleidung angeboten bekam, die bereits vier oder fünf Vorbesitzer gehabt hatte. Jacob und seine Söhne umschwirrten ihn wie Bienen, richteten kritische Blicke auf ihn, hielten nur leicht vergilbte weiße Hemden hoch und ließen sie dann sofort wieder verschwinden, bevor wie durch Magie der nächste Schneider erschien und eine recht verdächtige Hose präsentierte. Kleidung wirbelte an Dodger vorbei und schien sich in Luft aufzulösen, was aber nicht schlimm war, da immer wieder neue erschienen. Es hieß, versuch es hiermit oder nein, besser nicht. Und wie wär's hiermit? Passt bestimmt. Oh nein, schon gut. Wir haben noch mehr für einen Helden. Aber er war kein Held gewesen, wenn man es genau betrachtete. Dodger erinnerte sich an einen Zwischenfall vor drei Jahren, als er beim Toschen einen richtig schlechten Nachmittag gehabt hatte. Dann hatte es zu regnen begonnen und ihm war zu Ohren gekommen, dass jemand dicht vor ihm einen Sovereign gefunden hatte und er war so enttäuscht, gereizt und zornig gewesen, dass er seine schlechte Laune an jemandem auslassen wollte. Als er jedoch wieder auf den nebligen Straßen unterwegs war, hatte er zwei Burschen beobachtet, die einen Mann, der auf dem Boden lag, zu breit traten. Manchmal, wenn der Verdruss groß genug war, konnte es in seinem Kopf Klick machen, wie bei einem kleinen Zahnrad, das in Bewegung gerät, und er verwandelte sich in einen Wirbelwind aus Fäusten und Stiefeln. In diesem Fall hätte ihn das Klick durchaus veranlassen können, den beiden Burschen zu Hilfe zu eilen, nur damit er seinen Zorn los wurde. Aber aus irgendeinem Grund rollte das Zahnrad zur anderen Seite, dem Gedanken entgegen, dass zwei Burschen, die einen stöhnenden alten Knacker zusammentraten, elende Drecksäcke waren, die eine Abreibung verdienten. Und so war er sie klein beigaben und wegliefen. Und er war zu erschöpft gewesen, um sie zu verfolgen. Solcher Wahn entstand aus Enttäuschung und Hunger, obwohl Solomon behauptete, die Hand Gottes stecke dahinter, was Dodger für recht unwahrscheinlich hielt, da man Gott in diesen Straßen nicht sehr häufig antraf. Anschließend hatte er dem Alten nach Hause geholfen, obwohl er ein Ikemo war, ein Jude. Und Solomon hatte etwas von seiner Suppe erhitzt und ihm überschwänglich gedankt. Da der alte Knabe ganz allein lebte und etwas Platz in seiner Mansarde hatte, bot er Dodger an, bei ihm unterzukommen. Dodger erledigte das eine oder andere für ihn, besorgte Feuerholz und stibitzte Kohle von einem der Themsekähne, wenn sich Gelegenheit bot. Dafür gab ihm Solomon zu essen, wobei er oft kochte, was Dodger irgendwo aufgetrieben hatte. Seine Mahlzeiten schmeckten besser als alles, was Dodger in seinem bisherigen Leben gegessen hatte. Er erzielte auch viele höhere Preise für die Waren, die Dodger vom Toschen heimbrachte. Der Nachteil bestand darin, dass der alte Jude immer, immer fragte, ob die betreffenden Gegenstände gefunden oder gestohlen waren. Oh, mit Fundstücken aus der Kanalisation war meistens alles in Ordnung, das wusste jeder. Es handelte sich um Verlorenes und Weggeworfenes, um Gegenstände, die sich anschickten, die Welt der Menschen zu verlassen und zum Meer zu schwimmen. Toscher zählten natürlich nicht als Menschen, auch das wusste jeder. Aber in jenen Tagen hatte sich Dodger durchaus zum einen oder anderen Diebstahl und zu gelegentlichen krummen Geschäften hinreißen lassen. Er hatte Dinge beschafft, die äußerst fragwürdig und keineswegs koscher gewesen waren, wie sich Solomon ausdrückte. Wenn der alte Bursche fragte, ob der Kram vom Toschen stamme, sagte Dodger immer ja. Doch so wie ihn Solomon ansah, wahrscheinlich wusste er, dass er nicht die Wahrheit sagte. Seine Augen schienen mehr zu sehen, als sie eigentlich sehen sollten und zu wissen, wo sich die Wahrheit verbarg. Er nahm die Sachen trotzdem entgegen, aber nachher ging es in der Mansarde eine Zeitlang recht kühl zu. Deshalb klaute Dodger inzwischen nur noch Dinge, die man verbrennen, trinken oder essen konnte, zum Beispiel Ware von Marktbuden und andere tief hängende Früchte. Daraufhin verbesserte sich das Klima. Und außerdem drüben in der Synagoge las Solomon die Zeitung und manchmal enthielt die verloren und gefunden Rubrik Suchanzeigen von Leuten, die ihren Hochzeitsring oder anderen Schmuck verloren hatten. Hochzeitsringe waren von besonderer Bedeutung, denn sie besaßen einen Wert, der über den des Golds hinausging. Oft stand das magische Wort Finderlohn in den entsprechenden Inseraten. Mit gewissem Verhandlungsgeschick, meinte Solomon, konnte man mehr dafür bekommen als von einem Hehler. Hinzu kam, dass man solche Stücke zu keinem Juwelier bringen konnte, der koscher war, denn solche Leute hetzten einen die Polizei selbst dann auf den Hals, wenn man den Ring nur gefunden und nicht gestohlen hatte. Manchmal sei Ehrlichkeit sich selbst ihr Preis, sagte Solomon. Aber Dodger fand, in Bahrem hätte sie sich vorteilhafter ausgedrückt. Geld oder nicht, Dodger hatte sich damals besser gefühlt, als er in der Lage gewesen war, irgendwelchen Leuten die geliebte Halskette, einen Ring oder irgendein anderes Schmuckstück zurückzugeben, das sie sehr lieb gewonnen hatten. Dadurch fühlte er sich eine Zeit lang wie im siebten Himmel. Und weiter konnte man von den Abwasserkanälen kaum entfernt sein. Einmal nach einem Kuss von einer Dame, die erst vor kurzem eine glückliche Braut gewesen war und deren Hochzeitsring sich unglücklicherweise von ihrem Finger gelöst hatte, als sie in eine Kutsche stieg, die sie zu ihrem neuen Zuhause bringen sollte, hatte er Solomon nach ziemlich viel Spott von anderen Toschern gefragt, Versuchst du meine Seele zu retten? Und Solomon hatte mit dem hintergründigen Lächeln, das in seinem Gesicht fast nie fehlte, geantwortet, Nun, ich erforsche die Möglichkeit, dass du vielleicht eine Seele hast. Die kleinen Veränderungen seiner Angewohnheiten, die seine Beziehung zu Solomon festigten, bedeuteten unter anderem, dass er des Nachts nicht wie einige der anderen Toscher in Hauseingängen zittern, sich unter einer Plane zusammenrollen oder einen verdammten halben Penny für eine schäbige Pritsche in einer noch schäbigeren Absteige blechen musste. Solomon erwartete nur, dass er ihm abends ein wenig Gesellschaft leistete. Gelegentlich bat der alte Mann höflich darum, dass er ihn zu einem seiner Kunden begleitete und dabei Mechanismen, Schmuck oder andere gefährlich teure Dinge trug. Die Kunde von Dodgers aufbrausendem Temperament hatte sich herumgesprochen, was bedeutete, dass Solomon und er ziemlich unbehelligt unterwegs sein konnten. Als Arbeit war Solomons Tätigkeit ziemlich gut, fand Dodger. Der alte Knabe stellte kleine Dinge her, die andere verloren gegangene kleine Dinge ersetzen sollten. Vergangene Woche hatte Dodger ihn bei der Reparatur einer sehr teuren Spieluhr beobachtet, die voller Zahnräder und Drähte gewesen war. Die ganze Angelegenheit war beschädigt worden, als ein Arbeiter sie bei einem Umzug fallen gelassen hatte. Dodger hatte gesehen, wie Solomon jedes einzelne winzige Stück so behandelte, als wäre es eine große Kostbarkeit. Er säuberte alle Teile, bog sie bei Bedarf behutsam zurecht und er ging dabei so geduldig zu Werke, als stünde ihm alle Zeit der Welt zur Verfügung. Bei anderer Gelegenheit waren bei einer Vitrine aus Palisander einige dekorative Einlege Arbeiten aus Elfenbein in Mitleidenschaft gezogen worden und Solomon ersetzte sie mit Elfenbein aus seinem kleinen Vorrat. Dabei leistete er so gute Arbeit, dass die Besitzerin der Vitrine ihm eine Krone mehr bezahlte als vereinbart. Na schön, einige seiner Kumpanen nannten Dodger manchmal Schabbesgoi, aber er stellte fest, dass er besser aß als die anderen, auch billiger, denn an den Marktbuden verstand Solomon selbst mit einem Cockney so geschickt zu falschen, dass der Mann schließlich nachgab. und wehe jedem Verkäufer, der Solomon Mindergewicht, schales Brot oder angefaulte Äpfel verkaufte, von einer gekochten Orange und den anderen Tricks ganz zu schweigen. Wenn man das gute und gesunde Essen berücksichtigte, war die Vereinbarung zwischen Solomon und Dodger keineswegs zu verachten. Als Jacob und seine Söhne den Tanz mit fliegenden Hosen, Hemden, Socken, Westen und Schuhen hinter sich gebracht hatten, traten sie zurück und strahlten sich gegenseitig in dem Wissen an, gute Arbeit geleistet zu haben. Schließlich sagte Jacob, also ich weiß nicht, du meine Güte, sind wir vielleicht Zauberer? Was wir hier geschaffen haben, meine Söhne, ist ein Gentleman, der für die feine Gesellschaft bereit ist, wenn sie nichts gegen einen leichten Motten Kugelgeruch hat. Aber entweder das oder Motten, wie jeder weiß, selbst ihre Majestät. Oh, wenn sie durch diese Tür käme, würde sie bestimmt sagen, guten Tag, junger Herr, kennen wir uns vielleicht? Es zwickt ein bisschen im Schritt, bemerkte Dodger. Dann vermeide jeden unzüchtigen Gedanken, bis sich der Stoff gedehnt hat, erwiderte Jacob. Ich sage dir, was ich tun werde. Da du es bist, gebe ich auch noch diesen wundervollen Hut hinzu, der vermutlich bald wieder der letzte Schrei sein wird. Jacob trat zurück, vollauf zufrieden mit der Verwandlung, die er ermöglicht hatte. Er neigte den Kopf zur Seite und sagte, weißt du, junger Mann, was du jetzt noch brauchst, ist ein erstklassiger Haarschnitt. Anschließend musst du dir die Frauen mit einem Knüppel vom Leib halten. Solomon hilft mir beim Haareschneiden, wenn es zu warm wird und ich es ein bisschen kühler haben möchte, sagte Dodger, woraufhin Jacob plötzlich ein gewisses Schnauben von sich gab, zu dem nur ein beleidigter jüdischer Händler fähig ist. Und damit wirkte er noch eindrucksvoller als ein Franzose an einem wirklich schlechten Tag. Wollte Wollte man es aufschreiben, begann man vielleicht mit einem Pfui, das mit reichlich versprühtem Speichel endete. Das ist kein Haarschnitt, mein Junge, jammerte Jacob. Du siehst wie geschoren aus, als kämst du gerade aus dem Kitchen. Wenn dich Königin Victoria so sähe, riefe sie vermutlich nach ihren Soldaten. Beherzige den Rat deines guten alten Freunds Jacob und such Und so, in Begleitung des Hundes Onan, der noch immer optimistisch den Knochen im Maul trug, kehrte Dodger in die Welt zurück. Natürlich waren gebrauchte Sachen gebraucht, wie man es auch drehte und wendete. Sie waren besser als Lumpen, aber nicht annähernd so gut wie gute Kleidung. Aber was war hier schon gut? Nichtsdestotrotz fühlte sich Dodger besser in seinen neuen gebrauchten Klamotten, obwohl sie an einer empfindlichen Stelle und auch unter den Armen zwickten. Trotzdem, diese Garderobe war prächtiger als alles, was er bisher getragen hatte und hoffentlich der jungen Frau aus der Unwetternacht würdig. Er eilte zur Gasse zurück und kletterte die wackelige Treppe zur Mansarde hinauf, wo Solomon ihn mit den Worten begrüßte »Wer bist du junger Mann?« Auf dem Tisch lagen die Karten des Quartetts ausgebreitet. »Sehr interessant«, sagte Solomon, »du hast mir da ein erstaunliches und auch recht gefährliches etwas präsentiert. Es ist täuschend einfach, aber schon bald bahnt sich Unheil an. »Was?« fragte Dodger und betrachtete die bunten Karten auf dem Tisch. »Es sieht nach Kinderkram aus. Ein Quartett, glückliche Familie genannt. Was soll daran gefährlich und unheilvoll sein?« »Eine ganze Menge, mein lieber Junge,« erwiderte Solomon. »Ich erkläre dir meine kleine Theorie. Jeder Spieler bekommt verschiedene Karten und das Ziel des Spiels besteht offenbar darin, jeweils vier thematisch zueinander gehörende Karten zu sammeln. In diesem Fall die glückliche Familie. Man bringt sie zusammen, indem man die anderen Spieler fragt, ob sie eine bestimmte Karte haben. Auf den ersten Blick betrachtet scheint es ein harmloses Spiel für Kinder zu sein. Aber die ahnungslosen Eltern schaffen damit gute Voraussetzungen dafür, dass ihre Kinder Pokerspieler werden oder schlimmer noch Politiker. Wieso? Erlaube mir, es zu eluzidieren, sagte Solomon. Er bemerkte Dodgers Verwirrung und fügte hinzu, ich meine, lass es mich erklären. Offenbar läuft die Sache folgendermaßen ab. Um die glückliche Familie zu bekommen, muss man zunächst eine Familie wählen, zum Beispiel die Bäckerfamilie. Man könnte glauben, dass du nur warten musst, bis du an die Reihe kommst, um dann nach der nächsten Karte zu fragen. Wie wäre es mit Miss Bun, der Tochter des Bäckers? Warum? Nun, als die Karten verteilt wurden, hast du bereits Mr. Bun bekommen, den Bäcker, und seine Tochter wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Aber aufgepasst, Wenn du nach einem Bun fragst, könnten deine Gegenspieler auf den Gedanken kommen, dich ihrerseits nach einem Mitglied der Bun-Familie zu fragen. Vielleicht sammeln sie die Buns nicht selbst, sondern versuchen stattdessen die Doce-Familie zusammenzubekommen, deren Oberhaupt Mr. Doce ist, der Doktor. Sie fragen dich nach einem Bun, obwohl sie einen Doce brauchen, weil sie deine Vorliebe für die Buns bemerkt haben. Als sie an die Reihe kommen, hätten sie gern nach einem Doce gefragt, aber stattdessen nutzen sie die Gelegenheit, dich zu täuschen und dir gleichzeitig einen kostbaren Bun abzunehmen. Ach, ich würde einfach lügen und behaupten, gar keinen Bun zu haben, sagte Dodger. Oh nein, wenn sich das Spiel dem Ende nähert, würde sich herausstellen, dass du den betreffenden Bun besessen hast. Jawohl, und das wäre sehr schade für dich. Du musst die Wahrheit sagen, denn wenn du nicht die Wahrheit sagst, kannst du das Spiel nie gewinnen. Und so wütet der schreckliche Kampf. Und du ringst mit der Entscheidung, die Buns aufzugeben und es vielleicht mit dem Sammeln der Familie des Brauers Mr. Bang zu versuchen, obgleich deine eigene Familie aus Abstinenzland besteht. Du hoffst, dass es dir gelingt, mindestens einen deiner Gegner über deine wahren Absichten hinweg zu täuschen, während du gleichzeitig davon ausgehen musst, dass die anderen Spieler nichts unversucht lassen, dir einen Strich durch die Rechnung zu machen. Und so geht die grässliche Inquisition weiter. Der Sohn lernt, seinem Vater etwas vorzumachen. Die Schwester lernt, ihrem Vater zu misstrauen. Und die Mutter versucht zu verlieren, um den Frieden zu wahren. Und ihr dämmert allmählich, dass Freude und Enttäuschung in den Gesichtern ihrer Kinder nur gespielt sind, damit die anderen Spieler nicht merken, welche Familien sie sich wünschen. Nun ja, sagte Dodger, das ist wie Feilschen auf dem Markt. So machen's alle. Und so endet das Spiel zweifellos mit Tränen, von Geschrei und dem Zuschlagen von Türen ganz zu schweigen. Was hat das mit einer glücklichen Familie zu tun? Was genau ist erreicht worden? Solomon hielt innen, erregt und mit gerötetem Gesicht. Dodger dachte eine Weile nach, bevor er antwortete. Es ist doch nur ein Kartenspiel. Kartenspiele sind nicht wichtig. Ich meine, sie haben nichts mit der Welt zu tun. Solomon ließ sich von diesem Hinweis nicht besänftigen. Ich habe es nie gespielt, aber wie dem auch sei. Ein Kind, das es mit seinen Eltern spielt, muss lernen, Vater und Mutter zu täuschen. Wie kann man etwas nur ein Spiel nennen? Dodger überlegte erneut. Ein Spiel. Kein Glücksspiel wie das Werfen von Würfeln, wobei man Geld gewinnen konnte. Aber ein Spiel für die Familie? Wer hatte Zeit für Familienspiele? Nur Kinder oder Abkömmlinge von feinen Pinkeln? Es ist trotzdem nur ein Spiel, wandte er ein und erntete dafür einen starren Blick von Solomon. Einer dieser besonderen Blicke, die, wenn man nicht aufpasste, den ganzen Kopf durchbohrten und hinten wieder herauskamen. Wo liegt der Unterschied, wenn man sieben Jahre alt ist? fragte Solomon. Der alte Mann grollte noch immer und richtete den Finger Gottes auf Dodger. Junger Mann, die Spiele, die wir spielen, sind Lektionen, die wir zu lernen haben. Unsere Annahmen und Vermutungen, die Das alles macht uns zu jenen, die wir sind. Das war biblischer Kram, ganz klar. Aber als Dodger darüber nachdachte, wo lag der Unterschied? Das ganze Leben war ein Spiel. Aber wenn es ein Spiel war, in welche Rolle schlüpfte man dann? In die des Spielers oder der Figur auf dem Spielbrett? Ihm schwante, dass Dodger vielleicht mehr sein konnte, als nur Dodger, wenn er sich richtig bemühte. Es war wie ein Ruf zu den Waffen. Und der Ruf lautete »Beweg deinen Hintern!« Als Dodger die Mansarde verließ und in Onans Begleitung mit seinen neuen Klamotten einher stolzierte, dachte er daran, dass man eins von dieser schmutzigen alten Stadt behaupten konnte. Jemand sah immer alles. Die Straßen waren so voll, dass er mit den Schultern gegen Leute stieß, bis er gar keine Schultern mehr hatte. Und erkannte einige Örtlichkeiten, wo sich ein bisschen Schulterstoßen lohnen konnte. Zum Beispiel im Baron of Beef, Goat, Sixpence, oder in einem der anderen gesunden Trinklokale bei den Dogs, wo man für einen Sixpence sinnlos betrunken und für einen Schilling zu einer Bierleiche werden konnte. Obwohl, zu einer Leiche wurde man vielleicht ohnehin, weil man so dumm gewesen war, eine solche Spelunke zu betreten. An jenen Orten hingen die Toscher und Gassenjungen mit den Mädchen herum und trennten sich dabei von ihrem hart erarbeiteten Geld. Sie besuchten jene Kaschemnen, weil sie die Ratten und den Dreck vergessen wollten, der an allem klebte, und natürlich den Geruch, an den man sich allerdings nach einer Weile gewöhnte. Leichen, die sich eine Zeitlang im Fluss befunden hatten, neigten zu einem Duft eigener Art, und nie vergaß man den Gestank der Fäulnis, denn er klammerte sich an einem Fest, man wurde ihn einfach nicht mehr los, man wollte ihn nie wieder riechen, obwohl man wusste, dass man schon bald zu ihm zurückkehren würde. Der Geruch des Todes hatte seltsamer weise ein sonderbares Eigenleben, er fand einen Weg überall hin und man konnte ihm nur schwer entkommen. In dieser Hinsicht ähnelte er dem Gestank von Onan, der treu und brav hinter Dodger herlief. Der Umstand, dass sich die Leute, an denen er vorbeikam, nach dem Ursprung des schrecklichen Geruchs umsahen, in der verzweifelten Hoffnung, dass er nicht von ihnen selbst stammte, wies deutlich auf seine Anwesenheit hin. Aber jetzt schien die Sonne und einige der Jungs und Mädchen tranken draußen vor dem Ganas Dorter, wo sie auf alten Fässern, Seilrollen, Stapeln aus halb verfaultem Holz und anderem Uferschutz saßen. Manchmal gewann Dodger den Eindruck, dass es sich bei Stadt und Fluss um dasselbe Geschöpf handelte, mit dem einen Unterschied, dass manche Teile feuchter waren als andere. In dem bunt zusammengewürfelten, schmutzigen, aber fröhlichen Haufen erkannte er den krummen Henry, Lucy Springer, den einarmigen Dave, Prediger, Mary Dreh-Dich-Schnell und die dreckige Dory und Mangel. Woran sie gerade gedacht und worüber sie gerade gesprochen hatten, es spielte keine Rolle. Denn als die Dodger in seinen neuen Klamotten sahen, die ihn fast zum feinen Pinkel machten, sagten sie, Meine Güte, wer ist der hübsche Herr dort? Und lieber Himmel, hast du die Straße gekauft? Dunner Schlag, wie du riechst! Und natürlich, kannst du uns einen Schilling leihen? Ich zahle ihn dir am St. Nimmerleinstag zurück. Auf diese Weise ging es eine Zeit lang weiter. Und man konnte so etwas nur überleben, wenn man dümmlich grinste und alles in dem Wissen über sich ergehen ließ, dass man den Spuk jederzeit beenden konnte. Und Dodger beendete ihn tatsächlich. Opa ist tot. Er ließ die Nachricht vom Himmel auf sie herabfallen. Unmöglich, entfuhr es dem krummen Henry. Ich bin erst vorgestern mit ihm toschen gewesen, kurz vor dem Unwetter. Und ich habe ihn heute gesehen, widersprach Dodger in scharfem Ton. Ich habe ihn sterben dass mir niemand behauptet, dass er noch lebt, denn er ist tot, klar? Drüben unter Shoreditch, in der Nähe des Mahlstroms. Mary Dredich schnell brach in Tränen aus. Sie war ein anständiges Mädchen und erweckte immer den Eindruck, den Kopf woanders zu haben und gerade erst eingetroffen zu sein. Im Frühling verkaufte sie den Frauen Pfeilchen und während des restlichen Jahres verkaufte sie alles, was sie in die Finger kriegen konnte. Als Taschendiebin hatte sie richtig was auf dem Kasten, denn sie sah aus wie ein Engel, der etwas auf den Kopf gekriegt hatte und deshalb geriet sie nie in Verdacht. Aber wie man sie auch sah, sie hatte mehr Zähne als Grips und ihre Zahnlücken waren bereits beträchtlich. Was die anderen betraf, sie einen Pfund überlassen. Viel war's nicht. Voller Unbehagen, als genügten diese Worte nicht, fügte Dodger hinzu, deshalb bin ich hier, um euch einen auszugeben, damit ihr auf sein Wohl trinkt. Dieser Hinweis hob die allgemeine Stimmung ganz erheblich, vor allem als Dodger in die Tasche griff und sich von einer Sixpence Münze trennte, die wie durch Magie Krüge herbeizauberte, gefüllt mit einer zähflüssigen Flüssigkeit, die fast Brei zu nennen war. Während besagte Krüge mit unterschiedlichen Gluckgeräuschen geleert wurden, bemerkte Dodger, dass Mary drehdich schnell noch immer schniefte und da er ein freundlicher Typ war, sagte er sanft, wenn es dir hilft, Mary. Er lächelte, als er starb und er glaubte, die Lady zu sehen. Diese Mitteilung befreite Mary nicht von ihrem Leid. Zwischen zwei Schluchzern sagte sie, der doppelte Henry hat hier gerade Pause gemacht, um was zu essen und Brandy zu trinken. Den Brandy brauchte er, weil er schon wieder ein Mädchen aus dem Fluss gezogen hat. Dodger seufzte. Der doppelte Henry war ein Fährmann, der auf der Suche nach Fahrgästen, die übergesetzt werden wollten, ständig die Tem hinauf- und gleichaltrigen, mit der Dodger Umgang pflegte, bestand aus taffen Leuten, die zu überleben gelernt hatten. Aber die Stadt und ihr Fluss konnten zu jenen, die diese Elite Schule nicht mit Erfolg abgeschlossen hatten, sehr unbarmherzig sein. Er vermutet, dass sie in Putney von der Brücke gesprungen ist, sagte Mary, war wahrscheinlich schwanger. Dodger seufzte erneut. Die meisten jungen Frauen, die man aus dem Fluss fischte, waren schwanger. Sie kamen aus fernen Orten mit seltsamen Namen wie Burke Hempstead und Uxbridge und hofften in London ein besseres Leben zu finden als ein Dasein zwischen Heuhaufen. Aber wenn sie hier eintrafen, schnappte die Stadt zu, fraß sie mit Haut und Haaren und spuckte sie wieder aus, meistens in die Themse. Ein angenehmer Tod war als Dreck. Wenn die Leichen an die Oberfläche kamen, mussten die armen Fährleute und Kahnführer sie mit Landungshaken an Bord ziehen und zu einem Corona bringen. Es gab eine Belohnung dafür, wenn man solche traurigen sterblichen Überbleibsel zum Büro eines Gerichts Mediziners brachte. Der doppelte Henry hatte Dodger einmal erzählt, dass es sich manchmal lohne, die Leiche über eine längere Strecke zu Rudern, zu dem Verwaltungsbezirk, der am meisten dafür bezahlte. Aber in den meisten Fällen ging die Fahrt zum Coroner von Four Farthings, der dann eine Todesanzeige aufgab, die es manchmal sogar in die Zeitung schaffte. Die Leichen der Mädchen und jungen Frauen endeten vielleicht auf dem Crossbones Graveyard oder bekamen auf irgendeinem anderen Friedhof ein Armenbegräbnis. Manchmal aber, und das war allgemein bekannt, landeten sie in einem Lehrkrankenhaus auf dem Seziertisch, damit Medizinstudenten sie aufschneiden konnten. Mary flannte noch immer und von gelegentlichem Schluchzen und Schniefen untermalt sagte sie, es ist so traurig, sie haben alle langes blondes Haar, alle Mädchen vom Land haben langes blondes Haar und sie sind auch, ihr wisst schon, unschuldig. Ich war auch mal unschuldig, warf die dreckige Dory ein, hat mir aber nichts genutzt, dann wurde mir klar, was ich falsch gemacht habe. Sie fügte hinzu, aber ich bin hier auf den Straßen geboren und wusste, womit es zu rechnen gilt. Die armen Blonden Unschuldigen, sie haben nicht die geringste Hoffnung auf einen günstigen Ausgang, sobald ihnen der erste Bursche Fusel einflößt. Mary drehdich schnell schniefte erneut. Ein Typ hat mal versucht, mich mit Fusel gefügig zu machen, aber ihm wurde das Geld knapp und ich habe ihm den Rest abgeknöpft, während er schlief. Die beste Uhr mit der besten Kette, die ich je gestohlen habe, fuhr sie fort. Die armen Mädchen, sie sind nicht hier geboren wie wir. Sie haben keine Ahnung. Ihre Worte erinnerten Dodger an Charlie. Dann dachte er an Solomon und daran, was er gesagt hatte. Wie in die leere Luft sprach Dodger, ich sollte das Toschen aufgeben. Er sprach nicht weiter, als ihm klar wurde, dass die Worte vor allem ihm selbst galten. Was könnte ich tun? fragte er sich. Immerhin, jeder muss arbeiten, jeder muss essen und leben. Oh, das Lächeln auf Opas Gesicht. Was hatte er in dem letzten Lächeln gesehen? Angeblich hatte er die Lady erblickt. Jeder Toscher kannte jemanden, der die Lady gesehen hatte. Aber solche Berichte stammten immer aus zweiter Hand. Die Erzähler waren der Lady nie selbst begegnet. Trotzdem wussten alle Toscher, wie sie aussah. Sie war recht groß und trug ein glänzendes Gewand, wie aus Seide. Sie hatte wunderschöne blaue Augen und ein hatte man fest, dass Ratten auf ihren Schuhen hockten. Es hieß, dass sie gar keine richtigen Füße hatte, sondern Ratten Krallen. Aber Dodger wusste, dass die Toscher nie den Mut hätten, auf die Füße der Lady zu starren, um sich Gewissheit zu verschaffen. Sie die Ratten loszulassen, ein Wort, um die Ratten auf einen zu hetzen, wenn man ein böser Toscher gewesen war. Und wenn man ein guter Toscher war, dann lächelte sie und gab einem einen Kuss oder weit mehr als nur einen Kuss, wie manche behaupteten. Und von jenem Tag an hätte man beim Toschen immer Glück. Dodger dachte wieder an die armen Mädchen, die von den Brücken in den Tod sprangen. Viele von ihnen erwarteten ein Kind. An dieser Stelle angelangt, ließ er den Gedanken los, weil das Barometer seines Wesens immer in Richtung heiter tendierte. Im Großen und Ganzen hatte er Kummer immer auf Abstand zu halten versucht und außerdem warteten dringende Angelegenheiten auf ihn. Doch sie waren nicht dringend genug, ihn daran zu hindern, den Krug zu heben und zu rufen auf Opa, wo auch immer er sich gerade herumtreibt. Die anderen stimmten mit ein, vermutlich in der Hoffnung auf eine weitere Runde. Doch sie wurden enttäuscht, denn Dodger fügte hinzu, hört mir mal zu. In der Nacht des großen Unwetters hat jemand eine junge Frau zu töten versucht. Ich schätze eine von den unschuldigen, über die wir gerade gesprochen haben. Aber sie rannte weg und ich fand sie und nun kümmert man sich um ihr wohl. Er zögerte angesichts einer Mauer des Schweigens und mit schwindender Hoffnung fuhr er fort, sie hat goldenes Haar und irgendwelche Unbekannten haben sie halbtot geprügelt. Ich möchte den Grund dafür herausfinden, weil ich den Schlägern einer Abreibung verpassen will und ihr sollt mir dabei helfen. An dieser Stelle bekam es Dodger mit einem wundervollen Stück Straßentheater zu tun, bei dem kaum ein Wort gesprochen wurde und das in drei Akten stattfand. Der erste Akt hieß Ich weiß nichts und der zweite Ich habe überhaupt nichts gesehen. Den Abschluss bildete das beliebte Ich habe nie nichts getan. Als Zugabe präsentierte das Ensemble den Dauerbrenner Ich war nicht dort. Dodger hatte Ähnliches erwartet, sogar von seinen gelegentlichen Kumpeln. Es war nicht persönlich gemeint, aber niemand mochte ausgehorcht werden, erst recht dann nicht, wenn eines Tages vielleicht Fragen gestellt wurden, die einen selbst betrafen. Aber diese Sache war wichtig für ihn und deshalb schnippte er mit den Fingern, womit der Onan ein Zeichen gab. Der Hund knurrte, ein Laut, den man von einem eher kleinen Geschöpf wie ihm nicht erwartete, sondern eher von einem Ungetüm, das aus den Meerestiefen aufstieg, und zwar mit großem Appetit. Ein scheußliches Grollen lag in diesem Geräusch, und es hörte nicht auf. Jetzt sagte Dodger mit einer Stimme so flach, wie das Grollen tief war, hört Dodger entdeckte Panik in den Augen der anderen, als hielten sie ihn für übergeschnappt. Doch dann veränderte sich das große, runde Gesicht der dreckigen Dory, als sie etwas so Unerwartetes wie einen Gedanken in den Griff zu bekommen versuchte. Sie hatte nie besonders viele. Um ihre wenigen Gedanken zu erkennen, hätte man vermutlich ein Mikroskop gebraucht. Dodger hatte einmal eins bei einer Schausteller Gruppe gesehen. Beliebtheit und in diesem Fall hatte Dodger in einen Apparat geblickt, der Dinge vergrößerte. Man blickte durch ihn in ein Glas Wasser und wenn sich die Augen angepasst hatten, erkannte man winzige, schlängelnde Wesen im Wasser, die sich hin und her wandten, sich drehten, sprangen und einen seltsamen Tanz aufführten. Sie schienen dabei eine Menge Spaß zu haben und der wie gut das Wasser der Temse sei, wenn so viele kleine Geschöpfe darin überleben konnten. Für Dodger war Dorries Geist ein bisschen auf diese Weise beschaffen, größtenteils leer, aber gelegentlich mit etwas Zappelndem darin. Nur zu, Dory, rief er ermutigend. Sie sah sich um, aber alle wichen ihrem Blick aus. Deutscher verstand seine Kumpane, in gewisser Weise. Niemand wollte bezichtigt werden, bestimmte Beobachtungen ausgeplaudert zu haben. Manche Leute hatten etwas dagegen, dass man sie herum erzählte. Es gab nämlich weitaus schlimmere Zeitgenossen als Gassen, Kinder und Toscher. Kerle, die gut mit Klinge oder Rasiermesser umzugehen wussten und in deren Augen jeder Funke von Gnade fehlte. In den Augen der dreckigen Dory erschien die ihr eigene Entschlossenheit. Sie hatte kein goldenes Haar. Eigentlich hatte sie überhaupt nicht viel Haar und die wenigen ihr verbliebenen Strähnen waren fettig und bildeten sonderbare kleine Schmachtlocken. Dory zupfte an einer dieser Locken, starrte die anderen trotzig an und sagte, am Tag vor dem Unwetter habe ich mich auf der Promenade nach einer günstigen Gelegenheit umgesehen und da kam eine elegante Kutsche vorbei und die Tür stand offen, wisst ihr? Und dann sprang da diese junge Frau heraus und rannte über die Straße als wäre der Teufel hinter ihr her, klar? Und zwei Typen stürzten hinter ihr aus der Kutsche, ja? Und verfolgten sie, stießen dabei Fußgänger zur Seite, als täte es überhaupt keine Rolle spielen. Die dreckige Dory hielt inne, hob die Schultern und gab damit zu verstehen, dass sie fertig war. Die anderen drehten den Kopf von einer Seite zur anderen und sahen sich um, ohne den Blick auch nur einmal auf sie zu richten. Es sollte kein Zweifel aufkommen, dass sie nichts mit diesem seltsamen und gefährlich redseligen Mädchen zu tun hatten. Aber Dodger fragte, welche Art von Kutsche? Er hielt sein Augenmerk auf Dory gerichtet, denn andernfalls wäre sie plötzlich sehr vergesslich geworden. Nachdem die dreckige Dory ihre Erinnerungen ordentlich gerüttelt und gesiebt hatte, erfuhr Dodger folgendes. Teuer, edel, zwei Pferde. Dory schloss den Mund fest, ein deutlicher Hinweis darauf, dass sie ihn nicht wieder zu öffnen gedachte, es sei denn, es gab noch mehr zu trinken. Dodger fiel es leicht, ihre Gedanken zu lesen. Schließlich hatte sie nicht so viele davon. Er ließ die restlichen Münzen in seiner Tasche klimpern, eine internationale Sprache, und in Dory's rundem, traurigem Gesicht ging ein weiteres Licht auf. Ja, komische Sache bei der Kutsche. Als sie fortrollte, kam ein Quietschen von den Rädern, fast so schlimm wie ein Schwein, abgestochen wird. Ich hab's die ganze Straße entlang gehört. Dodger dankte ihr, überließ ihr einige Kupfermünzen und nickte den anderen zu. Sie erweckten den Eindruck, als hätte sich bei ihnen gerade ein Mord ereignet. Mit den Münzen in der Hand sagte die drückige Dory plötzlich, da fällt mir noch was ein. Die junge Frau schrie, aber man konnte nichts verstehen, weil es was Ausländisches war. Und der Kutscher, auch er, war kein Engländer. Sie warf Dodger einen scharfen, bedeutungsvollen Blick zu. Und er gab ihr zwei zusätzliche Viertel Pennys, wobei er sich fragte, ob er diese notwendigen Ausgaben wohl von Mr. Charlie zurückbekäme. Natürlich musste er darüber Buch führen, denn Charlie war gewiss kein Mann, der sich etwas vormachen ließ. Als er fortging, überlegte Dodger, ob er Mr. Charlie besuchen sollte. Immerhin hatte er wichtige Neuigkeiten oder etwa nicht. Neuigkeiten, deren Erwerb ihn Geld gekostet hatte, sogar eine ganze Menge. Und vielleicht waren sie noch mehr wert, wenn er sie ein bisschen aufpolierte. Obgleich er wusste, dass es nicht vernünftig gewesen wäre, ehrgeizig zu werden und sich zu viel Geld zu erhoffen. Er langte in die Tasche, ein Behälter, der alles enthielt, was Dodger hineinstopfen konnte. Dort war es, das rechteckige Stück Pappe. Sorgfältig identifizierte er die einzelnen Buchstaben und auch die Zahlen. Alle wussten, wo sich die Fleet Street befand, denn dort wurden die Zeitungen gedruckt. Doch für Dodger war es vor allem ein halbwegs anständiges Tunneln in der Nähe. Der Fleet Fluss war Teil der Kanalisation und Dodger fand es immer wieder erstaunlich, was darin so alles herumschwamm. Voller Wonne erinnerte er sich daran, dort einmal ein Armband mit zwei Saphiren und bei einer anderen Gelegenheit einen ganzen Sovereign gefunden zu haben. Das machte jene Gegend zu einer guten, glücklichen Gegend, wenn er bedachte, dass die Ausbeute eines ordentlichen Toschertags aus lediglich einer Handvoll Viertelpennys bestand. Er machte sich auf den Weg und Onan trottete gehorsam hinter ihm her. Dodgers Gedanken trieben dahin, während er einen Fuß vor den anderen setzte. Natürlich konnte man von der dreckigen Dory nicht erwarten, dass sie einem etwas so Nützliches wie ein Wappen an der Tür der noblen Kutsche anbot. Und außerdem, wenn Kutschen Böses anstellten, wenn sie zum Beispiel junge Frauen zu Orten brachten, zu denen sie gar nicht gebracht werden wollten, in einem solchen Fall war es sicher nicht ratsam, an den Türen ein Wappen zu zeigen, das der Identifikation dienen konnte. Doch ein quietschendes Rad quietschte, solange niemand etwas dagegen unternahm. Dodger hatte nicht viel Zeit, und dies war bisher der einzige konkrete Hinweis in einer Stadt mit Hunderten von Kutschen und anderen Transportmitteln. Es wenn es mir gelingt, wird das quietschende Rad Fett bekommen und das Fett wird Dodger heißen und die Männer in der Kutsche fügte er im Innern seines Kopfes hinzu, wo ihn niemand hörte, werden dann Bekanntschaft mit Dodgers Faust machen. 4 Dodger entdeckt eine neue Verwendung für einen Fleet Street Nagel und bekommt eine Tasche voller Zucker. In der Fleet Street herrschte wegen der vielen Zeitungen immer rege Betriebsamkeit, Tag und Nacht. Und heute floss der Fleet nicht in der Straßenmitte, sondern sickerte eher vor sich hin. Dodger hatte einiges über die Abwasserkanäle des Fleet gehört, insbesondere die Geschichte von dem Schwein, das dem Schlachter entkam und in die Tunnel gelangte, von wo aus es andere Kanäle und Röhren erreichte. Und da es dort unten für ein Schwein Nahrung im Überfluss gab, wurde es ungeheuer dick und garstig. Vielleicht wäre es lustig gewesen, nach ihm zu suchen. Allerdings möglicherweise hätte der Spaß beim Finden aufgehört, denn die Biester hatten Hauer. Derzeit, so hatte man ihm erzählt, waren die einzigen Ungeheuer der Fleet Street die Druckmaschinen, die so heftig stampften, dass der Boden erzitterte. Jeden Tag wollten sie gefüttert werden, mit einer Mahlzeit aus Politik, grausigen Morden und Todesfällen. Natürlich gab es noch andere Ereignisse, aber alle waren scharf auf einen grausigen Mord, nicht wahr? Und überall auf der Straße zogen Männer Rollwagen, trugen Papierstapel oder liefen in furchtbarer Eile mit Papierstücken in der Hand umher, um der Welt zu erklären, was geschehen war, warum es geschehen war, was hätte geschehen sollen und manchmal warum es nicht geschehen war, obwohl es sich sehr wohl zugetragen hatte. Und natürlich um allen mitzuteilen, wer auf grausige Weise ermordet worden war. Es schien drunter und drüber zu gehen und in diesem Durcheinander musste Dodger den Chronicle finden, wobei erschwerend hinzukam, dass er nicht gut lesen konnte, vor allem keine so langen Worte. Schließlich wies ihm ein Drucker mit einem viereckigen Hut den Weg und warf ihm dabei einen Blick zu, der besagte, wag bloß nicht, hier etwas zu stehlen. Dodger fand das ziemlich beleidigend, denn Er band Onan an einem Geländer fest und vertraute darauf, dass ihn wegen des Geruchs niemand stehlen würde. Dann stieg er die Stufen zum Morning Chronicle hoch, wo er verständlicherweise von einem der Männer angehalten wurde, deren Aufgabe darin bestand, Leute wie ihn anzuhalten. Sein Job schien ihm zu gefallen und er trug einen Hut, der das bewies und das Gesicht darunter sprach Leute wie du Siehst aus, als hättest du ihn von einem Toten. Dodger achtete darauf, seinen Gesichtsausdruck nicht zu verändern, aber er straffte die Schultern und sagte, Mr. Dickens erwartet mich, er hat mich mit einer Mission beauftragt. Während ihn der Mann noch groß anstarrte, holte Dodger Charlies Visitenkarte hervor. Und er hat mir seine Karte gegeben und mir gesagt, dass ich zu ihm kommen soll. Kriegen Sie das in Ihren Kopf, Mr. Der Türsteher warf ihm einen finsteren Blick zu. Doch der Name Dickens zeitigte aus irgendeinem Grund Wirkung, denn ein anderer emsig wirkender Mann kam, starrte Dodger an, starrte auf die Karte, starrte Dodger noch einmal an und sagte, komm rein, aber stiel nichts. Danke, Sir, ich werde mir und Büroangestellten, die alle den Eindruck erweckten, mit überaus wichtigen Aufgaben beschäftigt zu sein. Der Angestellte am nächsten Schreibtisch, er schien den anderen Anweisungen zu erteilen, beobachtete ihn wie einen Frosch eine Schlange, die Hand dicht neben einer Glocke. Dodger setzte sich auf die Bank neben der Tür und wartete. Es kam bereits Nebel auf. Das war um diese Tageszeit mal wie eine luftige Version der Temse und sie wogten und schimmerten, als hätte jemand einen Eimer voller Schlangen auf der Straße ausgeleert. Meistens war der Nebel gelb, aber er konnte auch schwarz sein, insbesondere dann, wenn die Ziegeleien arbeiteten. Der nächste Angestellte stand auf, richtete einen argwöhnischen Blick auf Dodger und schloss die Tür. Dodger schenkte ihm ein fröhliches Lächeln, das den Mann ärgerte und damit seinen Zweck erfüllte. Hier gab es ohnehin nicht viel zu finden, es sei denn, man hatte es auf Papier abgesehen, davon gab es überall mehr als genug, und hinzu kamen Aktenschränke, Becher, der Geruch von Tabak und Bücher mit Zetteln darin, offenbar als Markierung für bestimmte Stellen. Dodger bemerkte etwas Sonderbares, einen großen Nagel auf jedem Schreibtisch. Was hatte es damit auf sich? Bei jedem dieser Nägel wies die Spitze nach oben, unten waren sie auf einem Stück Holz befestigt, aber warum sollte man dreißig Zentimeter lange Nägel so aufstellen, dass sich jemand daran verletzen konnte? Er deutete auf einen davon, wandte sich an den nächsten Angestellten und fragte in einem Tonfall, der nur unschuldige Neugier zum Ausdruck brachte, Entschuldigen Sie, Mister, was bedeuten diese Nägel? Der junge Mann grinste höhnisch, weißt du denn gar nichts? Damit schaffen wir mehr Ordnung auf unseren Schreibtischen, auf den Nagel spießen wir die Angelegenheiten, die erledigt sind oder die wir nicht mehr brauchen. Doja dachte darüber nach und fragte dann, warum schmeißen Sie den fertigen Kram nicht einfach weg, anstatt alles zuzumüllen? Der Angestellte bedachte ihn mit einem vernichtenden Blick. Bist du dumm? Angenommen, später wird eine Sache wieder wichtig, dann müssen wir nur auf dem Nagel suchen. Während dieses Wortwechsels hoben die anderen Angestellten kurz die Köpfe und setzten dann ihre Arbeit an den Aufgaben fort, die zu erledigen waren. Zuvor aber musterten sie Dodger und gaben ihm wortlos zu verstehen, dass er hier nicht wichtig war, im Gegensatz zu ihnen. Ihm fiel auf, dass ihre Kleidung kaum besser war, als seine mehrmals gebrauchten Sachen, aber er hielt es für ratsam, auf einen entsprechenden Hinweis zu verzichten. Und so begnügte er sich damit, zu warten, bis ein Mann mit einer Maske, die sein halbes Gesicht bedeckte, durch die Tür stürmte. Der Türsteher war in eine nahe Gasse pinkeln gegangen, hastete gerade zurück und fummelte dabei an den Knöpfen seines Hosenschlitzes herum. Der Maskierte richtete ein Messer auf den obersten Angestellten und rief Hör mit dem Geld oder ich schlitzel dir den Bauch auf und niemand rührt sich. Es war ein großes Messer, ein Brotmesser mit Wellenschliff, wie geschaffen für einen Haushalt, in dem ein Leib Brot aufgeschnitten werden sollte, aber nicht minder gut geeignet, einen Menschen zu durchbohren, fand Dodger. In der sich ausbreitenden entsetzten Stille wurde ihm klar, dass der maskierte die größte Angst ausstand, während er alle Angestellten gleichzeitig im Auge zu behalten versuchte. Dem neben der Tür sitzenden Jungen schenkte er keine Beachtung. Dodger dachte, er weiß nicht, was er tun soll und glaubt vielleicht einen dieser Trottel, die ihn anstarren und sich in die Hose machen, niederstechen zu müssen. Und er weiß auch, was mit ihm passiert, wenn er jemanden absticht. Dann endet er Eisenbahnzug durch Dodgers Kopf. Und gewissermaßen im Schaffnerabteil reiste die Erinnerung an diese Stimme und den mit ihr einhergehenden Geruch nach Gin und er wusste, dass der Mann eigentlich gar kein schlechter Kerl war und er wusste auch, was ihn zu einer derartigen Verzweiflungstat getrieben hatte. Dodger sah nur eine Möglichkeit. Er riss den Nagel vom nächsten Schreibtisch und hielt ihn Gerndieb mit gedämpfter Stimme ins Ohr. Lass das Messer fallen, jetzt sofort, wenn du dich durch Dreinasenlöcher atmen willst. Sieh mich an. Ich bin's, Dodger. Du kennst mich doch. Dodger kapiert. Lauter sagte er, so etwas dulden wir hier nicht, du Mistkerl. Er konnte die Erleichterung des Mannes gerade zu riechen und zweifellos roch er reichlich Gin, als er ihn nach draußen in den Nebel zerrte. Die Angestellten schrien Zeter und Mordio und Dodger rief, ich halte ihn fest, keine Sorge. Schnellen Schrittes ging er weiter, zerrte den Mann am Türsteher vorbei, der roten Zorn im Gesicht hatte und in die nächste Gasse, wo er den verhinderten Dieb, der so sollte an dieser Stelle betont werden, ein wenig durch sein Holzbein mit dem Metallstück am Ende behindert war, in eine dunkle Ecke drückte. Die Gasse roch wie alle Gassen, vor allem nach Verzweiflung und Ungeduld und inzwischen auch nach Onan, der gerade eine Duftmarke gesetzt und den Gassengerüchen damit einen preisverdächtigen Gestank hinzugefügt hatte. Zum Glück legte der Nebel eine Decke darüber. Es stank natürlich, aber das galt auch für den Mann, das nur von einem zu Boden fallenden Messer stammen konnte. Er trat es in die Dunkelheit, packte den Mann am Kragen, zog ihn zum anderen Ende der Gasse über die Straße und in eine Ecke. Holzbein Higgins, sagte er, der Schlag soll mich treffen, wenn du nicht der dümmste Dieb bist, dem ich je begegnet bin. Wenn du noch einmal einen so verdammten Mist baust, wird es damit enden, dass die Gefängniswärter unter deinen baumelnden Beinen singen, du Blödmann. Dodger schniefte und stöhnte, verflixt und zu genäht Holzbein, auf was hast du dich da bloß eingelassen und überhaupt, wann hast du dich das letzte Mal gewaschen oder im Regen gestanden oder deine Hose gewechselt? Er sah in zwei Augen voller Katarakte und seufzte. Wann hast du zum letzten Mal was gegessen? Holzbein Higgins brummte etwas davon, kein Bettler sein zu wollen und Dodger hätte es fast mit ihm aufgegeben. Doch vor dem inneren Auge sah er noch einmal den sterbenden Opa. Hier hast du einen Sixpence, sagte er. Damit solltest du was in den Magen kriegen und außerdem einen Platz in der Penne, wenn du es nicht verdrinkst. Also gut, du armer Irrer. Mach dich auf die Socken. Niemand ist hinter dir her. Bleib einfach in Bewegung und verlass dieses Viertel. Ich habe dich nie zuvor in meinem Leben gesehen. Ich weiß nicht, wer du bist und du scheinst es ebenfalls nicht zu wissen, so wie du aussiehst, armer alter Teufel. Dodger seufzte erneut. Hör mal, wenn du was überfallen willst, solltest du nicht vor den Geschäftsstunden losschlagen, sondern danach. Klar? Und das war's. Dodger kehrte zum Chronicle zurück. Und als er dort eintraf, war bereits ein Polizist da. Und die Angestellten gaben ihm eine Beschreibung des Übeltäters, in der allerdings jeder Hinweis auf ein Holzbein fehlte. Ihre Version von Higgins schien gefährlicher zu sein, als die, die Dodger kannte. Und aus dem Brotmesser war doch tatsächlich ein Schwert geworden. Ein Schwert geworden. Der Polizist bemühte sich, alle Einzelheiten zu notieren, was aber nicht leicht war, da die Angestellten durcheinander redeten und er außerdem sehr langsam schrieb, wobei er Dodger im Auge behielt. Mit dem Schreiben haperte es bei ihm, aber er verstand sich sehr gut darauf, Leute wie Dodger zu erkennen. Der wusste, was nun kam. Und dann kam es tatsächlich, als der Polizist auf ihn deutete und fragte, dieser Herr war ein Komplize, ja? Die Angestellten sahen Dodger an und etwas widerstrebend sagte ihr Chef, nein, offengestanden hat er den Übeltäter mit einem Büronagel bedroht und ihn verjagt. Der Polizist gefiel Dodger immer weniger, denn er sagte fröhlich, oh, dieser junge Mann war ebenfalls bewaffnet? Äh, nein, erwiderte der oberste Angestellte, ich meine einen Büronagel, wir haben auf jedem Schreibtisch einen stehen. Die Treppe neben der Tür knarrte und eine neue Stimme erklang. Dieser junge Mann arbeitet für mich, Constable, und ich möchte hinzufügen, dass Mr. Dodger mein vollstes Vertrauen genießt. Offenbar ist er ein Held von epischen Ausmaßen, der Schwerverbrecher ausgeplündert zu werden. Vermutlich sollte man ihn mit einer Medaille ehren. Ich werde mit dem Herausgeber darüber sprechen. Derweil meine Herren hat Mr. Dodger vertrauliche Informationen für mich und ich würde gern mit ihm das Kaffeehaus aufsuchen und hören, was er zu berichten hat. Wenn sie also so freundlich wären, uns beide zu entschuldigen. Charlie nickte dem Polizisten zu und ging los, gefolgt von dem verdutzten Dodger. Onan tappte hinter ihnen her, vielleicht in der Hoffnung, dass Dodger einen Weg durch den Nebel nahm, der früher oder später zu einem Knochen führte. Das Leben hielt für Onan selten die Belohnungen bereit, die er sich wünschte. Und als Dodger ihn an einem Laternenpfahl festband, wurde klar, dass dies ein weiterer Beweis dafür war. Dodger beschloss dem Hund bei nächster Gelegenheit einen anständigen Knochen zu besorgen. Er hatte noch nie Kaffee getrunken, aber Solomon meinte, es sei nur schmutziges Wasser und er konnte ihn sich ohnehin nicht leisten. Im Kaffeehaus gab es jede Menge davon und der Raum war voller Leute und voller Stimmen. Es ging ziemlich laut zu. Charlie drückte Dodger auf einen Stuhl, setzte sich und diejenigen die gerade nicht reden schweigen nur weil sie überlegen was sie als nächstes sagen sollen. Hat es einen Sinn nach den Hintergründen der kleinen Episode zu fragen die sich gerade beim Chronicle abgespielt hat? Oder sollten wir es in den Schleier des geheimnisvollen hüllen? Übrigens hast du jemals von einem Mann namens Napoleon gehört? Nimm ruhig mehr Zucker und wenn die Schale leer ist bringt man uns eine neue diese neuen Zucker Würfel sind wirklich toll nicht wahr? Dodger hörte damit auf sich die Taschen mit den gerade erwähnten Zucker Würfeln voll zu stopfen Napoleon ja sagte er ein Franzmann General oder so deshalb haben wir alte Knacker auf den Straßen die betteln manchmal mit einem Messer stimmt's nun sagte Charlie er war unter anderem dafür berühmt was er über seine Generäle sagte angeblich kam es ihm bei ihnen vor allem auf Glück an und du Mr. Dodger scheinst das Glück auf deiner Seite zu haben denn etwas an dieser kurzen Eskapade stinkt ebenso zum Himmel wie uralter Käse ich glaube ich verstehe dich Dodger und deshalb werde ich dem Herausgeber eine kleine Ehrung empfehlen zu der vielleicht auch ein halber Sovereign oder zwei gehören Allerdings werde ich ihn auch darauf hinweisen dass er deinen Namen besser nicht in die Zeitung setzt denn unter Umständen könntest du in Zukunft nur mit Mühe Freunde finden Wenn man in den Schatten lebt wie du macht es sich nicht gut im Curriculum vitae der Polizei zu helfen Du hast Glück Dodger und je mehr du mir hilfst desto mehr Glück wirst du haben Seine Hand glitt in die Tasche und Dodger vernahm das unverwechselbare Klimpern von Münzen Was hast du herausgefunden Dodger erzählte ihm von der Kutsche und von der jungen Frau Charlie hörte aufmerksam zu Als er fertig war fragte Charlie Sie hat also kein Wappen an der Tür gesehen Und welche Art von Ausländisch meinte sie Französisch Deutsch zu Charlies großer Überraschung erwiderte Dodger mit fester Stimme Mr. Charlie ich weiß wie die Wappen an den Kutschen aussehen und ich erkenne die meisten Sprachen aber wissen sie in diesem Fall ergeht es mir wie ihnen ich habe es mit einer Informantin zu tun die nicht schlau genug ist allzu viel zu bemerken Charlie maß Dodger mit traurigem Blick Du bist eine Art Tabula Marasa Dodger ein unbeschriebenes Blatt Du bist intelligent oh ja aber leider hast du kaum Gelegenheit deine Intelligenz unter Beweis zu stellen es bekümmert mich ja es bekümmert mich wirklich aber ich sehe auch dass du so vernünftig warst und dir neue Kleidung beschafft hast das Beste was ein Gebrauchtladen zu bieten hatte er lächelte als er Dodgers Gesichtsausdruck sah und fuhr fort was glaubst du etwa Leute wie ich wüssten über solche Läden nicht Bescheid glaub mir mein Freund in dieser Stadt gibt es nur wenige Tiefen die ich nicht ausgelotet habe aber um zu etwas erfreulicherem überzugehen du hörst sicher gern dass sich die junge Dame die du gerettet hast gut erholt soweit ich weiß wurde sie bisher noch nicht als vermisst gemeldet obgleich es Anzeichen dafür gibt dass sie keine Obdachlose ist ihr verschwinden hätte also gemeldet werden sollen verstehst du sie kann noch nicht sehr gut sprechen offenbar ist sie nicht im stande zu erklären was ihr wider fuhr aber sie scheint englisch zu verstehen ich halte sie für eine Ausländerin und zwar für eine ganz besondere Ausländerin warum ich dieser Meinung bin kann ich allerdings noch nicht sagen außerdem nehme ich an dass höheren Orts wegen ihr einige Aufregung herrscht das Wappen ihres Rings gibt Anlass zu einigen interessanten Fragen und mein Freund Sir Robert Peele ist sehr umsichtig weshalb ich vermute dass sich etwas abspielt wie du weißt schreibe ich für Zeitungen aber nicht alles was ein Zeitungsjournalist weiß wird auch gedruckt etwas spielt sich ab dachte Dodger wenn dies ein Spiel war dann musste er daran teilnehmen und gewinnen aber welches Spiel führte dazu dass eine junge Frau auf so grausame Weise zusammengeschlagen wurde ein solches Spiel musste er beenden im lauten Kaffeehaus umgeben von Tabakrauch wurde er ein wenig verlegen als er ein Gebet murmelte dass der Lady galt ich bin dir nie begegnet Lady aber du kennst Opa und ich hoffe er ist bei dir tja ich bin Dodger und Opa hat mich zum König der Toscher gemacht und ein bisschen Hilfe von dir würde gewiss nicht schaden besten Dank im Voraus dein Dodger Der Lärm im Kaffeehaus war inzwischen so groß geworden dass er kaum die eigenen Gedanken hörte geschweige denn eine Antwort der Lady oder eine Ergänzung von Charlies bisherigen Ausführungen aber Dodger versuchte trotzdem noch einige Worte an ihn zu richten wenn 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 niemand eine Vermissten Anzeige aufgegeben hat es bedeutet vielleicht dass die junge Frau noch gar nicht vermisst wird oder dass die betreffenden Leute hoffen sie vor allen anderen zu finden wenn sie verstehen was ich meine du bist wirklich eine Entdeckung mein lieber Dodger unter uns ich mag die Polizei obwohl du das vielleicht ein bisschen anders siehst aber was ich an den Polizisten schätze zumindest an einigen von ihnen dass das Gesetz für alle gelten sollte nicht nur für die Armen ich weiß dass sie in bestimmten Vierteln der Stadt nicht beliebt sind und allgemein gesprochen könnte ich hinzufügen dass es hohe Stellen gibt wo man ihnen noch ablehnender gegenüber steht Charlie zögerte dein Informant berichtet also dass die junge Dame aus einer Kutsche floh aus einer noblen noch dazu finde die Kutsche mein Freund und jene die sie für dieses schändliche treiben zur Verfügung stellten dann könnte sich die Welt zum besseren wenden insbesondere für dich wieder klirrten Münzen und Charlie legte zwei halbe Kronen auf den kleinen Tisch er lächelte als sie auf der Stelle in Dodgers Tasche verschwanden er sagte da fällt mir ein mein Hugh und seine Frau würden sich freuen dich wieder zu sehen und darf ich morgen vorschlagen sie glauben dass du ein Engel bist wenn auch einer mit schmutzigem Gesicht von freundlichem Wesen und möglicherweise in Erwartung einer ansehnlichen Karriere ich hingegen halte dich wie du weißt für einen Schlingel und taugenichts erster Güte voller List und Tücke kurz gesagt ich sehe in dir einen schlauen neue Welt wir brauchen neue Menschen wer bist du wirklich Dodger und was ist deine Geschichte wenn du nichts dagegen hast dass ich danach frage er richtete einen neugierigen Blick auf Dodger Dodger hatte nichts dagegen aber die Welt bewegte sich plötzlich zu schnell und so erwiderte er wenn ich es ihnen erzähle Mister versprechen sie dann es nicht weiter zu sagen kann ich ihnen vertrauen ich gebe dir mein ehrenwort als journalist sagte Charlie nach kurzer pause fügte er hinzu streng genommen sollte die antwort nein lauten Dodger ich bin schriftsteller und journalist was ein recht seltsamer bund ist wie dem auch sei ich setze große hoffnungen in dich erwarte mir viel von dir und möchte den von dir erzielten fortschritten auf keinen Fall im Weg stehen entschuldige Charlie holte einen Stift und ein winziges Notizbuch hervor kritzelte einige Worte sah dann auf und lächelte verlegen ich bitte um Verzeihung es ist eine kleine Angewohnheit von mir ich schreibe mir gelegentlich bestimmte Ausdrücke auf bevor ich sie wieder vergesse bitte fahr fort nun sagte Dodger leicht verunsichert ich bin in einem Waisenhaus aufgewachsen ich war ein Findelkind wissen sie meine Mutter habe ich nie kennengelernt besonders groß war ich als Knabe nicht und meine Kindheit war leider von Fieslingen bevölkert ich lernte ihnen auszuweichen mich am Rand des Geschehens zu halten und unauffällig zu sein einige der größeren jungen lachten über meinen wahren Namen und wenn ich mich beklagte schlugen sie mich zu Boden aber nach einer Weile hörte das auf als ich größer wurde und dann schikanierten sie mich erneut einfach so und ich dachte mir schließlich hey ich hab genug davon und ich schnappte mir einen Stuhl und zeigte es ihnen damit er legte eine kurze Pause ein und erinnerte sich an den Augenblick der gerechten Strafe für alle Versündigungen selbst der Aufseher hatte ihn nicht bändigen können an jenem Tag landete ich noch nicht genannt Dodger hob die Schultern schien sich in sein Schicksal zu fügen nannte seinen Namen und erwartete lautes Lachen stattdessen hörte er ich verstehe ja natürlich das erklärt einiges was diese Angelegenheit betrifft bleiben meine Lippen selbstverständlich versiegelt doch gestattest du mir nach dem weiteren Verlauf deines Lebens zu fragen wollen sie dies in ihrem kleinen Notizbuch aufschreiben müsste keineswegs junger Freund es ist reine Anteilnahme an den Menschen die mich zum fragen veranlasst man erzähle nie jemandem mehr als er unbedingt wissen muss an diese Devise glaubte Dodger aber nie zuvor in seinem Leben war er einem Außenstehenden begegnet der so schnell sein Vertrauen gewann und deshalb beschloss er in dieser neuen Welt die sich ständig veränderte seine übliche Zurückhaltung aufzugeben ich bin bei einem Kaminkehrer in die Leere gegangen weil ich so dünn war wissen sie sagte er und nach einer Weile bin ich weggelaufen aber vorher bin ich durch den Kamin in ein Schlafzimmer geklettert in ein piek feines Schlafzimmer und hab einen Diamantring vom Nachtschränkchen stibit und ich sage Ihnen Sir das mit dem Weglaufen war die beste Entscheidung die ich jemals getroffen habe denn Kamine und Schaunsteine sind nicht die richtige Umgebung für einen Heranwachsenden der Ruß man kriegt ihn überall hin Sir überall hin er gerät in alle Fugen und Ritzen Sir er ist gefährlich setzt dem Piepmatz auf scheußliche Weise zu und das weiß sich weil ich einige Jungs kenne die beim Kamin kehren geblieben sind und sie waren echt übel dran aber dank der Lady bin ich rechtzeitig entkommen Dodger hob abermals die Schultern und fuhr fort so war das Leben was den Diamantring betrifft als ich ihn zum Heeler brachte sagte der ich hätte Talent und legte mir nahe ein Snakesman zu werden das ist ein kleiner Mann Fenster oder Oberlichter kriechen konnte insbesondere durch Oberlichter die oft offengelassen wurden anschließend seine Komplizen ins Gebäude ließ und mit ihnen alles stahl was nicht nid und nagelfest war ich weiß was ein Snakesman ist Dodger aber wie bist du von dort aus zum Toschen gekommen wenn ich fragen darf Dodger holte Tiefluft und atmete die Asche der Vergangenheit ich geriet wegen einer gestohlenen Gans in Schwierigkeiten und wurde gejagt nur weil Federn an mir klebten und deshalb versteckte ich mich in der Kanalisation verstehen sie die verfolger schafften es nicht bis nach unten weil sie zu dick und auch zu betrunken waren meiner Meinung nach dann fand ich das mit dem Toschen heraus und nun das wärs auch schon mehr oder weniger er hielt in Charlies Gesicht nach mehr als einem unverbindlichen Blick Ausschau und dann schien der Mann aufzuwachen und sagte und was wäre mit einem anderen Namen aus dir geworden Dodger mit einem Namen wie Master Joffrey Smith zum Beispiel oder Master Jonathan Baxter ich weiß nicht Sir wahrscheinlich eine ganz gewöhnliche Person Sir daraufhin lächelte Charlie und sagte ich glaube eher dass du eine sehr ungewöhnliche Person bist mein Freund war das lächeln auf Charlies Gesicht tatsächlich echt bei Charlie konnte man nicht sicher sein und so blieb diese Frage unbeantwortet als sie das Kaffeehaus verließen und getrennte Wege gingen Charlie ging wohin auch immer und Dodger kehrte in seine vertraute Welt zurück unterwegs kaufte er bei einem Schlachter kurz vor Ladenschluss einen saftigen Knochen für Onan der ihn sabbernd im Maul heimtrug kein schlechter Tag fand Dodger als er die Treppe zur Mansarde hochstieg er beendete ihn mit mehr Geld als am Morgen ganz zu schweigen von einer Tasche voller Zucker 5 der Held der Stunde begegnet seiner Maid die erneut in Not gerät bekommt aber einen Kuss von einer sehr enthusiastischen Lady Solomon arbeitete noch an seiner kleinen Drehbank als Dodger die Treppe herauf kam es war seltsam Solomon bei der Arbeit zu beobachten denn er verschwand dabei oh er war noch immer da aber sein Gehirn schien in den Fingerspitzen zu stecken und achtete auf nichts anderes als das womit die Hände beschäftigt waren bis alles zu einem natürlichen Vorgang wurde so sanft wie das Wachsen von Gras Dodger beneidete ihn um seinen Frieden aber so etwas passte nicht zu ihm das wusste er Sols Klamotten hätten ebenfalls nicht zu ihm gepasst trug er sommers wie winters eine Pluderhose und einen abgewetzten Gabardinemantel und sicher in seine Mansardenhöhle zurückgekehrt trug er Pluderhosen die noch schlabberiger waren mit einer Weste die das musste man ihm lassen immer so weiß wie möglich war die Füße steckten oft in bestickten Pantoffeln die aus irgendeinem fremden Land stammten in dem Solomon irgendwann gelebt hatte und aus dem immer früher oder später geflohen war und schließlich die Schürze sie hatte vorn große Taschen damit kleine und teure Dinge die vom Arbeitstisch rollten darin landeten ein appetitlicher Geruch wehte vom Topf auf dem Herd herüber Mrs. Quickleys Hammelfleisch wurde einem guten Zweck zugeführt und veranlasste Dodger sich die Lippen zu lecken er wusste nie wie Solomon das schaffte der alte Knabe war entstande selbst aus einem halben Ziegelstein und einem Holz Brocken ein leckeres Essen zu zaubern einmal hatte er ihn danach gefragt und Solomon hatte geantwortet ich schätze es liegt an den langen Wanderungen durch die Wildnis dabei lernt man aus wenigem möglichst viel zu machen den größten Teil der Nacht lag Dodger auf seiner Matratze wach und das Wachliegen fiel ihm nicht weiter schwer unten auf den Gassen und in den Höfen kam es ständig zu Prügeleien wenn die Männer von der Arbeit heimkehrten und dann das Plärren der Säuglinge und das Gezänk der ganze Lärm der das Wiegenlied von Seven Dials war glückliche Familien dachte er gibt es glückliche Familien und über den Straßen erklangen die Glocken ihr Leuten halte weit über die Stadt Dodger starrte an die Kutsche von der dreckigen Dory war vermutlich keine weitere Hilfe zu erwarten das hieß er musste weiterhin Fragen stellen um mehr heraus zu finden in der Hoffnung die Aufmerksamkeit jener Leute auf sich zu ziehen die es gar nicht mochten wenn derartige Fragen gestellt wurden und denen es noch viel weniger gefiel wenn jemand sie beantwort wo sollte er anfangen ein quietschendes Rad und eine noble Kutsche möglicherweise erinnerte er sich die junge Frau an Einzelheiten wenn er sie wieder sah nun dachte er Mr. Mayhew will mich wiedersehen ebenso seine Frau und ein kluger junger Mann könnte sich schick machen seine Stiefel putzen und sich das Gesicht waschen bevor er losgeht und sie besucht in der Hoffnung dass er das Treffen mit etwas mehr als einer Tasse Tee verlässt zum Beispiel etwas zu essen und wenn er überaus brav und respektvoll ist dann lässt man ihn vielleicht noch einmal zu der jungen Dame mit dem wundervollen goldenen Haar Man kann Schleue nicht einfach beiseite legen wenn man sie nicht mehr braucht und Dodgers Schleue flüsterte ihm ein dass er vielleicht auch Geld bekäme wenn er ein braver Junge war denn er glaubte zu verstehen zu welcher Sorte von Menschen Mr. Mrs. Mayhew gehörten erstaunlicherweise begegnete man manchmal feinen Leuten die tatsächlich Anteil nahmen an den Leuten auf der Straße und sich ihretwegen schuldig fühlten wenn man arm war und einigermaßen sauber und manierlich zu sein versuchte und wenn man außerdem eine Leidensgeschichte so gut erzählen konnte wie Dodger der sie gar nicht zu erfinden brauchte denn in seinem Leben hatte es genug echtes wahrhaftiges Leid gegeben dann waren sie wahrhaftig bereit einen zu küssen weil sie sich dadurch besser fühlten als er da an der Dunkelheit lag und an die junge Frau dachte schämte er sich ein wenig weil er vor allem überlegte wie er möglichst viel für sich herausschlagen konnte die Rettung der Unbekannten war für sich genommen eine Belohnung zugegeben aber schließlich musste man auch leben oder voller Unbehagen drehte er sich auf die Seite und dachte an Charlie der Dodger für eine Art Piratenkönig zu halten schienen wenn man es sich genau überlegte Charlie schien ein Spielchen zu spielen jeder Junge möchte ein großer Junge sein ein feiner Typ nicht wahr dachte Dodger weil man sich dann groß fühlt für Charlie waren Worte ein kompliziertes Spiel und obwohl sich Dodger damit kaum auskannte so blieb es trotzdem ein Spiel und er Dodger beherrschte das Spiel des Überlebens überlegt er Er blickte ins Nichts und dachte an Opa der mit einem Lächeln in der Kanalisation gestorben war umgeben von allem was die Kanalisation aufzubieten hatte Es würde eine ganze Weile dauern bis Dodger erneut den Mahlstrom aufsuchte Ratten waren klein aber es gab viele von ihnen und es würden immer mehr werden wenn sich die Neuigkeit herumsprach Er würde mindestens zwei Wochen verstreichen lassen bevor er dorthin zurückkehrte wo der alte gestorben war An den Ort erinnerte er sich wo er hatte sterben wollen Dann war da noch Holzbein Higgins der zwei gesunde Beine gehabt hatte bis er im Krieg irgendwo in Spanien von einer Kanonenkugel getroffen worden war Und hier war er Dodger Und plötzlich hafteten Charlies Worte an ihm und veränderten seine Welt Eine Welt in der er gerade noch ein zufriedener Toscher gewesen war bis er plötzlich als Held galt und in den piekfeinen Häusern piekfeiner Leute ein und aus ging Man schien eine andere Person zu sein als jene in deren Haut man morgens aufgewacht war Dodger fühlte sich wie von einer großen Feder gezogen Vielleicht dachte er muss sich ein Junge irgendwann entscheiden zu welcher Art von Männern er einmal gehören will will er der Spieler sein oder die Spielfigur Dodger lächelte im Dunkeln schlief ein und träumte von goldenem Haar Am Morgen schrubbte er das Gesicht ab bevor er sich auf den Weg zum Haus von Mr. Mayhew machte Bei Tageslicht wirkte das Haus recht stattlich Es war kein Palast sondern das Heim eines Mannes der genug Geld besaß um Gentleman genannt zu werden Die ganze Straße sah so aus elegant ordentlich sauber Es ging sogar ein Polizist Streife und zu Dodgers großer Überraschung winkte er zum Gruß Es war kein großartiges Winken nur eine kleine Bewegung mit den Fingern Aber bis vor kurzem hätte ihn ein Polizist in einer solchen Gegend aufgefordert zu verschwinden und zwar fix Ermutigt erinnerte sich Dodger an Charlies Ausdrucksweise erwiderte den Gruß des Constable und sagte Guten Morgen Officer Was für ein schöner Tag Zweifellos Nichts geschah Der Polizist schlenderte an ihm vorbei und damit hatte es sich Na sowas Hoffnungsvoll gestimmt fand Dodger das Haus Schon früh hatte er gelernt sich bei den Hintertüren von Häusern nobler Viertel herumzutreiben und ein sehr wichtiger Punkt als spritziger Junge zu gelten Ihm war klar geworden Wenn man schon ein Gassenjunge war so half es eine Berufung darin zu sehen und ein möglichst guter Gassenjunge zu werden Und um ein möglichst guter Gassenjunge zu sein musste man schauspielerische Talente entwickeln Darauf lief es hinaus Man musste mit allen reden können Mit den Battlern und Köchen mit den Hausmädchen und sogar mit den Kutschern Kurz gesagt man musste der fröhliche Bursche sein Immer gut drauf allen bekannt Es war Theater Und er trat dabei als der große Star auf Ruhm und Reichtum errang man kaum Aber man riskierte auch nicht am Galgen zu enden Nein Sicherheit lag in einem Talent das man sein Eigen nennen konnte Und sein Talent bestand darin Dodger zu sein Ganz und gar Dodger Also ging er nun ums Haus herum zur Hintertür und hoffte noch einmal der Köchin Mrs. quickly zu begegnen und ein weiteres Stück Hammelfleisch zu ergattern Ein Dienstmädchen öffnete die Tür und fragte Ja Sir Dodger straffte die Gestalt und sagte Ich möchte zu Mr. Mayhew Ich glaube er erwartet mich Mein Name lautet Dodger Kaum hatte er diese Worte gesprochen als es im Haus klapperte woraufhin das Dienstmädchen ein wenig in Panik geriet was bei Dienstmädchen oft der Fall ist insbesondere wenn sie es mit Dodgers fröhlichem Grinsen zu tun bekamen Doch sie entspannte sich als sie von Dodgers alter Freundin Mrs. Quickly beiseite geschoben wurde die ihn von Kopf bis Fuß musterte und sagte Na sieh mal einer an hast dich richtig herausgeputzt und ob Entschuldige bitte dass ich keinen Knicks mache aber ich stecke bis zu den Achseln in Gegröse Einen Moment später kehrte die Köchin zur Tür zurück diesmal unbelastet von Innereien sie verscheuchte das Dienstmädchen mit den Worten Mr. Dodger und ich halten ein Schwätzchen geh und kümmere dich um die Schweinshaxen Dann schenkte sie Dodger eine Umarmung an der auch gewisse Anteile von Gegröse beteiligt waren wischte ihn anschließend ab und sagte Du bist der Held der Stunde mein kleiner Schatz ja das bist du sie haben beim Frühstück darüber gesprochen offenbar hast du Schlingel gestern ganz allein verhindert dass der Morning Chronicle von Räubern gestürmt wurde sie bedachte Dodger mit einem frechen Lächeln ich sagte mir wenn das der junge Mann ist den ich kennengelernt habe so kann er nur dann einen Diebstahl verhindern wenn er die Hände auf heißt es man stelle sich das vor bestimmt dauert es nicht mehr lange bis man dich bittet Bürgermeister zu werden wenn es dazu kommt möchte ich deine Bürgermeisterin sein keine Sorge ich bin viele Male verheiratet gewesen und weiß wie es geht sie lachte über Dodgers Gesichtsausdruck und fügte ernster hinzu gut gemacht Junge das Mädchen soll dich nach oben zur Familie bringen schau bei mir vorbei bevor du gehst vielleicht habe ich ein Päckchen mit Wegzehrung für dich Dodger folgte der Bediensteten die steinerne Treppe hinauf zu der magischen Tür zwischen den Menschen die den Boden wischen und den anderen die über den Boden schreiten zu der Tür zwischen dem unten und dem oben der Welt was er im oben fand war ein Chaos mit Ehemann und Ehefrau als unfreiwilligen Schiedsrichtern bei einem Streit zwischen zwei Jungen offenbar ging es darum wer wessen Zinnsoldaten zerbrochen hatte Mr. Mayhew nahm Dodger am Arm und nickte seiner Frau zu die ihm von dem kleinen Kriegsschauplatz herüber ein verzweifeltes Lächeln zuwarf während er ins Arbeitszimmer ihres Mannes gezogen wurde dort drückte ihn Henry Mayhew auf einen unbequemen Stuhl nahm ihm gegenüber Platz und sagte Anbetracht deines Eingreifens gestern Abend Charlie hat mir davon erzählt er zögerte du bist ein höchst bemerkenswerter junger Mann darf ich dir einige persönliche Fragen stellen bei diesen Worten griff er nach Notizbuch und Bleistift an eine solche Behandlung war Dodger nicht gewöhnt Leute die ihm persönliche Fragen stellen wollten etwa wo warst du in der Nacht zum 16 stellten sie in der Regel ohne ihn vorher um Erlaubnis zu fragen und sie erwarteten dass er sogleich Auskunft erteilte ich habe nichts dagegen Sir erwiderte er vorsichtig vorausgesetzt die Fragen sind nicht allzu persönlich er sah sich im Zimmer um während der Mann lachte und dabei dachte er wie kann ein Mann so viel Papier besitzen überall lagen Bücher und Zeitungen auch auf dem Boden aber sie bildeten ordentliche Stapel Mr. Mayhew begann mit seiner Befragung ich nehme an du bist nicht richtig getauft oder ich finde das kaum vorstellbar hast du dir den Namen Dodger selbst zugelegt Dodger entschied sich für eine Variante von Ehrlichkeit immerhin hatte er dies alles schon mit Charlie hinter sich gebracht und deshalb präsentierte er eine leicht gekürzte Version der Dodger Geschichte denn man verriet nie jemandem alles nein Sir ich bin ein Findelkind Sir und im Waisenhaus nannte man mich Dodger weil ich so schnell bin Mr. Mayhew öffnete das Notizbuch und Dodger eugte argwöhnisch darauf der Bleistift wartete über dem Papier bereit Worte festzuhalten und deshalb sagte er nichts für ungut aber ich werde ganz hibbelig wenn Worte aufgeschrieben werden und dann kann ich nicht mehr reden Sein Blick huschte bereits durchs Zimmer auf der Suche nach einem anderen Ausgang Doch Mr. Mayhew erstaunte ihn indem er erwiderte Junger Mann ich entschuldige mich dafür dich nicht vorher um Erlaubnis gefragt zu haben Weißt du ich notiere mir von Berufswegen das eine oder andere Vielleicht sollte ich schon seit einer ganzen Weile befasse Meine Kollegen und ich hoffen der Regierung die schrecklichen Zustände in London zu verdeutlichen Es ist die reichste und mächtigste Stadt auf der Welt Doch für viele ihrer Bewohner herrschen Lebensbedingungen die sich kaum von denen in Kalkutta unterscheiden Er bemerkte dass Dodgers Gesichtsausdruck unverändert blieb und fügte hinzu Ist es möglich junger Mann dass du nicht weißt was es mit Kalkutta auf sich hat Dodger starrte für einen Moment auf den Stift Nun ja es ließ sich nicht ändern Das stimmt Sir antwortete er Ich habe keine Ahnung Tut mir leid Sir Mein lieber Dodger es ist ganz und gar nicht deine Schuld Wie im Selbstgespräch fuhr Mr. Mayhew fort Unkenntnis schlechte Gesundheit unzureichende Ernährung und Mangel an sauberem Trinkwassersorten dafür dass die Situation immer schlimmer wird Deshalb frage ich einfach nur einige Leute nach Einzelheiten aus ihrem Leben auch nach ihrem Einkommen denn die Regierung muss auf eine derartige Anhäufung von Beweisen reagieren Seltsamerweise sind die Oberschichten im Allgemeinen sehr großzügig sofern es Geldspenden für Kirchen Stiftungen und andere gemeinnützige Einrichtungen betrifft aber abgesehen davon richten sie allzu strenge Blicke nach unten auch wenn sie gelegentlich Suppe für die Bedürftigen kochen Bei dem Wort Suppe knurrte Dodger der Magen und zwar offenbar so laut dass Mr. Mayhew es hörte denn er wurde plötzlich aufgeregt und sagte Oh mein lieber Dodger du musst natürlich sehr hungrig sein ich habe damit gerechnet und werde diese Glocke hier läuten damit ihr das Dienstmädchen Schinken mit Eiern bringt wir sind nicht für Arm und Reich hat so begegnete ich Menschen die ich zu den Ärmsten der Armen gezählt hätte die jedoch behaupteten ganz gut zurecht zu kommen während ich andererseits Männer kennenlernte die in vornehmen Häusern wohnen und über ein hohes Einkommen verfügen sich jedoch nur einen Schritt vom Schuldturm entfernt wähnen er lächelte läutete die Glocke und sagte wie ist es mit dir Dodger anderen Bereichen tätig wenn sich Gelegenheit dazu ergibt hältst du dich für reich oder arm Dodger erkannte eine Fangfrage auf Anhieb Mr. Mayhew so glaubte er sah die Welt vielleicht nicht mit der gleichen finsteren Schärfe wie Charlie aber es wäre ein Fehler gewesen ihn zu unterschätzen deshalb griff Dodger zum letzten Mittel das Aufrichtigkeit hieß ich schätze Sol und ich sind nicht ganz Arm Sir wissen sie wir machen ein bisschen dies und ein bisschen das und auf diese Weise schlagen wir uns recht gut durch im Vergleich zu anderen das schien den Anforderungen zu genügen denn Mr. Mayhew nickte zufrieden er blickte in sein Notizbuch und sagte Sol ist der Herr jüdischen Glaubens bei dem du wohnst wie ich von Charlie hörte ja er glaubt nicht nur Jude zu sein er ist es tatsächlich er wurde als Jude geboren soweit ich weiß das hat er mir jedenfalls erzählt Dodger fragte sich warum Mr. Mayhew lachte und er fragte sich auch woher Charlie wusste wo und bei wem er wohnte denn er erinnerte sich nicht es ihm erzählt zu haben aber das spielte eigentlich keine Rolle weil er das Dienst Mädchen und auch das Klappern eines Tabletts auf der anderen Seite der Tür hörte es war ein Klappern das auf ein schweres Tablett hinwies was Dodger für ein gutes Zeichen hielt er irrte nicht wie sich herausstellte Mr. Mayhew sagte er habe bereits gefrühstückt und so machte sich Dodger mit Heißhunger über Schinkenspeck mit Eiern her Charlie setzt große Hoffnungen in dich musst du wissen sagte Mr. Mayhew und ich gestehe meine Bewunderung für die Tatsache dass du dich so sehr für unsere junge Dame eingesetzt hast obwohl du ihr wenn ich richtig informiert bin nie zuvor begegnet bist ich bringe dich bald zu ihr offenbar versteht sie Englisch aber ich fürchte die schreckliche Tortur die sie hinter sich hat blieb nicht ohne Wirkung auf ihren Kopf denn sie kann sich nicht an die dunklen Ereignisse erinnern denen sie allem anschein nach zum Opfer fielen Dodger begutachtete das restliche Essen auf seinem Teller ohne alles auf einmal zu verschlingen was sehr ungewöhnlich war und sagte sie war sehr verängstigt mir scheint sie ist mit einem Kerl verheiratet der sie verdammt schlecht behandelt und Dodger wollte noch mehr sagen zögerte aber er dachte sie ist verletzt sie hat Angst aber ich glaube nicht dass Furcht und Schmerz ihre Erinnerungen ausgelöscht haben ich schätze sie will nur Zeit gewinnen bis sie herausgefunden hat wer ihre Freunde sind und so schlecht es ihr auch gehen mag an ihrer Stelle täte ich so als ginge es mir noch ein wenig schlechter das ist die Regel der Straße man behalte das eine oder andere Geheimnis für sich Dodger fühlte noch wenn du also gestattest wo bist du geboren Dodger er musste sich gedulden bis Dodger den Teller endgültig gelehrt und das Messer an beiden Seiten abgeleckt hatte dann erwiderte Dodger in Bow Sir aber sicher bin ich mir nicht hättest du etwas dagegen mir zu erzählen wie du aufgewachsen und zu einem Toscher geworden bist Dodger hob die Schultern zuerst war ich ein Schlammkriecher das fällt Kindern leicht es liegt gewissermaßen in ihrer Natur sie wühlen im Schlamm am Fluss und suchen nach Kohlestücken und anderen Fundstücken im Sommer ist das nicht schlecht im Winter allerdings kann es richtig mies werden wenn man schlau ist findet man einen Platz zum Schlafen und verdient sich was zu essen ich war eine Zeit lange Hilfe eines Kamin Kehrers das habe ich Charlie zu einem Schwein Sir und der Unterschied ist gar nicht mal so groß noch habe ich keinen Tosheroon gefunden aber ich hoffe einen zu entdecken bevor ich sterbe er lachte und beschloss dem sehr ernst wirkenden Mann etwas zum Nachdenken zu geben natürlich habe ich praktisch alles andere gefunden Sir alles was die Leute wegwerfen und verlieren oder warum sie sich nicht mehr scheren es ist erstaunlich was man dort unten findet insbesondere unter den Lehrkrankenhäusern oh ja meine Güte in der Kanalisation kann ich von einer Seite Londons zu anderen gehen und hochkommen wo immer es mir gefällt Sir wirklich wunderbar manchmal ist mir so als täte ich durch alte Häuser wandern geschwungene Treppen das Zeug das an den Wänden wächst die Grotte die windige Ecke das Schlafzimmer der Königin die Flüsterkammer und die anderen Plätze die wir Toscha wie unsere Westentasche kennen die wir gar nicht haben wenn der Fluss das Abendrot widerspiegelt sieht es aus wie das Paradies Sir ich erwarte nicht dass Sie mir glauben Sir aber es ist die Wahrheit Dodger hielt inne und bedachte was er gerade gesagt hatte der gesunde Menschenverstand verlangte natürlich dass er jemandem der mit Notizbuch und Stift bewaffnet war nichts übers Stehlen und die Sache mit dem Snakes Man verriet solche Offenbarungen mochten bei einem Mann wie Charlie gut aufgehoben sein aber bei Leuten wie Mr. Mayhew setzte er der Geschichte wohl besser ein paar Glanzlichter auf einmal habe ich da unten sogar ein altes Bettgestell gefunden und es ist erstaunlich wie das Licht einen Weg hinab findet sagte Dodger und lächelte während Mr. Mayhew ihn mit einer Mischung aus Bestürzung und Verwirrung musterte vielleicht auch mit einem Hauch Bewunderung dann sagte der Mann noch ein letzter Punkt mein lieber Dodger wärst du bereit mir zu verraten wie viel du mit deiner Arbeit als Toscher verdienst eine solche Frage hatte Dodger erwartet instinktiv halbierte er die betreffende Summe und antwortete es gibt gute und schlechte Tage Sir aber ich schätze ich verdiene so viel wie ein Kamin Kehrer hinzu kommt der eine oder andere Glücksfall und bist du mit deiner Tätigkeit zufrieden oh ja Sir ich gehe meiner Wege ich bin niemandem verpflichtet und jeder Tag ist wie ein neues Abenteuer Sir wenn sie verstehen was ich meine um seiner neuen Rolle als aufrechter ehrlicher junger Mann gerecht zu werden fügte er hinzu natürlich finde ich dort unten gelegentlich einen Gegenstand den jemand verloren hat und es wärmt mir das Herz wenn ich ihn zurückgeben kann eigentlich stimmte das sogar fügte er in Gedanken hinzu auch wenn es dabei um den einen oder anderen Schilling ging nach einer Weile räusperte sich Mr. Mayhew und sagte ich danke dir für deine erhellenden Auskünfte Dodger wie ich sehe bist du mit dem Frühstück fertig und hast keinen einzigen Krümel auf dem Teller zurückgelassen vielleicht ist es an der Zeit dir einen Besuch bei unserem Gast zu gestatten hast du jemals ein Bad genommen ich muss sagen dass du erstaunlich sauber bist wenn man deinen Beruf bedenkt Dodger grinste als er das hörte das ist wegen Solomon Sir damit meine ich den alten Mann bei dem ich wohne er kann Schmutz nicht ausstehen Sir weil er zum auserwählten Volk gehört und ja es gibt ein Bad im Hinterzimmer ein kleines in dem man steht und sich mit einem Lappen abwäscht Sir und wir haben sogar Seife ich schwöre jemand hat einmal gesagt Sauberkeit kommt gleich nach Gottes Furcht aber Solomon fürchtet Gott überhaupt nicht und scheint Reinlichkeit für wichtiger zu halten Mr. Mayhew starrte Dodger an wie ein Mann der eine Six-Pence Münze unter mehreren Viertel Pennies entdeckt hat du erstaunst mich Dodger fast erscheinst du mir wie ein Brandzeichen das sich selbst aus dem Feuer zieht eine Minute später wurde Dodger oben ins recht dunkle Dienstmädchen Zimmer geführt die junge Frau mit dem goldenen Haar saß auf dem Bett wie jemand der gerade erwacht war und ihr Lächeln schien den Raum heller zu machen zumindest für Dodger dessen leicht angegriffenes Herz rascher schlug hier ist die junge Dame die sich glücklicherweise gut erholt sagte Mr. Mayhew er deutete auf die andere anwesende Person das ist natürlich meine Frau Jane der du bereits begegnet bist glaube ich der ich dich aber noch nicht vorgestellt habe meine teure dies ist Dodger der Retter Holder Maiden in Not wie du sicher weißt Dodger war unsicher ob er Mr. Mayhew Worte richtig verstanden hatte aber er hielt einen Hinweis für angebracht nur für den Fall dass es später Ärger gab es war nur eine junge Frau in Not wenn Maid so etwas wie Dame bedeutet Sir Mrs. Mayhew sie saß neben der Unbekannten mit einem Suppenteller und einem Löffel in den Händen stand auf stellte den Teller ab und streckte die Hand aus unsere Dame in Not in der Tat Dodger wie töricht von meinem Mann zu glauben es könnte mehr als eine Dame gewesen sein sie und ihr Mann lächelten und Dodger fragte sich ob ihm ein Witz entgangen war doch Mrs. Mayhew hatte noch mehr zu sagen Dodger wusste über Familien sowie Ehemänner und Ehefrauen Bescheid die Frauen halfen ihren Männern oft wenn sie auf der Straße Waren verkauften zum Beispiel gebackene Kartoffeln und Sandwiches gebackene Kartoffeln waren ein echter Leckerbissen und manchmal machten ganze Familien bei dieser Arbeit mit Dodger der ein Auge für solche Zusammenhänge hatte beobachtete die Gesichter und achtete darauf wie die Leute miteinander sprachen und manchmal gewann er folgenden Eindruck obwohl der Mann der Herr war wie es sich gehörte schien die Ehe doch wie ein Kahn auf dem Fluss zu sein wobei die Ehefrau dem Wind ähnelte der dem Kapitän vorgab in welche Richtung der Kahn zu segeln hatte Mrs. Mayhew war vielleicht nicht der Wind aber sie verstand es zu pusten die beiden Eheleute lächelten sich an und Mrs. Mayhew sagte traurig ich fürchte zum ersten Mal wie ich vermute brachten ihre Erinnerungen durcheinander und deshalb kann ich sie leider nicht richtig vorstellen Simplicity muss zunächst als Name genügen ein guter christlicher Name wie ich hinzufügen möchte er gefällt mir denn eine alte Freundin von mir hieß so die Dame ist recht jung und wir können hoffen dass sie schnell wieder zu Kräften kommt der Zeit allerdings halte ich die Vorhänge so lange wie möglich geschlossen um die Geräusche der Kutschen auf der Straße zu dämpfen sie scheinen Simplicity zu beunruhigen es freut mich festzustellen dass sie nicht mehr so schwach ist wie zu Anfang und auch die blauen Flecken verblassen unglücklicherweise muss ich annehmen dass ihr Leben in jüngster Zeit nicht angenehm gewesen ist obwohl es Anzeichen dafür gibt dass es einmal erträglicher war immerhin muss jemand etwas für sie übrig gehabt haben als er ihr wüsste nicht mit welchem Code sich Mr. Mayhew und seine Frau verständigten aber er bemerkte dass ein großer Teil davon aus bedeutungsvollen Blicken bestand und eine der wortlosen Botschaften lautete offenbar im Beisein dieses Jungen sollten wir besser nicht ausführlicher über einen wertvollen Ring reden Dodger sagte sie fürchtet sich wenn sie kutschen hört ja was ist mit anderen Geräuschen wie zum etwa zur Zeit von Dodger gingen die meisten Abwässer von London in Faulbehälter oder Senkgruben die regelmäßig geleert wurden Düngewagen brachten ihren Inhalt fort du bist ein überaus scharfsinniger junger Mann sagte Mrs. Mayhew Dodger errötete so scharf bin ich gar nicht entgegnete er nein Dodger sagte Mrs. Mayhew ohne die Miene zu verziehen ich meine dass du schnell verstehst und außerdem bist du ein Mann von Welt beziehungsweise von London was aufs selbe hinausläuft Mr. Dickens hofft dass du imstande bist uns bei der Aufklärung dieses Rätsels zu helfen sie wechselte einen weiteren Blick mit ihrem Mann und fügte hinzu du weißt vermutlich dass diese Sache noch einen anderen teuflischen Aspekt hat sie zögerte wie bei dem Versuch unangenehme Gedanken aus ihrem Kopf zu verscheuchen ich nehme an dir ist klar dass die junge Dame dass sie ich meine mit einer Mischung aus Verlegenheit und Verwirrung rauschte Mrs. Mayhew hinaus und hinterließ ein plötzlich stilles Zimmer Dodger blickte zu Simplicity hinüber und wandte sich dann an Mr. Mayhew Sir wenn sie nichts dagegen haben ich würde gern allein mit Simplicity reden ich kann ihr dabei helfen die Suppe zu essen vielleicht ist sie bereit sich ein wenig mit mir zu unterhalten nun es erscheint mir unziemlich eine junge Dame allein in einem Schlafzimmer in deiner Gesellschaft zu lassen ja Sir es ist auch unziemlich eine junge Dame halb tot zu schlagen und sie ertränken zu wollen aber das war nicht ich Sir deshalb frage ich mich ob sie vielleicht bereit wären die Regeln in der privaten Welt ihres Hauses ein wenig menschlicher zu gestalten ein Geräusch wies darauf hin dass Mrs. Mayhew draußen vor der Tür wartete und der plötzlich leicht konfuse Henry Mayhew sagte ich lasse die Tür offen wenn Miss Simplicity einverstanden ist seinen Worten folgte vom Bett her sofort der unverkennbare Klang von Simplicities Stimme bitte Sir ich würde mich über die Gelegenheit freuen ein christliches Wort mit meinem Retter zu wechseln Mr. Mayhew ließ die Tür tatsächlich einen Spaltbreit offen und Dodger fühlte sich von einer seltsamen Unsicherheit erfasst als er auf dem Stuhlplatz nahm den Mrs. Mayhew freigegeben hatte er schenkte Simplicity ein unsicheres Lächeln das sie mit beträchtlichem Wohlwollen erwiderte dann nahm er den Suppenlöffel bot ihn ihr an und fragte was wünschst du dir was soll als nächstes geschehen ihr lächeln wurde breiter langsam und vorsichtig nahm sie den Löffel entgegen hob ihn zum Mund und schluckte ihre Suppe mit leiser Stimme erwiderte sie ich würde gern sagen dass ich nach Hause möchte aber ich habe kein zu Hause mehr und ich weiß nicht wem ich trauen kann kann ich dir trauen Dodger ich glaube ich sollte einem Mann vertrauen der tapfer für eine Frau gekämpft hat die er nicht einmal kennt Dodger tat so als wäre es nichts besonderes für ihn junge Frauen in Not zu retten ich bin ziemlich sicher dass du Mr. und Mrs. Mayhew vertrauen kannst doch Simplicity überraschte ihn mit den Worten nein da bin ich mir nicht sicher Mr. Mayhew hätte es lieber wenn wir beide er scheint zu glauben dass du mir gegenüber die Situation irgendwie ausnützen könntest aber das halte ich für sie überlegte und schien nach einem geeigneten Wort zu suchen unpassend du hast für mich gekämpft du hast mich gerettet und jetzt willst du mir etwas zu leide tun die Mayhews sind gute Menschen kein Zweifel aber gute Menschen könnten zum Beispiel auf den Gedanken kommen dass es besser wäre mich den Gesandten meines Mannes zu übergeben da ich seine Ehefrau bin manche Leute nehmen es mit solchen Äußerlichkeiten sehr genau zweifellos käme jemand mit einem unterschriebenen Dokument ausgestattet mit einem eindrucksvollen Siegel und dann würden die Mayhews dem Gesetz gehorchen einem Gesetz das zulässt mich aus dem Land zu bringen in dem meine Mutter geboren ist zurück zu einem Ehemann dem ich peinlich bin und der es nicht wagt seinem Vater zu trotzen Ihre Stimme wurde kräftiger als sie sprach und Dodger merkte plötzlich dass sie auch immer mehr wie ein Straßenmädchen klang wie ein Mensch der wusste wie der Hase lief der leichte deutsche Akzent war verschwunden und die Vokale von England lagen in Simplicity Ton Außerdem ging sie genauso vor wie alle klugen Menschen sie verriet nichts was der andere nicht unbedingt wissen musste Dodger versuchte dem Akzent einen Ort zuzuordnen er wusste von fremden Sprachen aber als anständiger Londoner hielt er nicht viel davon und wusste wie alle anderen wer kein Engländer war wurde früher oder später zu einem Feind wenn man sich bei den Docks herum trieb lernte man die fremden Sprachen nicht unbedingt aber man wurde zumindest mit ihrem Klang vertraut ein aufmerksames Ohr stellte fest dass ein Holländer anders sprach als ein Deutscher einen Schweden erkannte man natürlich immer und Finnen gähnten wenn sie mit einem redeten Dodger konnte eine Sprache gut von der anderen unterscheiden aber er hatte sich nie die Mühe gemacht eine von ihnen zu erlernen allerdings hatte er schon als Zwölfjähriger gewusst was wo japanische sprachen jede Dokratte war mit diesen Worten vertraut und die leichten Mädchen gaben einem vielleicht einen Viertel Penny wenn man den neugierigen Herren die richtige Richtung wies als er älter wurde begriff er dass manche Leute diese Richtung für die falsche hielten offenbar gab es zwei verschiedene Sichtweisen für die Welt aber nur eine wenn man hungerte er hörte Bewegung auf der anderen Seite erstaunten Mr. Mayhew und seiner Frau Sir Madam ich habe ein nettes Gespräch mit Simplicity geführt das Geräusch von Kutschen scheint sie tatsächlich zu ängstigen wenn ich sie nach draußen begleiten könnte damit sie Gelegenheit bekäme ein wenig frische Luft zu genießen dann könnte sie sehen dass es ganz gewöhnliche Kutschen sind also hätten sie etwas dagegen wenn ich Simplicity zu einem kleinen Spaziergang ausführe ein tiefes Schweigen folgte diesen Worten und wies Dodger darauf hin dass seine Gastgeber den Vorschlag vermutlich für keinen guten Einfall hielten plötzlich ging ihm ein anderer Gedanke durch den Kopf und der lautete ich rede mit diesen Leuten als stünde ich mit ihnen auf einer Stufe es ist bemerkenswert was ein gebrauchter Anzug und eine Portion Schinken mit Eiern mit einem Menschen anstellen können aber ich bin noch immer der Bursche der heute morgen als Toscher aufgewacht ist und bei diesem Ehepaar handelt es sich noch immer um Mr. und Mrs. Mayhew die heute morgen in diesem großen Haus aufgewacht sind und deshalb sollte ich besser vorsichtig sein damit sie mich nicht wieder für einen Toscher halten und hinauswerfen an sich selbst gerichtet fügte er ziemlich frech hinzu ich habe keinen Herrn niemand kann mir Befehle erteilen ich werde nicht von den Pilern gesucht und ich habe nichts getan dessen ich mich schämen müsste ich habe nicht so viel Geld wie diese Leute oh nein bei weitem nicht aber ich bin nicht schlechter als sie Mrs. Mayhew zögerte und sagte dann sehr behutsam ich bin ganz sicher dass Simplicity früher oder später an die frische Luft muss und deshalb liegt ein solcher Spaziergang durchaus im Bereich des möglichen Dodger aber du verstehst sicher dass er nur in Anwesenheit einer Anstandsdame stattfinden kann sie einfach so einem jungen Mann zu überlassen wie tapfer und heldenhaft er auch sein mag stieße in vornehmen Kreisen auf Missbilligung natürlich bin ich davon überzeugt dass du nur die besten Absichten hast aber wir müssen uns trotzdem strikt an diese Regeln halten Mr. Mayhew wirkte ebenso verlegen wie seine Frau und Dodger der noch immer seinem Glück vertraute sagte in besonders einschmeichelndem Ton Liebe Mrs. Mayhew ich verspreche Ihnen dass es kein Techtel Mechtel geben wird denn ich weiß nicht was ein Techtel ist und mit dem Mechtel kenne ich mich nicht aus für einen Moment wich die Strenge aus Mrs. Mayhews Blick und sie sagte du bist ein ziemlich unverfrorener junger Mann Dodger das hoffe ich sehr Mrs. Mayhew denn wer friert schon gern ich habe es lieber warm und ganz abgesehen davon Mrs. Mayhew Unverfrorenheit ist besser als Dummheit ich versichere ihnen dass mir viel an Simplicities Wohlergehen liegt ich habe auch daran gedacht dass wir alle die Kerle finden wollen die sie zusammengeschlagen haben und wenn ich mit ihr einen Spaziergang unternehme stößt sie in der Stadt vielleicht auf Hinweise die uns weiterhelfen könnten ich weiß dass die Kutsche aus der sie entkam ein Geräusch verursachte das ich aber wir das heißt meine Frau und ich sind der Ansicht dass es bei dieser Situation noch andere Aspekte gibt Dodger strafte die Schultern ja Sir das fürchte ich ebenfalls und ich glaube auch Charlie ist dieser Meinung ich weiß nicht was eloquent bedeutet aber ich kenne London Sir jeden schmutzigen Quadratzentimeter und ich weiß wo es sicher ist und wo nicht alle kennen Dodger Sir und Dodger kennt alle also wird Dodger herausfinden was er ihren wünschen gemäß herausfinden soll ja Dodger sagte Mrs. Mayhew da hast du bestimmt recht aber mein Mann und ich fühlen uns in loco parentis der jungen Dame gegenüber die offenbar sonst niemanden hat der sich um sie kümmert und deshalb müssen die gesellschaftlichen Gepflogenheiten beachtet werden Dodger der nicht wusste was ein loco parentis war hob die Schultern und sagte völlig klar Mrs. aber ich komme morgen trotzdem hierher am Nachmittag für den Fall dass sie es sich anders überlegen Mr. Mayhew schloss zu ihm auf als er die Küche erreichte meine Frau ist ein bisschen überempfindlich wenn du verstehst was ich meine Dodger konnte nur nein ich verstehe nicht antworten und wie zwei Gentlemen beliesen sie es dabei er schüttelte Mr. Mayhew die Hand eilte durch die Küchentür und staunte noch immer darüber dass die Mayhew so kühne Worte aus seinem Mund zugelassen hatten er brannte darauf soll davon zu erzählen die Köchin wirkte nicht überrascht als er in der Küche erschien ach mein Junge sagte sie bist ein aufgehender Stern wie verkehrst mit besseren Leuten gut für dich der Bursche den ich hier vor mir sehe ist offenbar nicht irgendein Toscher sondern ein kluger junger Mann für den die Welt günstige Gelegenheiten bietet sie reichte ihm ein schmieriges Bündel und sagte zur Zeit ist hier das Geld knapp die Dinge ringsum sind ein wenig besorgniserregend geworden du weißt es natürlich nicht aber das zweite Dienstmädchen musste uns verlassen ich nehme an Mrs. Sharples ist die nächste wenn es schlimmer wird kein großer Verlust und anschließend bin ich an der Reihe obwohl ich mir die Hausherrin kaum am Herd vorstellen kann aber ich habe dir einige Reste eingepackt ein paar kalte Kartoffeln und Möhren außerdem ein ordentliches Stück Schweinefleisch Dodger nahm das Bündel vielen Dank das ist sehr nett von Ihnen das veranlasste Mrs. quickly die Arme um ihn zu schlingen und mit ihm schmusen zu Kuss unterstreichen fügte sie hoffnungsvoll hinzu und so küßte Dodger die Köchin eine recht vollbusige Dame die ziemlich lange küßte und als er sich von ihr lösen durfte sagte sie wenn du hoch aufsteigst vergiss nicht diejenigen die tief unten leben 6 hier kauft ein Sixpence viel Suppe und das Gold eines Fremden kauft einen Spion der Kuss der Köchin bescherte Dodger eine Verlegenheit die ihm bis nach Hause folgte ebenso wie ein bisschen Gekröse irgendwie war er nicht mehr ganz sicher wer er eigentlich war ein Junge aus der Kanalisation oder einer der mit feinen Leuten verkehrte obgleich er genug wusste und begriff dass Mr. und Mrs. Mayhew nicht unbedingt zu den feinen Herrschaften zählten trotz des großen Hauses und der Bediensteten das Haus war zweifellos besser als alle Unterkünfte in denen Dodger jemals gewohnt hatte aber hier und dort neigte es ein wenig zum schäbigen von Schmutz im eigentlichen Sinn konnte keine Rede sein doch an einigen Stellen gab es Anzeichen von Vernachlässigung die darauf hindeuteten dass das Geld tatsächlich knapp war wie Mrs. Quigley gesagt hatte selbst Leute wie die Mayhews mussten auf den Penny achten Mrs. Mayhew war ebenfalls besorgt gewesen und Dodger hatte den Eindruck gewonnen dass die Sorge bei ihr gewissermaßen eingebaut war und nicht nur Simplicity galt er tat es Welt dachte er je mehr man hat desto größer ist die Sorge es zu verlieren wenn das Geld ein bisschen knapp wird fürchtet man das hübsche Haus mit all den hübschen Dingen darin aufgeben zu müssen Dodger hatte sich Zeit seines Lebens keine großen Sorgen gemacht es sei denn um elementare Bedürfnisse wie eine anständige Mahlzeit und einen Platz zum Schlafen man brauchte kein Haus mit vielen hübschen Dingen und Dodger war darauf spezialisiert hübsche Dinge zu bemerken insbesondere jene die einen gewissen Wert hatten und schnell in die Tasche gesteckt werden konnten um sich anschließend in Geld zu verwandeln welchen Sinn hatten sie sollten sie darauf hinweisen dass man sich solchen Überfluss leisten konnte fühlte man sich dadurch besser wurde man glücklicher die Mayhues lebten auf eine steife nicht er hatte eine sonderbare Anspannung gespürt die er nicht genau benennen konnte eine irgendwie in der Luft liegende Traurigkeit und seltsamerweise wurde auch Dodger ein wenig traurig was ihn erstaunte gewöhnlich neigte er nicht dazu traurig zu sein wer hatte schon Zeit für so etwas er hatte oft den Hals voll ärgerte sich und wurde sogar zornig aber das waren nur Wolken am Himmel früher Doch als er das Haus der Mayhus hinter sich ließ schien er die Sorgen anderer Leute mitzunehmen dagegen schien es für ihn nur ein einziges Heilmittel zu geben in die Kanalisation hinunter zu steigen denn wenn er schon down war konnte er auch die Gelegenheit nutzen ein bisschen herum zu suchen und vielleicht einen Sixpence zu finden doch erst musste er zur Mansarde zurück und sich umziehen der gebrauchte Anzug war die beste und schickste Kleidung die er je besessen hatte und es gehörte sich nicht darin zu arbeiten oder aber Simplicity Seine Gedanken kehrten immer wieder zu ihr zurück er fragte sich wer sie war wer vielleicht wusste was ihr widerfahren war und aus welchem Grund und natürlich wer sie zusammengeschlagen hatte das musste er unbedingt herausfinden und in dieser überfüllten Stadt was andere sagten die Polizei wusste natürlich nichts denn niemand der noch alle Sinne beisammen hatte sprach mit den pilern einer oder zwei von ihnen waren ganz in Ordnung aber es brachte nichts ihnen zu vertrauen doch mit Dodger sprachen die Leute dem guten alten Dodger insbesondere wenn er ihnen einen Sixpence lieh zurückzuzahlen am Sankt Nimmerleins Tag und so war seine Rückkehr zur Mansarde wo er sich umziehen wollte keine gerade Strecke sondern ein Weg voller Windungen und Drehungen denn er machte hier und dort Halt um mit Leuten zu reden die manche für Abschaum hielten zum Beispiel mit den Cognes die Äpfel verkauften und nichts lieber taten als sich gegen die Piler zusammen zu rotten und einen regelrechten Krieg zu führen wobei jede Waffe recht war er sprach mit den Straßenhändlern die von hauchdünnen Gewinnmargen lebten und er plauderte mit den Damen die herum hingen ohne viel zu tun sich aber immer freuten wenn sie einem Herrn mit Geld begegneten der nett und großzügig war erst recht wenn sie ihm etwas ins Glas getan hatten anschließend konnte sich der Betreffende vielleicht über eine lange Reise die Themse hinunter freuen zu sogar fressen wollten wie man hörte wenn einer der Herren echt Pech hatte oder wenn er eine Person wie Mrs. Holland in Bankside verärgert hatte so machte er die Reise die Themse hinunter ohne Boot oder Schiff dann gab es da die Männer beim Würfelspiel bei dem man immerhin gewinnen konnte wenn man nüchtern genug war und die Würfel richtig fielen anders sah es bei geboten wurde auf diesem kleinen Schlachtfeld setzte man Geld auf den Verbleib besagter Erbse wobei man sich auf seine scharfen Augen verließ während der gut gelaunt schwatzende Mann die Fingerhüte bewegte nie nie erriet man den richtigen Fingerhut denn wo sich die Erbse wirklich befand wussten nur der fröhliche Mann und Gott und vermutlich war nicht einmal gottsicher wenn man genug getrunken hatte versuchte man es stets von Neuem wobei man immer mehr Geld wettete denn selbst wenn man einfach nur riet früher oder später musste man auf den richtigen Fingerhut deuten aber leider kam es nie dazu schließlich gab es dann noch das Kasperlet Theater das sich in letzter Zeit besonders große Beliebtheit erfreute weil es dabei einen Polizisten gab den der Kasper mit seinem lachten wenn der Kasper mit seiner quiekenden Stimme die nach einem schrecklichen Raubvogel oder einem quietschenden Rad einer Kutsche klang so wird das gemacht rief wenn man älter wurde verstand man Kasper war der Mann der den Säugling aus dem Fenster warf und seine Frau schlug so etwas passierte natürlich das Schlagen der Frau ganz gewiss und was mit dem Säugling geschah so etwas eignete sich nicht für Kinder in glücklichen Familien ging es sicher anders zu in Dodgers Geist bildete sich nach und nach eine grässliche schimmernde Dunkelheit darin eingebettet eine junge Frau mit wundervollem goldenem Haar und als er am Kasperletheater vorbeikam ballte er unwillkürlich die Fäuste und musste sich beherrschen um der quiekenden quietschenden Puppe keinen Schlag zu versetzen ein Schaudern und er zwang sich auf den Boden der Realität zurück er kannte dies alles er hatte es immer gekannt aber Simplicity nun Simplicity war eine Person für die er vielleicht etwas tun konnte und dieses etwas betraf nicht nur Simplicity sondern auch ihn selbst auf eine seltsame Art und Weise die er noch nicht ganz verstand wenn er Darbietungen sehen wollte bei denen er sich nicht mies fühlte oder zornig wurde dann ging er zu den Männern mit den Hunden die Kunststücke zeigten oder zu den Männern die schwere Gewichte hoben oder zu den Boxern die natürlich mit bloßen Fäusten kämpften aber an diesem Tag stellte Dodger Fragen und dabei gab er sich alle Mühe er sprach mit zwei Damen die auf einen Herrn warteten er sprach mit den Würfelspielern die ihn dem Namen nach kannten und er sprach auch mit dem ächzenden Gewicht Heber bei einer Gelegenheit erinnerte er sogar jemanden an die Six Pence die er ihm einmal wegen seiner armen Mutter geliehen hatte und er fügte geschickt hinzu Oh keine Sorge ich bin sicher du zahlst mir das Geld eines Tages zurück kurz gesagt Dodger bewegte sich auf der Bühne der Welt zumindest jenes teils der Welt der sich im Rotlicht Viertel von London befand streckte überall seine Fühler aus und ließ kleine Fragen in der Luft schweben wenn jemand eine Kutsche quietschen hörte sollte er Dodger Bescheid geben oder besser noch dachte er wenn der Besitzer einer quietschenden Kutsche einer Kutsche die quietschte oder schrie wie ein Schwein beim Anblick des Schlachtermessers von den Fragen erfuhr so wollte er die Sache vielleicht mit dem Fragesteller klären er verglich es damit Brotkrumen ins Wasser zu werfen um zu sehen ob etwas aufstieg und danach schnappte der Nachteil dieser Methode bestand darin dass das Wesen das hungrig aufstieg ein Hai sein konnte dann fiel ihm der glückliche Familie Mann ein Dodger zögerte bei diesem Gedanken und fragte sich wo und wann er den glückliche Familie Mann und seinen Wagen zum letzten Mal gesehen hatte wahrscheinlich auf einer der Brücken wo es immer viel Laufkundschaft gab es war eine zauberhafte Sache das mit der glücklichen Familie der kleine Wagen mit seiner bunten Menagerie aus Tieren die alle friedlich zusammen lebten Dodger nahm sich vor Simplicity bei der ersten sich bietenden Gelegenheit dorthin mitzunehmen sie wäre bestimmt entzückt dann merkte er plötzlich dass er weinte als er in seinem Kopf erneut ein wunderschönes Gesicht betrachtete das aussah als hätte man es die Treppe hinunter geworfen jemand hatte ihr Schreckliches schwor er sich den Übeltäter einen Kasper ganz besonderer Art zu finden und ihm eine Lektion zu erteilen die er so schnell nicht vergaß so schnell etwas lenkte Dodger ab etwas das an seinen Hosenbeinen zog und als er den Blick senkte entdeckte er zwei Kinder fünf oder sechs Jahre alt die hoffnungsvoll zu ihm aufsahen es war nicht unbedingt der Anblick den er gerade brauchte aber beide Kinder hatten jeweils eine Hand ausgestreckt und hielten sich mit der anderen aneinander fest er erinnerte sich daran das selbst einmal getan zu haben allerdings nur bei Leuten die er für reich gehalten hatte obwohl wenn man hungrig und fünf Jahre alt war hatten vermutlich alle mehr Geld als man selbst in seinen schmucken Klamotten sah Dodger natürlich gar nicht mehr wie ein Toscher aus du bist noch immer einer sagte er sich aber du bist nicht mehr irgendein Toscher und jetzt bist du für einen Sixpence ein feiner Herr also führte er die Kinder zur Bude von Marie Jo die nahrhafte Suppe für Gott und die Welt hatte falls sie einige Pennys erübrigen konnten und manchmal wenn sie in besonders großzügiger Stimmung war kostete ihre Suppe noch weniger Marie Jo gehörte zu den Guten und es gab nicht genug von ihnen man erzählte sich viele Geschichten über sie und eine davon lautete dass sie einmal eine berühmte Schauspielerin irgendwo im Franzmann Land gewesen war und tatsächlich selbst heute umgab sie noch etwas feenhaftes sie war angeblich mit einem Soldaten verheiratet gewesen der in irgendeinem Krieg gefallen war aber glücklicherweise erst nachdem er ihr zugeflüstert hatte wo die bei den vielen Feldzügen zusammengeraffte Beute versteckt lag als eine der guten und anständigen trotz ihrer Ehe mit einem Franzmann hatte sie diese Bude eingerichtet eine von denen denen man trauen konnte mit anderen Worten man konnte davon ausgehen dass die Suppe kein Rattenfleisch enthielt auch nichts Schlimmeres als Rattenfleisch man durfte auch darauf vertrauen dass Marie Jo keine Suppe austeilte die mit Bestandteilen von Katzen und Hunden gekocht worden war nein ihre Suppe war voller Linsen und anderer Zutaten die nicht alle lecker schmeckten aber zusammengenommen taten sie gut und hielten warm zugegeben manchmal kam ein bisschen was vom Pferd hinein das war nun mal der Geschmack der Franzmänner und bedeutete eigentlich nur dass man ihre Reste überließen in dem Wissen dass sie in ihrer Bude Verwendung fanden die Leute sagten dass sie mit ihrem französisch angehauchten Charme die Chefköche feiner Restaurants um den Finger wickelte aber alle sagten gut gemacht denn alles landete in dem großen Topf der die ganze Nacht umgerührt wurde wobei Marie Jo nur innehielt um den Teller des nächsten Kunden zu füllen und man bezahlte was man ihrer Meinung nach bezahlen sollte und niemand wagte zu falschen denn keiner wollte dass sie entrüstet mit ihrer Schöpfkelle winkte als Dodger mit den beiden Kindern bei ihr erschien musterte sie ihn und sagte na sowas sind wir plötzlich zu Geld gekommen wem hast du es gestohlen aber sie lachte denn sie beide erinnerten sich daran dass vor Jahren als ihr Haar nicht so weiß gewesen war ein kleiner Dodger mit ausgestreckter Hand vor ihrer Bude gestanden hatte so traurig und hoffnungsvoll wie die Kinder die er mitgebracht hatte nichts für mich Marie Jo sagte er aber bitte gibt den beiden heute und morgen für einen Sixpence zu essen ja der Ausdruck ihres Gesichts war seltsam wie die Suppe die sie verkaufte enthielt er von allem etwas aber lass mich deine Sixpence sehen junger Dodger er klatschte die Münzen auf den Tresen wo Marie Jo sie betrachtete ihn wieder musterte und ihren Blick auf die beiden Kinder richtete die fast sabberten so groß war ihre freudige Erwartung dann sah sie erneut Dodger an der verlegen errötet war und sagte leise meine Güte da liegt ja das Geld kein Zweifel und was tue ich jetzt dann schuf ein großes Lächeln noch mehr Falten in ihrem Gesicht und sie fügte hinzu für dich Dodger gebe ich diesen beiden Schlingeln heute und morgen zu essen und vielleicht auch übermorgen aber sag mir doch was ist nur geschehen hat sich die Welt plötzlich auf den Kopf gestellt als ich nicht hingesehen habe behaupte nur nicht dass du zur Kirche gegangen bist ein man es glauben mein kleiner Dodger ist zu einem Engel geworden Marie Jo sprach seinen Namen mit französischem Akzent aus was ihm jedes Mal einen wohligen Schauer über den Rücken jagte sie kannte jeden und wusste alles über alle und jetzt schenkte sie Dodger ein gefährliches Lächeln aber man musste immer auf ihr Spiel eingehen und deshalb erwiderte ihr ihr Lächeln und antwortete Lob mich nicht zu sehr Marie Jo ich möchte vermeiden dass ich plötzlich als allzu edel dastehe wie dem auch sei auch ich bin einmal Kind gewesen verstehst du übrigens wenn du aufschreibst wie viel du ihnen zu essen gibst ich bringe dir das Geld später verlass dich drauf Marie Jo warf ihm einen Kuss zu der nach Pfefferminz roch senkte die Stimme beugte sich vor und sagte ich höre so einiges über dich mein Junge sei vorsichtig es ging unter anderem um die Sache mit Holzbein Higgins gestern er erzählt es überall herum noch leiser fügte sich hinzu dann war da dieser Gentleman und ich erkenne einen Gentleman auf Anhieb er fragte nach jemandem namens Dodger und ich glaube nicht dass es ihm darum geht dir ein Geschenk zu überreichen er war eine hieß er vielleicht Dickens fragte Dodger nein ihn kenne ich Mr. Charlie der Journalist mit den Peelern vertraut einer von euch unerträglichen Engländern wenn ich raten müsste mein Freund er kam mir eher wie ein Anwalt vor und dann als wäre überhaupt nichts geschehen wandte sie sich ohne einen weiteren Blick dem nächsten Kunden zu Dodger setzte seinen Weg fort und traf an jeder Straßenecke jemanden den er kannte hier und dort hielt er ein schwätzchen und streute dabei die eine oder andere kleine Frage ein oh es war nicht weiter wichtig nur eine begebenheit die ihm gerade einfiel und eine junge Frau mit goldenem Haar betraf die während des Unwetters neulich aus einer Kutsche gesprungen war nicht dass er näheres wissen wollte er hatte die Geschichte nur irgendwo aufgeschnappt weiter nichts er war einfach der gute alte Dodger und alle kannten Dodger und wussten dass er mehr über die Kutsche und die junge Frau mit dem goldenen Haar erfahren wollte er musste vorsichtig sein aber natürlich er war immer vorsichtig und dann stand er vor der wackeligen Treppe die zur Mansarde hinaufführte Solomon war natürlich zu Hause und bei der Arbeit er arbeitete immer es war keine harte Arbeit im eigentlichen Sinn er eine weiche und sie betraf kleine Dinge die kleine Werkzeuge und beträchtliche Mengen an Geduld erforderten außerdem eine ruhige Hand und gelegentlich ein Vergrößerungsglas Onan hatte sich unter Solomons Stuhl zusammengerollt wie nur er sich zusammenrollen konnte der alte Mann ließ sich Zeit beim Verriegeln der Tür und sagte dann hast wieder viel zu tun gehabt mein Freund ich hoffe du bist erfolgreich gewesen Dodger zeigte ihm das Paket aus der Küche der Mayhus und Solomon fügte hinzu sehr schön wirklich sehr schön ein gutes Stück Schweinefleisch ich denke daraus wird eine Kasserolle gute Arbeit vor einigen Jahren als er mit einem Stück Schweinefleisch heimgekehrt war das auf mysteriöse Weise aus einem Küchenfenster geradewegs in die Hände des zufällig vorbeikommenden Dodger gefallen war hatte er zu Solomon gesagt ich dachte Juden dürfen kein Schweinefleisch essen oder wenn Onan der König des Zusammenrollens war so konnte man Solomon getrost den Prinzen des Schulterzuckens nennen streng genommen mag das so sein erwiderte er aber hier gelten andere Regeln zunächst einmal ist dies ein Geschenk Gottes und man sollte eine göttliche Gabe niemals ablehnen und außerdem scheint dieses Schweinefleisch sehr gut zu sein besser als das was man gewöhnlich bekommt und ich bin ein alter Mann der Hunger hat manchmal glaube ich dass sich die Regeln die vor vielen Jahrhunderten festgelegt wurden damit meine reizbaren und zänkischen Vorfahren die Wüste durchqueren konnten nur schwer auf diese Stadt des Regens und des Nebels übertragen lassen außerdem bin ich ein älterer Mann der recht hungrig ist und darauf weise ich zweimal hin weil ich es für wichtig halte ich glaube dass Gott unter diesen Umständen Verständnis hat denn sonst wäre er nicht der Gott den ich kenne das ist einer der Vorteile Jude zu sein nachdem meine Frau beim Pogrom in Russland ihr Leben verloren hatte kam ich nur mit meinen Werkzeugen nach England und als ich die weißen Klippen von Dover sah allein ohne meine Frau da sagte ich Gott heute glaube ich nicht mehr an dich was hat Gott geantwortet? fragte Dodger Solomon seufzte theatralisch als fühle er sich von der Frage herausgefordert dann lächelte er und erwiderte Gott sagte zu mir ich verstehe Solomon gib mir Bescheid wenn du es dir anders überlegst damit war ich recht zufrieden denn ich hatte meine Meinung gesagt und die Welt war besser und jetzt befinde ich mich an einem recht schmutzigen Ort bin aber frei und es steht mir zu Schweinefleisch zu essen wenn Gott es mir anbietet Solomon wandte sich wieder seiner Arbeit zu ich stelle Zahnräder für diese Uhr her mein Junge was mich sehr in Anspruch nimmt und eine gute Koordination von Hand und Auge erfordert gleichzeitig ist es eine beruhigende Tätigkeit und deshalb freue ich mich auf die Zahnräder es bedeutet dass ich der Zeit helfe sich selbst zu kennen so wie sie meine Zukunft kennt Stille folgte diesen Worten abgesehen von den Geräuschen die Solomons Werkzeuge verursachten und das war Dodger nur recht denn er wusste nicht was er darauf erwidern sollte er fragte sich ob es daran lag dass Solomon Jude war oder vielleicht an seinem Alter oder an beidem zusammen ich möchte ein bisschen nachdenken wenn es dir recht ist sagte er schließlich natürlich ziehe ich mich um Dodger glaubte nämlich dass er beim Toschen am besten nachdenken konnte in der vergangenen Nacht hatte es geregnet aber nicht zu heftig und nun wünschte er sich ein wenig Zeit ohne sie mit jemand anderem teilen zu müssen Solomon winkte ihn fort geh nur Junge und bitte nimm Onan mit etwas später und ein ganzes Stück von der Mansarde entfernt wurde ein Gullideckel angehoben und Dodger sank dankbar in seine Welt hinunter wegen des Regens war es nicht allzu schlimm und es gab noch etwas Tageslicht außerdem hörte er Echos oh ja die Echos es war erstaunlich was die Tunnel und Röhren empfingen und Stimmen trugen manchmal sehr weit jeder Ton verließ seinen sterbenden Geist und tanzte wer weiß wie weit und dann die Geräusche von der Straße manchmal konnte man ein Gespräch verfolgen das in der Nähe eines Abflusses stattfand dann redeten oben die Leute ohne etwas vom unten verborgenen Toscher zu ahnen einmal hatte Dodger gehört wie eine Dame aus einer Kutsche gestiegen und gestolpert war was dazu geführt hatte dass ihre Handtasche zu Boden fiel und sich öffnete wie es ein glücklicher Zufall wollte rollte ein Teil des Gelds in den nahen Abfluss der junge Dodger hatte die Rufe gehört ebenso die Verwünschungen die dem Kutscher galten dessen Schuld nach Ansicht der Dame darin bestand die Kutschentür nicht richtig offen gehalten zu haben wie Manna vom Himmel fielen ihm ein halber Sovereign zwei halbe Kronen eine Sixpence-Münze vier Pennies und ein Viertelpenny in die Hände zu jener Zeit hatte er sich über den Viertelpenny geärgert was fing eine große Dame die eine eigene Kutsche besaß mit einem Viertelpenny in ihrer Tasche an Viertelpenny dies waren für arme Leute und das galt erst recht für halbe Viertel Pennies so gute Tage bekam man nicht oft doch es waren nicht die Tage die der Kanalisation geisterhaftes Leben verliehen sondern die Nächte Toscher mochten Nächte mit schwachem Mondschein wenn sie nachts nach unten stiegen nahmen sie manchmal eine dunkle Laterne mit eine mit einer Klappe die geschlossen werden konnte wenn man nicht gesehen werden wollte doch solche Laternen waren teuer und sperrig und Toscher mussten manchmal sehr schnell sein dort unten im Dunkeln gab es nicht nur gute ehrliche Toscher oh nein natürlich musste man mit Ratten rechnen denn immerhin war die Kanalisation ihr Zuhause sie waren nicht gerade versessen darauf einem zu begegnen und man wollte ihnen nicht über den Weg laufen aber nach den Ratten kamen die Rattenfänger die die Tiere für Hundekämpfe einfingen und dann gab es da noch wahrhaft Schreckliches an vielen Stellen in der Stadt war die Kanalisation offen und oberirdisch und manche Abwasserkanäle versuchten sich dort als Flüsse auszugeben das hieß was zu schwimmen oder zu rollen imstande war konnte mitten in der Nacht hineingeraten ob freiwillig oder nicht und darin festsitzen ein vernünftiger Toscher hielt sich von solchen Gegenden fern aber es gab andere Leute die die Abgeschiedenheit der Kanalisation für eigene Zwecke nutzten Leute denen nicht unbedingt daran lag Toschern grässliches anzutun die sich aber durchaus dazu hinreißen ließen wenn sie in der richtigen Stimmung waren nur aus Spaß sie lachten gern Dodgers Gedanken dies war sein Reich er kannte jeden einzelnen Abwasserkanal den Atem der Stadt alle kleinen Schlupflöcher die man nur dann sah wenn man wusste wohin es zu sehen galt die halb abgetrennten Winkel und Ecken die allen anderen verborgen blieben ganz ehrlich er fand sich allein anhand der Gerüche zurecht und wusste genau wo er sich gerade aufhielt wenn jemand nach mir sucht dachte er wenn ich gegen jemanden kämpfen muss dann in meinem Revier ich bin Dodger hier unten werde ich mit allem fertig derzeit war die Luft im Tunnel mehr oder weniger süß im Vergleich zu den Dingen die alles andere als süß waren mit der möglichen Ausnahme von Onan der natürlich seine eigenen Gerüche mitgebracht hatte Dodger stieß den aus zwei Tönen bestehenden Pfiff aus den jeder Toscher kannte und horchte auf eine Antwort es blieb still derzeit hatte er diesen Bereich ganz für sich allein innerhalb weniger Meter fand er eine Krawattennadel und einen Viertelpenny das Glück begleitete ihn und er fragte sich ob dies an seiner jüngsten guten Tat lag als ihm dieser Gedanke durch den Kopf ging schnüffelte Onan plötzlich bei einem halb umgestürzten Haufen alter Backsteine herum und winselte Dodger hörte ein Klink als Onans Schnauze etwas berührte wenige Sekunden später hatte der Hund etwas Goldenes im Maul einen Ring mit einem großen Edelstein mindestens einen Sovereign wert guter alter Onan und ein Dank an die Lady Nun etwas geschah oder geschah oder geschah nicht das war alles wie Dodger wusste man konnte sich um den Verstand bringen wenn man es anders sah in der Düsternis bei der Suche in den Tunneln den Geräuschen der Welt über ihm lauschend war Dodger in seinem Element und glücklich was man von gewissen anderen Leuten nicht behaupten konnte es brannten viele Kerzen in diesem Raum aber keine von ihnen erhellte das Gesicht des Mannes der beim Wandteppich saß das beunruhigte den anderen Mann den seine besonderen Kunden unter dem Namen Schlauer Bob kannten einem Namen den er bei gewöhnlichen legalen Geschäften gewiss nicht benutzte eigentlich wollte er seine Auftraggeber immer sehen andererseits liebte er auch Goldmünzen und ihr Anblick beunruhigte ihn nicht im geringsten sondern erfreute ihn ganz im Gegenteil jetzt lagen zwei dieser Münzen auf einem niedrigen Tisch eine Lampe zeigte sie ihm wie sie im Lichtschein glänzten er hatte sie noch nicht an sich genommen weil er dachte wenn ich danach greife bevor mich diese unglaublich vornehme Stimme dazu auffordert kriege ich zweifellos was auf die Hand und vielleicht nicht nur darauf die Örtlichkeit gefiel ihm nicht es gefiel ihm nicht einige Zeit mit verbundenen Augen in einer klappernden Kutsche sitzen zu müssen in Gesellschaft eines Mannes der mit ausländischem Akzent sprach und ihn unmissverständlich darauf hingewiesen hatte dass es unangenehme Folgen für ihn hätte wenn er die Augenbinde abzunehmen versuchte letztendlich behagte es ihm auch nicht für Leute mit ausländischem Akzent zu arbeiten denen konnte man nicht trauen besser waren Geschäfte mit guten ehrlichen gottesfürchtigen Engländern der schlaue Bob wusste wie man mit ihnen zurecht kam es hatte ihm auch nicht gefallen dass die Kutsche immer wieder neue Richtungen eingeschlagen hatte wie ein Dieb auf der Flucht und noch weniger gefiel es ihm dass ihn nach diesem Gespräch eine weitere derartige Fahrt erwartete dies war eine vornehme Örtlichkeit so viel stand fest hier roch es sogar vor ihm gelegentlich kamen Leute an ihm vorbei und das ärgerte ihn denn er wagte den Kopf nicht zu wenden ihm wurde unheimlich zumute seit zehn Minuten wartete er darauf dass der Mann im Dunkeln etwas sagte wortlos war der Fremde an ihm vorbeigegangen und hatte auf einem gepolsterten Stuhl Platz genommen der ebenso wie er selbst einen Schatten innerhalb von Schatten blieb nur das leise Knarren von Leder hatte darauf hingewiesen dass sich dort jemand hinsetzte ein Knarren wie man es nur von besonders gutem Leder erwarten durfte der schlaue Bob erkannte einen guten Stuhl sobald er ihn hörte denn er war schon des öfteren in den Häusern der Mächtigen gewesen wenn auch aus anderem Anlass jetzt bewegte sich etwas und der Mann hinter den Kerzenflammen der nicht gesehen werden wollte hob zu sprechen was den schlauen Bob erstaunlicherweise nicht erleichterte sondern nur noch mehr beunruhigte er hatte das schreckliche Gefühl früher oder später seine Blase entleeren zu müssen das hätte er fast getan als plötzlich die Stimme des Fremden zu hören war also Mr. Schlauer Robert wenn ich mich recht entsinne versicherten uns ihre Männer dass sie mit einer einfachen jungen Frau problemlos fertig würden und doch so scheint es ist ihnen die betreffende zweimal entkommen und nur einmal haben sie es geschafft sie einzufangen das ist mit Verlaub keine besonders gute Leistung oder irre ich mich beim Klang der Stimme stieg die innere Unruhe des schlauen Bob noch weiter an der Mann sprach Englisch aber es war kein richtiges Englisch sondern ein Englisch das ein Ausländer fehlerfrei erlernt hatte allerdings ohne die vielen kleinen Eigenheiten die zum Sprachgebrauch eines Einheimischen gehörten es war zu gutes Englisch zu makellos ohne die Fehler und Mängel die Muttersprachler in ihre Konversation einstreuten der schlaue Bob saß in seiner Lache der Dunkelheit und derzeit war es glücklicherweise noch die einzige Lache und entgegnete nun Sir wir hatten eine mehr oder weniger hilflose junge Dame erwartet aber sie konnte verdammt fest zuschlagen Sir fest genug um einen meiner Jungs ins Reich der Träume zu schicken und er ist ein Boxer Sir sie war schnell und schlau Sir kämpfte wie wild Sir und sie haben mir gesagt dass sie sie heil zurück aufs Schiff wollten leider wollten auch meine Jungs in einem Stück heimkehren mit einer solchen Frau hätten sie es nie zuvor zu tun gehabt meinten sie wie sie trat und spuckte und schlug aber so richtig und einer meiner Jungs geht jetzt schief und hat ein blaues Auge und ein anderer hat zwei gebrochene Finger ich meine das erste Mal hat sie uns überrascht aber dabei lief sie nur weg und meine Leute konnten sie einfangen und in der Kutsche fesseln dadurch waren wir natürlich zu spät fürs Schiff deshalb wollten wir sie zu ihnen bringen der schlaue Bob wähnte sich in dieser Beziehung auf nicht ganz so dünnem Eis denn immerhin war dies nicht seine Schuld wie ich ihren Kollegen zuvor gesagt habe Sir fuhr er fort beim zweiten Versuch hätte alles geklappt aber sie trat plötzlich die Tür auf und sprang mitten in dem schrecklichen Unwetter hinaus ihr Kutscher konnte die Pferde nicht anhalten Sir nicht bei dem Wetter sehr ungewöhnliche Umstände schwer vorherzusehen in der Stille die diesen Worten folgte war zu hören wie eine Seite umgeblättert wurde dann erhob sich die Stimme des Fremden abermals allem Anschein nach Mr. Robert hat eine Person namens Papier knisterte Dodger zwei ihrer Männer verletzt und einen von ihnen beinahe im Rindstein ertränkt mir scheint dass wir vielleicht ihn in unsere Dienste nehmen sollten der Mann der sich gern als schlauer Bob bezeichnete sich derzeit aber nicht besonders schlau fühlte erwiderte ich kann Ihnen noch immer helfen Sir wobei wir berücksichtigen sollten dass Sie mir bereits einiges schulden dafür dass ich die junge Frau ausfindig gemacht habe ich glaube die betreffende Rechnung hat sie schon vor einer ganzen Weile erreicht der Fremde ging auf die letzten Worte nicht ein und sagte ich möchte annehmen dass Sie in Bezug auf diese kleinen Schwierigkeiten Neues zu berichten haben soweit ich weiß gibt es noch mehr über diesen Unruhestifter zu vermelden nicht wahr bitte seien Sie so freundlich und klären Sie mich auf er hat sich umgehört Sir antwortete der schlaue Bob und er ist dabei sehr methodisch vorgegangen der schlaue Bob war mit methodisch als Beschreibung zufrieden aber weniger zufrieden war er mit den seiner Meinung nach unverhältnismäßig scharfen Worten die der Fremde plötzlich an ihn richtete gütiger Himmelmann können Sie nicht ein wenig Eigeninitiative entwickeln der schlaue Bob wusste was Initiative war und er wusste auch dass ihm derzeit eigene fehlte hoffnungsvoll sagte er der Junge der die Fragen gestellt hat ist nicht unbedingt ein Niemand wenn Sie verstehen was ich meine er hat Kontakte auf der Straße was alles ein bisschen schwieriger macht die Stimme des Mannes im Dunkeln klang zornig und das tat der Blase des schlauen Bob ganz und gar nicht gut die Situation wurde nicht besser als der Fremde fragte arbeitet er für einen Polizisten für einen Piler wie Sie diese Leute nennen ein Piler wie seltsam dieses Wort aus dem Mund eines vornehmen Fremden klang und wie unpassend in einer Räumlichkeit wie dieser die verdammten dreimal verfluchten Piler man konnte sie nicht bestechen man konnte keine Freundschaft mit ihnen schließen nicht wie mit den alten Bowstreet Runnern und die meisten der neuen Jungs waren Kriegsveteranen wenn man an einigen der letzten Kriege teilgenommen und noch alle seine Körperteile beisammen hatte so bedeutete das dass man entweder ein harter Bursche war oder sehr sehr viel Glück gehabt hatte der verdammte Mr. Peel schickte sie überall hin damit sie sich in alles einmischten und die Burschen ließen überhaupt nicht mit sich reden es sei denn man sagte schon gut ich leiste keinen Widerstand ich komme brav mit man konnte Zeter und Mordio schreien und sich die Augen aus dem Kopf heulen wenn man bei den Pilern aneckte aber sie halfen einem nicht mal dabei die Augen wieder in den Kopf zu kriegen und sie soffen wie Löcher und brüllten wie der Teufel und waren niemandes Freund was auch und das war erstaunlich genug für die feinen Pinkel galt es galt erst recht für Leute wie den schlauen Bob die am Rand der Legalität lebten und sich bisher auf das nun Verständnis der guten alten Burstreet Boys verlassen hatten vor allem wenn Geld den Besitzer wechselte wie kam man mit Männern wie den Peelern klar die niemanden respektierten als Sir Robert Peel selbst allein der Gedanke an sie bescherte der Blase des schlauen Bob ein weiteres Problem ein bisschen Furcht ran ihm übers Bein als er vorsichtig sagte nein Sir er arbeitet nicht für die Peeler Sir er ist einfach nur ein Junge Sir aber er kann auch ein Gießer sein wenn sie verstehen diese Worte bewirkten eine frostige Stille nein ich verstehe nicht Mr. Bob sagte der Fremde schließlich leider bin ich mit diesem Begriff nicht vertraut bitte erläutern sie mir die Bedeutung von Gießer das letzte Wort klang so als zöge der Sprecher eine tote Maus aus seiner Suppe oder besser noch eine halbe tote Maus der schlaue Bob dem immer klarer wurde dass nur die Hälfte seines Namens stimmte dachte angestrengt nach wussten nicht alle was ein Gießer war natürlich wussten es alle nun ja zumindest wussten es alle Londoner ein Gießer war ein Gießer ebenso gut konnte man fragen was ist ein Pint oder was ist die Sonne ein Gießer war ein Gießer allerdings dämmerte es Bob dass er noch ein wenig an der Definition arbeiten musste bevor er sie der gefährlichen Stimme im er räusperte sich und erwiderte ein Gießer nun ein Gießer ist einer den alle kennen und der seinerseits alle kennt und vielleicht weiß er etwas über jeden und weiß dass es jedem lieber wäre wenn er es nicht wüsste und außerdem ist er gewieft und schlau nicht unbedingt ein Dieb aber einer in dessen Händen manchmal Dinge erscheinen hat nichts gegen ein bisschen Unfug und Schalk ein zu wenden und kennt die Straße wie seine Westentasche was Dodger betrifft nun Dodger ist auch ein Toscher einer der in der Kanalisation nach Münzen und anderen Fundstücken sucht die hinunter gespült wurden Bei den letzten Worten wuchs Bobs Unbehagen aber er fügte hinzu was ich damit sagen möchte Sir ist folgendes er ist so etwas wie ein Dreh und Angelpunkt könnte man sagen jemand der alles ein bisschen aufmischt wenn sie verstehen und in letzter Zeit pflegt der Umgang mit feinen Herrschaften Der schlaue Bob schwitzte rutschte verzweifelt auf seinem Stuhl hin und her und erwartete das Urteil des Fremden über dem rasenden Pochen seines Herzens hörte er ein Flüstern hinter dem Kerzenschein der Fremde war also nicht allein Bob wurde noch unruhiger dies alles gefiel ihm immer weniger wir interessieren uns nicht für solche Leute sie können gefährlich werden erklärte der Fremde schließlich allerdings wenn dieser Dodger Fragen über die junge Frau stellt dann macht er sie vielleicht ausfindig oder erfährt wo sie sich aufhält daher erwarte ich von ihnen dass sie ihn die ganze Zeit über beschatten lassen verstanden und natürlich darf er keinesfalls merken dass er unter Beobachtung steht habe ich mich klar genug ausgedrückt Mr. Robert für gewöhnlich ist dies der Fall wir haben es hier mit einer äußerst delikaten Angelegenheit zu tun und ich wäre tief enttäuscht wenn der Fall zu keinem befriedigenden Abschluss gebracht würde ich möchte keine Einzelheiten nennen aber ihnen dürfte klar sein welch unangenehme folgen ein fehlschlag für sie hätte nicht wahr wir wollen die junge frau mr. bob wir wollen sie zurück einer meiner mitarbeiter wird sie nun sanft am arm ergreifen mr. bob und zu einem ort führen wo sie gewisse erleichterung finden die beiden goldmünzen das gold eines ausländers ist so gut wie jedes andere dachte der schlaue bob aber mit ausländern konnte man probleme kriegen und er würde aufatmen wenn er die ganze sache hinter sich gebracht hätte nachdem er die beiden münzen genommen und sich in der latrine erleichtert hatte wurde der schlaue bob wieder in die verdammte kutsche verfrachtet die ihn so fühlte es sich an einmal um ganz unsanft in der nähe seines büros absetzte während der ganzen heimreise und auch später hatte er den kopf voller gedanken an einen jungen namens dodger einer der unsichtbaren herren die im dunkeln gesessen hatten beugte sich vor und wandte sich in seiner muttersprache an den mann der mit dem schlauen bob gesprochen hatte sind sie ganz sicher was diesen mann betrifft sir immerhin könnten wir den ausländer in unsere dienste nehmen ich habe mich erkundigt er ist derzeit frei nein der ausländer richtet manchmal ziemlich viel unordnung an und es könnte gefährlich werden politisch wenn bekannt wird dass wir auf ihn zurückgegriffen haben wir sollten vermeiden einen zwischenfall zu riskieren nein der ausländer ist unser letztes mittel ich habe gehört was er mit der familie des griechischen botschafters angestellt hat das war höchst ungebührlich es fällt mir nicht im traum ein nach seines gleichen zu schicken bevor nicht alle anderen möglichkeiten ausgeschöpft sind wenn dieser unruhestifter darauf beharrt weiterhin unruhe zu stiften und andere in die angelegenheit zu verwickeln dann müssen wir dies vielleicht überdenken einstweilen fahren wir damit fort die hilfe des als schlau geltenden mr robert in anspruch zu nehmen es kann ihm doch nicht zu schwer fallen eine junge frau zu finden und einen schmutzigen kleinen gassenjungen zu beobachten oder später können wir ihn immer noch loswerden wenn er zu einer belastung wird sieben dodger wird rasiert und erneut zum helden charlie bekommt eine geschichte und eine ramponierte hose dodger kehrte heim und wusch sich gesicht und hände während solomon die schweine fleisch kasserolle auftischte solomon erzählte viel aus seiner zeit in fremden ländern aber eins stand fest bei seinen reisen hatte er gut kochen gelernt und verwendete gewürze deren namen dodger noch nie gehört hatte einmal hatte er solomon gefragt warum er letztendlich nach england gekommen sei und der alte mann hatte geantwortet mir scheint dass alle regierungen wenn sie unter druck geraten auf ihr eigenes volk schießen lassen aber in england muss die regierung erst um erlaubnis fragen außerdem kümmern sich die leute hier nicht darum was man so treibt solange man dabei nicht zu laut ist das mag ich an diesem land er hatte eine kurze pause eingelegt als ich einmal wie so oft auf der flucht war bin ich einem recht haarigen jungen mann begegnet der mir versicherte eines tages werde sich alles ändern zu jener zeit versteckten wir uns vor den kosaken manchmal frage ich mich was aus dem jungen karl geworden sein mag nach der köstlichen Mahlzeit gingen Solomon und Dodger mit Onan spazieren während die Sonne dem Horizont entgegensank zu beobachten wie Solomon abschloss war immer ein erlebnis die treppe zur mansarde war steil und wackelig wie das ganze übrige haus aber wenn man zu der kleinen mansarden wohnung gelangte bemerkte man den unterschied die stahl armierung an der tür das schloss das ganz einfach aussah in wirklichkeit aber sehr kompliziert war Solomon hatte es selbst konstruiert eine kleine armee wäre für einen einbruch nötig gewesen und selbst Dodger musste ein bestimmtes klopfzeichen geben bevor Solomon ihm die tür öffnete er hatte ihn nach dem grund für diese mühen gefragt und der alte man hatte geantwortet ich habe meine lektion gelernt junger freund und dabei beließ er es im honigfarbenen schein der abendsonne schienen die straßen aus einer märchenwelt zu stammen allerdings nur ganz entfernt wie hinzugefügt werden muss doch die sonne schien die stadt vom hickhack und den beleidigungen des tages zu heilen obgleich es noch immer einige verkaufsstände gab deren eigentümer lampen anzündeten als aber man wusste natürlich dass es sich nur um einen schicht wechsel handelte denn die nacht menschen folgten den tag menschen so wie nun die nacht dem tag folgt obwohl der tag im allgemeinen nicht versucht der nacht die brieftasche zu klauen bei einem getränkeladen genehmigten sich solomon und dodger ein bier und gaben auch onan ein bisschen davon zu trinken dodger erzählte von onans fund in der kanalisation und wies darauf hin dass er am nächsten tag zu den mehues zurück wollte um simplicity wenn möglich auszuführen und ein wenig mit ihr durch die stadt zu schlendern müde geworden kehrten sie schließlich zur mansarde zurück unterwegs bemerkte dodger etwas helles das durch die schmutzige luft schien was ist das soll vielleicht ein engel es sollte eigentlich meine erfahrungen mit engeln sind ein wenig begrenzt mein junge obwohl ich an ihre existenz glaube doch dieser besondere engel dürfte der jupiter sein wenn ich mich nicht sehr irre dodger betrachtete den hellen lichtpunkt was hat es damit auf sich solomon erzählte ihm immer wieder von irgendwelchen dingen aber dies war eindeutig etwas neues das weißt du nicht jupiter ist eine riesige welt viel größer als die erde dodger bekam große augen du meinst jupiter ist eine welt auf der menschen leben ich glaube in diesem punkt hat die astronomische wissenschaft noch keine gewissheit erlangt aber ich schätze das dürfte der fall sein denn welchen sinn hätte eine solche welt sonst und ich möchte hinzufügen dass jupiter nur einer von vielen planeten ist womit ich welten meine die die sonne umkreisen was ich dachte die sonne umkreist uns ich meine man kann sie dabei beobachten ist doch ganz klar dodger war verwirrt und solomon sagte langsam und bedächtig es gibt keinen zweifel daran dass die erde die sonne umkreist das steht schon seit einer ganzen weile fest vielleicht sollte ich noch erwähnen dass der planet jupiter vier mond da hat die ihn umkreisen so wie unser mond die erde was soll das heißen du hast doch gerade gesagt dass wir die sonne umkreisen wohin fliegt dann der mond etwa auch um die sonne ja der mond fliegt um die erde und gemeinsam fliegen sie um die sonne in der tat und das mit den jupitermonden stimmt kann ich dir versichern denn ich habe sie selbst durch als ich in holland war dodger befürchtete dass ihm gleich der kopf platzte was für eine neuigkeit man stand auf man ging herum und man glaubte alles zu wissen und plötzlich stellte sich heraus dass sich oben am himmel alles wie ein kreisel drehte fast empörte es ihn dass er nicht schon zuvor in dieses geheimnis eingeweiht worden war und als sie den Weg fortsetzten hörte er solomon aufmerksam zu der ihm so viel über astronomie erzählte wie ihm einfiel schließlich fragte dodger können wir eine dieser welten erreichen das ist sehr unwahrscheinlich mein junge sie sind weit entfernt dodger zögerte vielleicht so weit entfernt wie bristol er hatte von bristol gehört es sollte eine große hafenstadt sein aber nicht so groß wie london solomon seufzte und erwiderte leider sind die planeten noch viel viel weiter entfernt als bristol sogar noch weiter als das van gemens land und das dürfte die am weitesten entfernte gegend sein die sich von hier aus erreichen lässt denn sie befindet sich auf der anderen seite der erde erde dodger gewann den eindruck dass alles was ihm solomon erzählte wie eine silberne nadel in ihm stecken blieb die nicht wehtat aber ihn mit einem seltsamen summen erfüllte nach und nach sah er eine Welt die sich weiter über die Tunnel unter der existenz vieler dieser dinge hatte er bisher nichts gewusst und er begriff plötzlich dass er darüber bescheid wissen wollte er fragte sich auch ob simplicity größeren gefallen an einem mann fände der sich mit all diesen seltsamkeiten auskannte und dieser gedanke machte ihm klar wie sehr er sich auf ein wiedersehen mit ihr freute als sie die treppe hochstiegen sagte Solomon wenn du mit Buchstaben besser zurecht kämpst Dodger könnte ich dich mit den Werken von Sir Isaac Newton vertraut machen und jetzt lass uns eintreten denn allmählich setzt mir die feuchte Kälte zu du hast mich vor einer Weile nach Engeln gefragt die Boten sind und deshalb glaube ich was auch immer dir Informationen überbringt es könnte Enge genannt werden mein lieber Dodger Ich dachte es sind Boten von Gott Solomon seufzte einmal mehr als er mit der Prozedur des Aufschließens begann Nun wenn du eines Tages vom Dreck wühlen genug hast könnte ich dir von den Werken Spinozas erzählen der war ein Philosoph und was er schrieb würde zweifellos deinen Horizont erweitern und Platz dafür gibt es in deinem Kopf genug soweit ich das erkennen kann du würdest das Konzept des Atheismus kennenlernen das den Glauben an Gott infrage stellt was mich betrifft manchmal glaube ich an Gott und manchmal nicht ist 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 das erlaubt geben 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 könnte wo Liebe existiert muss es auch eine Seele geben doch seltsamerweise scheint Gott davon auszugehen dass nur Menschen eine Seele haben ich habe ihm lange erklärt warum er seinen Standpunkt noch einmal überdenken sollte und Anlass dafür war eine Begegnung mit einem zornigen Herrn der eine Eisenstange in der Hand hielt und die Ansicht vertrat dass alle Juden sterben sollten einer Einstellung der ich leider recht häufig begegnet bin Onan war damals kaum mehr als ein Welpe und bis besagten Herren mutig in eine empfindliche Stelle was ihn ablenkte und mir Gelegenheit gab ihn mit einem kleinen Trick den ich in Paris gelernt hatte zu Boden zu schicken wer will behaupten dass Onan mir nicht aus Liebe Hilfe leistete um Schaden von mir abzuwenden mit dem Hund gemacht haben der er heute ist und jetzt bin ich rechtschaffen müde und möchte das Licht löschen in der Düsternis streckte sich Dodger auf seiner Matratze aus Onan beobachtete ihn in der Hoffnung dass diese Nacht vielleicht kalt genug war um Dodger zu bewegen seine Matratze mit einem ziemlich übel riechenden Hund zu teilen in seinem Blick lag die bedingungslose Liebe zu der nur ein Hund fähig ist und natürlich ein Hund mit einer Seele doch Onan war auf hoffnungslose Weise Hund was seine Metaphysik weitaus weniger kompliziert machte als die von Menschen obwohl er manchmal in eine Krise geriet weil er zwei Götter zu verehren hatte den alten der nach Seife roch und den Jungen der auf herrliche Weise nach allem anderen roch insbesondere wenn er vom Toschen heimkehrte dann war er für Onan wie ein Regenbogen voller Kaleidoskope jetzt nagelte der hoffnungsvolle Hund Dodger mit der Aufrichtigkeit seiner Liebe regelrecht fest und Dodger gab nach wie immer der kleine Raum war still und dunkel abgesehen von Solomons leisem Schnarchen und dem grauen Licht das es schaffte durch das schmutzige Fenster zu filtern und dem Geruch von Onan dem es auf höchst eigentümliche Weise gelang sich fast Gehör zu verschaffen draußen auf der Straße hielt ein Mann Ausschau der hoffte zwei Männer zu sein denn einer allein konnte sich am nächsten Morgen leicht tot wiederfinden falls ein Toter dazu in der Lage war sich über den eigenen Tod klar zu werden wobei es sich um eins der Rätsel handelte die Solomon gefallen hätten in der Mansarde schlief Dodger und in seinen Träumen lauschte er den Planeten wie sie weit droben über ihm dahin zogen gelegentlich begleitet von einer jungen Frau mit goldenem Haar am nächsten Morgen stand Dodger noch früher auf als Solomon gewöhnlich hatte er keine Pläne für den Tag und blieb so lange unter der Decke bis ihm Onans Zunge über das Gesicht strich und er wollte nicht dass so etwas mehr als einmal geschah Solomon sagte nichts aber Dodger bemerkte sein leichtes Lächeln als er die Suppe aufwärmte die es zum Frühstück geben sollte mit seiner Magie und den Kontakten in Covent Garden konnte Solomon gewöhnlichen Brei in die delikateste Suppe verwandeln die Dodgers Meinung nach kaum zu übertreffen war nicht einmal von Marie Joes Kochkünsten dennoch legte Dodger seinen Löffel beiseite das war sehr lecker Sol danke aber ich muss gehen nicht ohne dass du deine Stiefel geputzt hast auf keinen Fall du bist mittlerweile fast ein Gentleman zumindest bei schlechtem Licht und außerdem mit einer wichtigen Mission beauftragt deshalb musst du so gut wie möglich aussehen erst recht heute Nachmittag wenn du wieder Miss Simplicity besuchst für einen Angehörigen des auserwählten Volkes ist es schwer genug in dieser Stadt zu leben selbst wenn man ihm nicht vorwerfen kann einen Jungen wie dich ohne angemessene Kleidung loszuschicken es würde nicht Anzug bloß nicht schmutzig ich möchte keinen Flecken sehen wenn du zurückkehrst und jetzt deine Stiefel Solomon öffnete eine seiner Schatullen reichte Dodger einen kleinen Metallbehälter und sagte dies ist richtige Schuhcreme riecht sogar gut nicht wie das verflickste Schweinefett das du benutzt du wirst ein wenig Armschmalz benötigen um deine gebrauchten Stiefel zu putzen damit sie wie neu aussehen und du dein Gesicht darin erkennen kannst und dabei fällt mir noch etwas anderes erwähnenswertes ein denn wenn du dich im glanz der richtig geputzten Stiefel siehst sollte dir klar werden dass dein Gesicht ebenfalls aufpoliert werden muss offenbar hattest du gestern Abend keine Zeit es zu waschen bevor Dodger Einwände erheben konnte fuhr Solomon fort außerdem muss ich dich darauf hinweisen dass das was du für deine Haar hältst schlimmer aussieht als die Reithose eines Mongolen und die sieht tatsächlich schlimm aus mit dem vielen Haar und den Jackbrocken ich glaube bei besonderen Gelegenheiten verwenden die Mongolen Jackmilch für ihr Haar und da ich nicht erneut fliehen und in einem anderen Land Zuflucht suchen möchte solltest du nachdem du dich ein bisschen herausgeputzt hast und wie ein halbwegs ordentlicher Christ aussiehst die Chancen dass du jemals wie ein Jude aussiehst mein Junge sind verschwindend gering einen richtigen Friseur aufsuchen und dir von ihm die Haare schneiden und dich rasieren lassen anstatt dich den Fingern eines alten Mannes anzuvertrauen die zittrig werden wenn er müde ist Dodger konnte sich selbst rasieren auf eher lustlose Art und Weise obwohl und das soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben es noch nicht allzu viel zum rasieren gab aber einen richtigen Haarschnitt hatte er noch nie in seinem Leben bekommen gewöhnlich erledigte er das selbst indem er einfach hier und dort ein paar Strähnen mit dem Messer abschnippelte wobei er Solomon wie einen klugen Spiegel benutzte der ihm sagte an welcher Bemühungen ließ ein wenig zu wünschen übrig und vermutlich nicht nur ein wenig und anschließend kam der Läusekamm zum Einsatz was recht unangenehm war aber ein erfolgreiches Mittel gegen das Jucken es bereitete ihm eine gewisse Genugtuung wenn die kleinen Biester zu Boden fielen wo er sie zertreten konnte dann wusste er dass er zumindest für die nächsten Tage ohne Passagiere war er strich sich mit den Fingern durchs Haar eine Methode die Solomon deutschen Kamm nannte und musste zugeben dass oberhalb seiner Brauen jede Menge Platz für Verbesserungen war deshalb sagte er ich weiß wo ein Friseurladen ist ich hab ihn erst gestern gesehen in der Fleet Street Zeit bleibt mir genug dachte Dodger als er den Stiefeln das bereits erwähnte Armschmalz angedeihen ließ zusammen mit der Schuhcreme Solomon stand neben ihm vergewisserte sich dass er alles richtig machte und wies darauf hin dass er die Schuhcreme in Polen gekauft hatte die Liste der Länder die Solomon besucht und schnell wieder verlassen hatte schien endlos zu sein und Dodger wollte nicht dass sie seinetwegen noch länger wurde er erinnerte sich daran wie Solomon einmal einen Bündel Revolver aus einer seiner Schatullen genommen hatte wozu brauchst du den hatte er gefragt und Solomon hatte geantwortet ich dachte mir dass ich genug eingesteckt habe beim nächsten Mal altem Mann die Stiefel als hinreichend sauber befand und er ließ sich nicht so leicht zufrieden stellen machte sich Dodger auf den Weg zur Fleet Street die Straßen füllten sich mit Leben und er war sauber obwohl in Hinsicht auf den Anzug aus dem Gebraucht Laden einige Zweifel blieben denn er juckte wie verrückt er sah gut aus und wollte lässig und cool wirken als wechselte einmal in seinen Stiefeln steckte und dann hinter den Ohren erschien um von dort aus in den Schritt zu springen wo man sich in aller Öffentlichkeit nicht kratzen durfte allerdings half es etwas schneller zu gehen und ein wenig außer Atem erreichte er schließlich den Friseurladen den er am vergangenen Tag bemerkt hatte und zum ersten Mal sah er auf das Namens Schild es dauerte eine Weile aber schließlich gelang es ihm die Aufschrift zu entziffern Mr. Sweeney Todd Bader er betrat den Laden in dem sich offenbar keine Kunden aufhielten und bemerkte einen blassen recht fahrig wirkenden Mann der auf dem Friseurstuhl saß und etwas trank das sich als Kaffee herausstellte der Friseur seufzte als er Dodger sah klopfte sich die Schürze ab und sagte mit spröder Fröhlichkeit guten Morgen Sir ein wundervoller Morgen was kann ich für Sie tun er versuchte sich zumindest an einer fröhlichen Begrüßung aber es war deutlich zu erkennen dass er nicht mit dem Herzen bei der Sache war nie zuvor hatte Dodger ein so klägliches Gesicht gesehen außer vielleicht als Onan sich noch mehr als sonst blamiert hatte ich kein fröhlicher Mensch Trübsinn schien an ihm zu haften als hätte ihn die Natur eher dafür geschaffen der stumme Gehilfe eines Leichen Bestatters zu sein dessen Aufgabe darin bestand hinter dem Sarg des Verstorbenen herzugehen respektvolle Trauer zu zeigen und kein Wort zu sagen weil das zwei Pens extra gekostet hätte Es wäre nicht so schlimm gewesen wenn Mr. Todd nicht versucht hätte dagegen anzukämpfen und sich heiter zu geben Ebenso gut hätte man Rouge bei einem Totenkopf aufleben können Dodger war fasziniert Vielleicht sind alle Friseure so dachte er Immerhin möchte ich nur eine Rasur und einen Haarschnitt Nicht ohne ein gewisses Unbehagen setzte er sich auf den Stuhl und Sweeney wirbelte ein weißes Tuch um ihn auf eine Weise die vielleicht theatralisch gewirkt hätte wenn Sweeney sich darauf verstanden hätte An dieser Stelle bemerkte Dodger einen undeutlichen aber beharrlichen Geruch der von irgendwo her kam Er berichtete von Moder und war mit den Gerüchen von Seife und Gläsern mit verschiedenen Flüssigkeiten vermischt Er dachte Nun dies ist keine Metzgerei Ich schätze der Hausherr ist losgezogen um was vom Abort zur Kanalisation zu bringen wenn die Leute das doch nur unterließen Ein großer Teil des Tuchs endete an Dodgers Hals um gleich darauf vom glücklosen Sweeney mit reichlich Entschuldigungen und Beteuerungen dass so etwas nicht wieder geschehen werde fortgezogen zu werden aber es wiederholte sich doch gleich zweimal schließlich fiel das weiße Tuch auf eine Weise um Dodger mit der sie beide einigermaßen zufrieden waren und daraufhin konzentrierte sich der schwitzende Sweeney auf die Arbeit Irgendwann hatte ihm offenbar jemand gesagt dass ein Friseur nicht nur gut mit Haar umgehen sollte sondern auch über einen schier unerschöpflichen Vorrat an Witzen Anekdoten und Zwerchfell Kitzlern verfügen müsse darunter einige die wenn der Herr auf dem Stuhl im richtigen Alter war und solches zu schätzen wusste auch anzügliche Bemerkungen über junge Frauen enthielten doch der Person die Mr. Todd entsprechenden Rat gegeben hatte war nicht klar gewesen dass es Sweeney an allem mangelte was man Bonomie Heiterkeit Zotigkeit oder ganz allgemein Humor nannte dennoch bemerkte Dodger dass er sich Mühe gab oh ja er gab sich wahrlich Mühe während er das Rasiermesser am Streich Riemen schärfte zwar durcheinander was ihn aber nicht daran hinderte oh Schreck oh Graus über seine eigenen verunglückten Witze zu lachen aber schließlich war das Rasiermesser scharf genug und dann gab es da das Problem namens Rasierschaum worum sich der Friseur kümmerte nachdem er das Rasiermesser beiseite gelegt hatte natürlich so dass die glänzende Klinge nach Norden zeigte was ihre Schärfe bewahrte Dodger saß hilflos auf dem Stuhl und beobachtete das Geschehen mit so etwas wie Ehrfurcht wobei er nicht nur die faszinierenden Vorbereitungen des Friseurs sah sondern sich auch vorstellte wie gut er anschließend aussehen und wie erfreut Simplicity sein würde wenn sie den neuen Dodger erblickte sauber und elegant ein richtiger junger Herr er stellte fest dass Sweeneys Hände Narben an jedem Finger hatten obwohl sie sich kaum zeigten weil er den Rasierschaum mit der manischen Begeisterung eines Zirkusclowns in Dodgers Gesicht verteilte das Zeug geriet praktisch überall hin denn es enthielt so viel Luft dass es schwebte und in der leichten Brise flog es schien den Friseursalon verlassen zu wollen und Dodger teilte diesen Wunsch zumal der unangenehme Geruch nicht mehr nur undeutlich war sondern immer aufdringlicher wurde fühlen sie sich nicht gut Mr. Todd fragte er ihre Hände zittern ein wenig Mr. Todd das Gesicht des Friseurs sah aus wie Stahl wenn Stahl schwitzen konnte und seine Augen wirkten wie Löcher im Schnee immer wieder glitt sein Blick in die Ferne wie in eine andere Welt vorsichtig schob Dodger das Tuch beiseite und behielt den Mann dabei aufmerksam im Auge meine Güte jetzt begann Mr. Todd auch noch zu murmeln die einzelnen Worte gingen ineinander über als sie aus dem Mund zu kriechen versuchten wobei es einige von ihnen so eilig hatten dass sie bestrebt waren die vor ihnen zu überholen dann stand Sweeney plötzlich zwischen Dodger und der Tür zur Straße und winkte mit dem Rasiermesser wie eine Braut mit ihrem Brautstrauß kurz nach der Trauung neugierig darauf wer ihn wohl auffängt Dodger hoffte dass man das laute Klopfen seines Herzens nicht hörte als er ruhig sagte erzählen sie mir was sie sehen Mr. Todd es klingt schrecklich kann ich ihnen helfen bum machte Dodgers Herz doch er achtete nicht darauf leider ebenso wenig wie Sweeney dessen Murmeln lauter wurde was Dodger in die Lage Langsam ganz langsam stand er auf und dachte nach vielleicht Opium er schnupperte roch aber keinen Alkohol was sehen sie Mr. Todd fragte er so sanft wie möglich sie sie kommen immer wieder sie kommen zurück und versuchen mich mitzunehmen ich erinnere mich an sie wissen sie was Kanonenkugeln anrichten können junger her manchmal hüpfen sie es ist sehr komisch und dann rollen sie über den Boden und ein junger bursche ja irgendein neuer bursche frisch von einer farm in dorset oder irland mit dem kopf voller lügen über den krieg und in der tasche ein schlecht gemaltes Bild von seiner Freundin die ihn vielleicht an sich herangelassen hat weil er ein so tapferer soldat ist und gegen boni kämpft dieser junge soldat sieht die kanonenkugel über den boden rollen wie beim kegeln und der verdammte narr ruft seine kameraden diejenigen die noch übrig sind und beschließt der kugel einen ordentlichen tritt zu versetzen ohne zu ahnen welche kraft noch darin steckt kraft genug ihm das bein abzureißen und nicht nur das bein heute schwinge ich das rasiermesser aber auf dem schlachtfeld habe ich das des chirurgen in der hand gehalten und es war kaum besser als die klinge eines schlachters ich habe sie alle gesehen die gebrochenen männer da da kommen sie sie kommen wie sie immer gekommen sind unsere glorreichen helden einige von ihnen sehnen mit ihren augen für die anderen die keine mehr haben andere tragen die ohne beine und wieder andere schreien für jene die ohne stimme sind die ganze zeit übertanzte das rasiermesser wie hypnotisch hin und her während sich dodger langsam dem schwitzenden man näherte nicht genug verbands material nicht genug medizin nicht genug leben murmelte sweeney tot ich habe es versucht nie habe ich die waffe auf andere menschen gerichtet ich habe zu helfen versucht wenn die beste hilfe die man leisten kann aus einer sanften klinge besteht und sie kommen immer noch sie kommen hierher die ganze zeit über und suchen nach mir und sie behaupten nicht tot zu sein aber ich weiß dass sie tot sind sie sind tot aber immer noch auf den beinen oh wie traurig das alles ist wie traurig etwas später saß dodger am langen tisch im büro des chronicle herausgebers und wünschte sich endlich unterwegs zu sein um simplicity zu besuchen ihm gegenüber saß charlie der nicht mehr so erzürnt wirkte denn als vermögender man hatte er sich eine neue hose besorgt und die andere weggegeben damit sie gereinigt wurde die innenwand des büros war nur halb hoch und die und sie blieben auch stehen jeder schreiber und jeder drucker fand irgendeinen vorwand um einen blick auf den jungen mann zu werfen der dem magischen straßentelegrafen zufolge den schrecklichen teufels friseur der fleet street überwältigt hatte allmählich ärgerte sich dodger ich habe ihn kaum berührt ihn nur ein bisschen nach unten gedrückt und ihm das messer abgenommen das war alles ehrlich es war als hätte er opium genommen oder so denn er sah tote soldaten tote männer die sich näherten ich schwöre und er sprach mit ihnen als täte es ihm leid dass er sie nicht retten konnte das ist die reine wahrheit mr charlie ich schwöre und zum schluss habe ich die toten soldaten ebenfalls gesehen in fetzen gerissene männer und schlimmer noch halb in fetzen gerissene männer die schrien er ist kein teufel sir obwohl ich glaube dass er vielleicht die hölle gesehen hat und ich bin kein held sir wirklich nicht er war nicht böse sondern verrückt und traurig seinem wahnsinn im kopf ausgeliefert das ist alles sir im großen und ganzen sir und es ist die wahrheit die sie aufschreiben sollten sir ich meine ich bin kein held weil ich nicht glaube dass er ein schurke ist wenn sie verstehen was ich meine es folgte eine stille in dem sauberen kleinen raum die nur von charlis blick durchdrungen wurde eine uhr tickte und dodger wusste ohnehin zu sehen dass die angestellten ihm dem bescheidenen und widerstrebenden helden der stunde noch immer blicke zuwarfen charlie starrte ihn an und drehte dabei seinen stift hin und her schließlich seufzte er und sagte mein lieber dodger die wahrheit ist keine eindeutige tatsache sondern sie wird konstruiert vergleichbar mit dem himmel wir journalisten die wir darüber schreiben müssen die wahrheit destillieren damit die ganz und gar nicht gott ähnlichen menschen sie verstehen in diesem sinn sind alle menschen journalisten denn sie schreiben in ihren köpfen was sie hören und sehen ohne darauf zu achten dass ihr gegenüber das geschehen vielleicht ganz anders sieht das sind heil und verdammnis des journalismus die erkenntnis dass es fast immer verschiedene perspektiven gibt aus denen man ereignisse betrachten kann charlie drehte seinen stift noch etwas schneller schien sich in seiner haut nicht ganz wohl zu fühlen und fuhr fort wer bist du eigentlich dotter ein tapferer junger man aufgeweckt und schneidig und offenbar ohne furcht oder vielleicht wie ich vermute ein straßenjunge mit reichlich bauern schleue und dem glück von belzebub höchst persönlich ich nehme an dass du beides bist und auch alle schattierungen dazwischen aufweist und mr tot er ist ein wahrhaftiger teufel die sechs toten in seinem keller weisen deutlich darauf hin oder ist er vielleicht ein opfer wie du zu glauben scheinst wo liegt die wahrheit könntest du fragen wenn du gelegenheit zum sprechen hättest die ich dir derzeit aber nicht gebe meine Antwort würde lauten die wahrheit ist ein nebel in dem der eine mensch die himmlischen heerscharen sieht und der andere einen fliegenden elefanten dodger wollte protestieren er hatte keine himmlischen heerscharen gesehen und auch keinen elefanten er wusste nicht einmal was ein elefant war doch er wäre bereit gewesen einen schilling darauf zu wetten dass Solomon bei seinen reisen beides gesehen hatte Charlie sprach noch immer die bewaffneten mörder entgegentrat und derzeit ist das die wahrheit die wir drucken und feiern sollten allerdings werde ich auch eine andere perspektive hinzufügen sagen wir eine kleine prise davon und berichten dass der held der stunde mitleid mit dem schrecklichen mörder hatte und glaubte dass er wegen der in den den gräßlichen erlebnisse verrückt geworden sei ich werde schreiben wie sehr du mir gegenüber betont hast dass Mr. Todd selbst ein Kriegsopfer ist so wie die Toten in seinem Keller ich werde deine Ansicht den Obrigkeiten mitteilen der Krieg ist eine schreckliche Sache und viele kehren mit Wunden heim die für das Auge unsichtbar bleiben das ist sehr schlau von Ihnen Mr. Charlie die Welt mit ein paar Worten auf Papier zu verändern Charlie seufzte wohl eher nicht man wird Sweeney Todd entweder hängen oder nach Bedlam schicken wenn er Pech hat und ich glaube nicht dass er genug Geld besitzt um sich dort einen angenehmen Aufenthalt zu kaufen kommt er nach Bedlam übrigens ich wäre dir dankbar wenn du dich morgen beim Punch einfinden könntest damit unser Zeichner Mr. Teniel deinen Konterfei zu Papier bringt Dodger versuchte alles Gehörte zu verarbeiten was meinen Sie mit Punch Mr. Charlie ist das was Schlimmes ob das was Schlimmes ist Satire kann schlimm sein auch hierbei kommt es auf die Perspektive an der Punch ist ein Magazin für Politik Literatur und Humor womit etwas gemeint ist das einen zum Lachen und manchmal auch zum Nachdenken anregt zu den Gründern zählt unser gemeinsamer bekannter Mr. Mayhew Charlie zögerte einige Worte auf das vor ihm liegende Papier geh jetzt viel Spaß und kehr morgen so früh wie möglich hierher zurück wenn Sie mich bitte entschuldigen würden Sir ich habe ohnehin noch einen Termin sagte Dodger du hast einen Termin Dodger meine Güte mir scheint du wirst wirklich ein Mann von Welt Dodger machte sich auf den Weg und überlegte dabei wie Charlie seine letzten Worte gemeint haben könnte er nahm sich vor es so bald wie möglich heraus zu finden nur für alle Fälle Dodgers Hand war dem Rasiermesser bei seinem launischen Tanz gefolgt und ergriff nun die Hand die es hielt er glaubte fast die Soldaten selbst zu sehen so betörend waren die Bewegungen der Klinge und er fühlte sich immer mehr zu etwas Schrecklichem hingezogen bis der innere Dodger der überleben wollte aufwachte grüßte die Herrschaft über Dodger übernahm und behutsam das Rasiermesser aus Sweeney Todds Fingern löste der schwankende Mann merkte nicht einmal dass es ihm abgenommen wurde er starrte noch immer zu dem anderen Ort den Dodger nicht sehen wollte ließ einfach los und sank auf den Stuhl Rasierschaum fladen sanken wie zu groß geratene Schneeflocken auf ihn Raumwelt gewalt hatte waren zwei Piler gekommen erstaunlich still für Leute wie sie standen sie in der Tür schwitzten und starrten ihn und den armen Mr. Todd an Einer von ihnen sagte Heilige Maria Mutter Gottes und beide Männer sprangen zurück als Dodger das Rasiermesser zusammen klappte und einsteckte damit es keinen Schaden anrichten konnte Dann wandte er sich den beiden Pilern zu lächelte und fragte Kann ich ihnen helfen Gentleman Danach spielte die Welt verrückt noch mehr als vorher Dodger war plötzlich von vielen Menschen umringt in dem Friseursalon wimmelte es von Pilern die an ihm vorbei nach hinten eilten wo er das Klappern eines Schlosses hörte dann das Pochen eines Stiefels und weiter unten einen grässlichen Fluch Plötzlicher Gestank von Friedhofsausmaßen wehte durch den Salon und bewirkte Schreie bei der Menge die sich eingefunden hatte Dodger wurde übel und bedauerte aus irgendeinem Grund dass er seinen Haarschnitt nicht bekommen hatte Polizeipfeifen erklangen draußen und weitere Peeler strömten herein zwei von ihnen packten den liegenden Mr. Sweeney Todd der sich noch immer in der anderen Welt befand Tränen liefen ihm über die Wangen er wurde nach draußen gebracht und ließ Dodger auf dem Friseurstuhl sitzen zurück im Mittelpunkt eines Durcheinanders das immer größer zu werden schien wohin er auch sah überall wandten sich ihm Gesichter zu und die Leute rangen jedes Mal nach Luft wenn er sich bewegte und in der Wolke aus Benommenheit die ihn umgab hörte er einen aus dem Keller kommenden Piler sagen er stand einfach da ich meine er stand dem Mann unmittelbar gegenüber Auge in Auge ohne zu blinzeln und wartete nur auf den richtigen Moment um nach dem verdammten Messer zu greifen wir wagten es nicht auch nur einen Ton von uns zu geben denn der Übeltäter schien in einem Traum zu sein und erhielt eine tödliche Waffe in der Hand was soll ich sagen ich bitte sie meine Damen und Herren gehen sie nicht in den Keller oh nein besser nicht denn dort unten bekämmen sie etwas zu sehen das nicht für ihre Augen bestimmt ist halt sie auf Fred von einer grausigen Metzelei zu sprechen würde diesem Verbrechen nicht gerecht glauben sie mir ich als ich das dort unten gesehen habe musste ich mich übergeben habe richtig gekotzt und zwar mehrmals ich meine der Gestack kein Wunder dass sich die Nachbarn beschwert haben ja sir sie sir kann ich ihnen helfen mit trüben Augen erkannte Dodger Charlie Dickens der offenbar den Peelern gefolgt war mein Name ist Dickens und ich kenne den jungen Dodger hier als hervorragenden Menschen der besonderes Vertrauen verdient er ist auch der Held der neulich Abend die Angestellten des Morning Chronicle vor einem Raubüberfall bewahrte und davon haben sie bestimmt alle gehört Dodger fühlte sich allmählich besser was vielleicht auch an dem großen Applaus lag den er bekam und seine Stimmung heiterte sich noch mehr auf als jemand in der Menge rief ich schlage eine Sammlung für diesen überaus tapferen jungen die ihn sanft auf den Friseurstuhl zurück beugte sich etwas tiefer und flüsterte ihm ins Ohr es wäre angebracht ein wenig zu stöhnen denn immerhin warst du einer schrecklichen Gefahr ausgesetzt mein Freund vertau mir als Journalisten du bist der Held der Stunde wieder einmal und es wäre schade alles mit unbedachten Worten zu zerstören sein Kopf kam noch näher und er sprach noch leiser hör nur wie sie rufen und Geld für den Helden sammeln ich helfe dir jetzt vorsichtig auf die Beine und bringe dich zum prächtigen Büro des Chronicle wo ich einen Artikel über dich schreiben werde wie er vermutlich seit Cäsars Zeiten nicht mehr geschrieben wurde Charlie lächelte wie ein Fuchs fand Dodger in dieser lauten sich drehenden und plötzlich sehr verwirrenden Welt dann schob sich Charlie etwas näher und sagte übrigens mein kühner Freund habe ich gerade erfahren dass Mr. Sweeney Todd mit seinem Rasiermesser die Kehlen von sechs Männern aufgeschlitzt hat die in dieser Woche zu ihm gekommen waren um sich rasieren und die Haare schneiden zu lassen ohne deine fast magische Reaktion wärst du das Opfer Nummer sieben gewesen und dies war meine beste Hose die letzten Worte wurden gerufen besser gesagt geschrien denn Dodger hatte sein Frühstück auf Charlies Beinkleider verteilt 8 ein junger Mann geht mit seiner jungen Dame spazieren und Mrs. Scharpels bleibt ihnen auf den Fersen Dodger beeilte sich auf dem Weg zum Haus der Mayhues und irgendwie musste er dabei an das Kasperle Theater mit Mr. Punch denken der Name Punch bezieht sich nicht nur auf ein Satire Magazin das 1841 in London von Henry Mayhew und Ebenezer Landels gegründet wurde sondern auch auf den Kasper des englischen Kasperlet Theaters an die Puppe mit dem fröhlichen Gesicht und der krummen Nase an den Kasper der seine Frau und auch den Polizisten schlug und außerdem das Baby wegwarf trotzdem lachten die Kinder über ihn warum sollte so etwas komisch sein fragte sich Dodger war das überhaupt komisch seit 17 Jahren lebte er auf der Straße und wusste dass dort das wirkliche Leben statt fand ob komisch oder nicht wenn Menschen tief genug sanken staute sich manchmal solcher Zorn in ihnen an dass sie schlugen die Frau das Kind zum Schluss versuchten sie sogar ihren Henker zu schlagen was ihnen natürlich nie gelang trotzdem lachten die Kinder über Mr. Punch Simplicity allerdings lachte nicht Dodger ging noch schneller er rannte fast und erreichte das Haus der Mayhues zu einem Zeitpunkt als man nach Londons Glocken zu urteilen gerade mit dem Mittagessen fertig sein sollte er kam sich ziemlich kühn vor als er zur Vordertür ging immerhin war er ein junger Gentleman mit wich er zurück als die Tür von Mrs. Sharples geöffnet wurde die ihn mit einem Blick durchbohrte der aus reinem Hass bestand und keine Antwort von ihm bekommen konnte weil sie die Tür wieder zuwarf einige Sekunden lang starrte Dodger auf die mit allem Nachdruck geschlossene Tür und dachte das muss ich mir nicht gefallen lassen er straffte die Schultern klopfte sich Dodger war bereit und sagte noch bevor sie den Mund gänzlich geöffnet hatte heute morgen habe ich den teuflischen Friseur der Fleet Street besiegt und wenn sie mich nicht eintreten lassen werden wir sehen was Mr. Charles Dickens in seiner Zeitung dazu zu schreiben hat als die Frau durch den Flur lief rief er ihr nach in großen Buchstaben er blieb wartend an der offenen Tür stehen und kurz darauf kam ihm Mrs. Mayhew mit dem Lächeln einer Frau entgegen die nicht sicher war ob sie lächeln sollte sie trat noch ein wenig näher und fragte leise und in einem Tonfall der auf ihre Überzeugung hinwies vermutlich eine Lüge zur Antwort zu bekommen stimmt es wirklich junger Mann dass du heute morgen in der Fleet Street den größten aller Schurken zur Strecke gebracht hast die Köchin erzählte mir davon und wenn man dem Fleischer jungen Glauben schenken kann spricht man in ganz London darüber bist du das wirklich gewesen Dodger dachte an Charlies Nebel und auch an seinen Wunsch Simplicity wiederzusehen er gab sich alle Mühe angemessen verlegen und gleichzeitig heldenhaft zu wirken wissen sie Mrs. Mayhew es geschah alles wie in einem Nebel es schien zu klappen denn Mrs. Mayhew sprach erneut es dürfte dich vermutlich nicht überraschen Dodger dass Simplicity nach deinem letzten Besuch in aller Deutlichkeit darauf hingewiesen hat dass sie gern einen Spaziergang mit dir unternehme wie von dir vorgeschlagen da es ein schöner Tag ist und Simplicity Erholung sichtbare Fortschritte macht sehe ich keinen Grund ihr den geäußerten Wunsch nicht zu gewähren natürlich muss wie ich gestern bereits erwähnte eine Anstandsdame zugegen sein Dodger ließ Stille herrschen und zwang sie dann zum Rücktritt er versuchte es mit dem kleinen Geräusch das Solomon machte wenn das Gespräch gemütlicher und persönlicher werden sollte und sagte ich bin ihnen sehr dankbar Madam und übrigens ich wüsste einen Ort zu schätzen wo ich in aller Ruhe auf Simplicity warten kann mir setzt dann noch der eine oder andere Schmerz zu plötzlich wurde Mrs. Mayhew ganz mütterlich oh du armer Junge entfuhr es ihr wie sehr du leiden musst bist du schwer verletzt soll ich den Doktor rufen willst du dich hinlegen Dodger versuchte rasch Mrs. Mayhew daran zu hindern ihre Worte in schreckliche Taten umzusetzen bitte nein sagte er noch ein wenig wenn sie gestatten das genügt völlig sie scheuchte ihn vor sich her wie eine Glucke ihr Küken geleitete ihn durch den Flur und öffnete die Tür eines Raums der überall weiße und schwarze Fliesen hatte außerdem einen wundervollen Abort und ein Waschbecken mit einem Krug als er allein und unbeobachtet war machte er Gebrauch von dem Wasser und versuchte sein Haar ein wenig in Form zu bringen leider hatte klatschte er es an so gut es möglich war anschließend benutzte er den Abort und dachte ich habe mich vor Mrs. Mayhew zum Helden gemacht aber eigentlich geht es doch um Simplicity nicht wahr und Simplicity schien ganz und gar verstanden zu haben was er ihr am vergangenen Tag gesagt hatte und war offenbar erpicht auf den Spaziergang mit ihm Dodger hatte den Ausdruck der Zweck heiligt die Mittel noch nie gehört aber wenn man aufgewachsen war wie er trug man dieses Prinzip ans Rückgrat genagelt nach einer diskreten Ruhepause während der er gelegentlich stöhnte verwandelte sich Dodger wieder in einen Helden und verließ den Abort um seiner Holden Maid zu begegnen Mrs. Scharpels wartete im Flur und diesmal musterte sie ihn mit einem unruhigen Blick wie er einem jungen Mann Gebührte über den ganz London sprach da es bisher ein recht guter Tag gewesen war beschloss Dodger großzügig zu sein und ihr ein Lächeln zu schenken das er zurück bekam das allerdings ein wenig albern und unsicher wirkte aber es wies zumindest darauf hin dass bemerkte dass es eins jener kleinen bücher war in die gewisse leute etwas hinein zu schreiben pflegten ein notizbuch mit einem bleistift an einem bindfaden dem nach erhoffte sich mrs scharpels eine gelegenheit das eine oder andere zu papier zu bringen dodger der bisher immer großen abstand zum alphabet gewahrt hatte bedauerte zum ersten mal nicht mehr Zeit und Mühe investiert zu haben um richtig lesen zu lernen statt mühselig buchstabe für buchstabe einzelne wörter zusammen zu setzen zu spät zu spät und dann bewegte sich oben etwas und mrs mayhew stieg die treppe herunter wobei sie simplicities hand hielt ganz vorsichtig ging und darauf achtete dass der eine fuß festen halt gefunden hatte bevor sie den anderen folgen ließ es dauerte eine weile etwa ein jahr nach dodgers schätzung bis die beiden schließlich den flur erreichten mrs mayhew schenkte ihm einen gesichtsausdruck den man ein gezwungenes lächeln nennen konnte doch dodgers aufmerksamkeit galt allein simplicity er stellte fest dass mrs mayhew sie mit einer haube und einem schal ausgestattet hatte wodurch ein großer teil des gesichts und damit auch die vielen blauen flecken bedeckt waren die allmählich verblassten simplicity strahlte als dodger sie ansah und sie strahlte wirklich denn die haube umgab ihren kopf wie ein schirm der das gesicht zu erhellen schien dodger streckte die hand aus und sagte hallo simplicity ich freue mich dass du meine einladung zu einem spaziergang angenommen hast simplicity streckte ebenfalls die hand aus ergriff die seine ganz sanft und sagte nichts was an dodgers ohr gedrungen wäre sie wandte den kopf ein wenig woraufhin er die striemen am hals sah und die bürde die er fast unmerklich trug flüsterte ihm zu du wirst dafür sorgen dass die kerle bitter büßen müssen in diesem moment glaubte er in simplicity Augen ein glitzern wie von einer Sternschnuppe zu erkennen die zur Erde herabfiel er hatte nur einmal eine zu Gesicht bekommen vor langer Zeit und weit entfernt in Hampstead Heath es war das einzige mal gewesen denn als Toscher sah man nicht jeden Tag Sternschnuppen simplicity ließ seine Hand nicht los was sehr angenehm war aber auch unpraktisch es sei denn sie wollte rückwärts gehen schließlich ließ dodger vorsichtig los eilte um simplicity herum und ergriff ihre andere Hand alles in einer fließenden Bewegung und behutsam langsam führte er sie zum Tor und ging auf Zehenspitzen durch den winzigen Vorgarten in dem einige Rosen ein wenig Schönheit zu verbreiten suchten dergleichen sah dodger in letzter Zeit immer öfter Leute die genug Geld besaßen und in einem anständigen Viertel wohnten wollten ihr kleines Stück Land in eine winzige Version des Buckingham Palace verwandeln er ging nicht oft in London spazieren immerhin war er dodger der ständig hierhin und dorthin eilte und nicht lange genug an einer Stelle verweilte um geschnappt zu werden aber nun hielt Simplicity seinen Arm und er begriff dass er sie stützen musste dadurch kam er nur langsam voran und auch seine Gedanken wurden langsamer sodass die einzelnen Teile sauber zusammenpassten anstatt sich hastig und überstürzt zusammenfügen zu wollen er wandte sich um und blickte zu Mrs. Scharpels zurück die ihnen folgte es war früher Nachmittag und in dieser Gegend ließ es sich angenehm umher schlendern in dem hellen Licht fühlte er sich sonderbar froh und wohl mit der jungen Frau an seiner Seite sie hielt mit ihm Schritt und wenn er sie ansah lächelte sie jedes mal und es herrschte ein Friede der sich in seinen Stadtviertel nur früh am Morgen ausbreitete wenn die Sterbenden nicht länger schrien und die Lebenden so betrunken waren dass sie sich um nichts mehr scherten plötzlich schien es keine Rolle mehr zu spielen ob Simplicity etwas Wichtiges wiedererkannte oder nicht es genügte dass sie beide zusammen spazieren gingen doch irgendwie blieb Dodger auch immer Dodger der Augen und Ohren offen hielt jedem Schritt lauschte jedes Gesicht und jeden Schatten beobachtete immerzu einschätzte beurteilte und bewertete im Augenblick wandte er seine Aufmerksamkeit der sanften Molly zu die ihm entgegen kam lange Zeit war ihm die sanfte Molly ein Rätsel gewesen denn er hatte nicht gewusst woher sie die Blumen hatte die sie in den Straßen verkaufte kleine Sträuße gut gebunden und hübsch anzusehen bis ihm die alte deren Gesicht eine einzige Faltenlandschaft bildete eines Tages erzählt hatte woher die Blumen stammten und seitdem dachte Dodger über Friedhöfe ganz anders als vorher bei ihren Worten war es ihm kalt über den Rücken gelaufen aber wenn man sehr alt war so alt dass man älter war als viele der Verstorbenen in den Gräbern und deshalb ebenfalls Achtung verdiente ergab es vielleicht einen Sinn Blumen von den Grabsteinen der kürzlich Bestatteten zu stehlen immerhin erlitt kaum jemand Schaden und die Blumen die die Verstorbenen ohnehin nicht mehr riechen konnten hielten wenigstens die liebenswerte alte am Leben es war ein trauriger Gedanke und es war eine schauerliche Vorstellung dass Molly des Nachts auf dem Friedhof Blumen Kränze einsammelte sie im Dunkeln sorgfältig auseinander nahm und daraus mit sanfter Hand Streuße für die Lebenden anfertigte welche Rolle spielte es schon nach den Maßstäben der Welt dass den toten Blumen gestohlen wurden die sie nicht sehen konnten wenn dafür die arme alte sanfte Molly der nur noch ein Zahn geblieben war wenigstens eine Nacht lang leben konnte außerdem dachte Dodger einige der Kränze sehen aus wie ein ganzer Blumen laden und was macht es schon wenn einige hübsche blüten fehlen dieser gedanke munterte ihn auf deshalb zog er simplicity mit sich als er auf die alte zutrat die sich auf der Straße nieder kauerte und wahrhaft erbarmungswürdig wirkte wozu sie sich nicht einmal anstrengen musste er gab ihr einen Sixpence jawohl einen Sixpence für einen kleinen Strauß duftender Blumen und falls sich die Toten in ihren Gräbern umdrehten so waren sie großmütig genug dabei leise zu sein und außerdem tat ihnen die Bewegung gut Dodger reichte simplicity die Blumen und murmelte hier ein Geschenk für dich und sie sagte ja sie sagte es tatsächlich Dodger war ganz sicher er sah wie sich in Worten eine Rose formten und wie sich der Mund wieder schloss simplicity schien ebenfalls überrascht zu sein die Worte gehört zu haben und tief im Innern verspürte Dodger erneut den Wunsch jemanden ordentlich zu verprügeln dann sagte simplicity hör zu Dodger ich habe Mr. Mrs. Mayhew bei einem Gespräch belauscht ich bin ihnen sehr dankbar aber es ist so wie ich schon befürchtete in die sichere Obhut meines Ehemanns zurückkehre ihr Gesichtsausdruck wies in aller Deutlichkeit darauf hin wie entsetzlich sie diese Vorstellung fand Dodger wandte den Kopf und blickte zur Haushälterin zurück die einige Meter hinter ihnen ging und das Notizbuch bereit hielt als wolle sie alles aufschreiben ich glaube der äußere Eindruck trügt und du bist nicht so krank wie es den Anschein hat oder fragte er leise die Antwort war ein stilles Ja und er nahm es zum Anlass die Stimme noch mehr zu senken und zu sagen zeig es den anderen nicht verlass dich drauf ich sorge dafür dass du woanders untergebracht wirst Simplicity strahlte als sie flüsterte ich bin ja so froh dir noch einmal zu begegnen jeden abend breche ich in tränen aus wenn ich an das unwetter denke und mich erinnere wie du die schrecklichen männer vertrieben hast die sie zögerte kurz die so grob waren die sanftheit dieser worte traf Dodger mitten ins herz wirbelte um ihn herum und kehrte zum herzen zurück glaubte sie wirklich dass er ihr helfen wollte dass fuhr sie fort aber diese männer haben hass verdient ihretwegen kann ich meinen wahren namen nicht nennen ich wage nicht ihn laut aus zu sprechen nicht einmal dir gegenüber noch nicht vorläufig muss ich simplicity bleiben obwohl ich mich nicht für so simpel halte die sonne schien noch immer und nach wie vor lag honig in der luft aber Dodger beschlich das Gefühl dass sie abgesehen von mrs scharpels noch anderweitig beobachtet wurden dass ihnen jemand folgte er wusste es einfach denn auf der straße hatte er gelernt kleinste veränderungen zu bemerken als hätte er augen im hinterkopf war es jemand der auf eine gelegenheit hoffte sie zu bestehlen oder vielleicht ein piler man wurde kein gießer ohne augen am hintern und es half wenn man auch welche auf dem kopf hatte musste jemand mit einem auftrag sein mit einem auftrag der mit ihnen zu tun hatte dodger verfluchte sich selbst weil er nicht daran gedacht hatte aber man konnte nicht an alles denken wenn man ein held war jetzt dachte er das war schnelle arbeit immerhin habe ich mich erst gestern auf der straße umgehört und fragen gestellt jemand scheint es recht eilig zu haben aber er unternahm erst frau einen spaziergang unternahm von sorgen unbelastet während sich in seinem kopf die räder drehten und truppen aufmarschierten während er pläne schmiedete und möglichkeiten erwog wer auch immer sie beschattete erwarte abstand und was auch immer geschehen mochte dodger begriff dass niemand erfahren durfte wo simplicity derzeit wohnte der unbekannte oder die unbekannten waren sich ihrer sache noch nicht so sicher dass sie unvermittelt angriffen solange sie mrs sharpels im schlepptau hatten ihr missbilligender blick wäre dem herzog von wellington ein ganzes bataillon wert gewesen und so schlenderten alle drei fröhlich weiter wie ganz gewöhnliche leute bis die alte schachtel sagte ich glaube das ist weit genug junger man ich muss darauf bestehen dass wir umkehren denn simplicity ist noch immer recht schwach und du würdest ihr einen schlechten dienst erweisen wenn sie sich erkältet ihre stimme klang nicht so unfreundlich wie zuvor und deshalb beschloss dodger sie ins vertrauen zu ziehen er wandte sich zu mrs sharpels um nahm sie zu ihrer großen überraschung am arm und flüsterte ihr und simplicity zu meine damen ich glaube wir werden von einem menschenverfolg der böses im schilde führt vielleicht hatte es auf simplicity oder auf mich abgesehen ich appelliere an ihre verantwortung mrs sharpels und bitte sie weiter zu gehen wenn ich an der nächsten ecke abbiege bitte warten sie bis ich mir den kerl vorgeknüpft habe zu seinem erstaunen flüsterte mrs sharpels ich habe dich falsch beurteilt junger Mann gib dem Mistkerl einen ordentlichen tritt an eine empfindliche stelle wenn er sich zur wehr setzt zieh ihm so richtig das fell über die uhr dann trug ihr gesicht wieder den üblichen ausdruck von verdruss über alles und jeden simplicity schnaubte und sprach schmeiß ihn in die gosse wenn du kannst dodja dodja sah die verblüffung in mrs sharpels augen aber simplicity stand plötzlich aufrecht und gerade wie bereit für einen kampf erleichtert wenn auch leicht verwirrt beobachtete dodja wie die beiden frauen weitergingen ohne langsamer zu werden als er an der nächsten ecke in eine gasse trat dort wartete er mit dem rücken zur wand und es dauerte nicht lange bis ein Mann um die ecke bog sofort packte er ihn an der gurgel rammte ihm das Knie an die von miss sharpels erwähnte und so nahe zu sich heran dass er seinen schweiß roch und es gab genug licht um den Mann zu erkennen meine glüte der schmutzige benjamin wie er leid lebt und stinkt und dann nimmst du einen kleinen bummel zu den feinen leuten was liegt heute an wie lautet dein auftrag seit mindestens sieben ecken folgst du mir auf schritt und tritt und ich habe mehrmals die riechst wie ein hund der sich im eigenen urin gewälzt hat du schnaufst wie ein schwein in nöten und wenn du nicht bald was sagst und mir Auskunft gibst dann bei gott kriegst du von mir eine abreibung die du so schnell nicht vergisst dodger begriff plötzlich dass der Mann gar nichts sagen konnte weil er ihm den Hals zudrückte wodurch Benjamin aussah als stünde er kurz vor einer Explosion dodger lockerte den Griff und stieß den glücklosen Benjamin tiefer in die Gasse hinein die Gasse war schmal und es hielt sich niemand in der Nähe auf du kennst mich Benjamin nicht wahr sagte dodger du erkennst mich auch in diesen neuen Klamotten oder ich bin 's der gute alte dodger der nie jemandem auf die Füße tritt wenn er der schmutzige Benjamin stand erstarrt vor dodger und brachte mit etwas Mühe hervor die Leute sagen dass du den Friseur umgebracht hast du weißt schon den mit den vielen Toten im Keller stimmt dodger zögerte in der Kanalisation war das Leben viel einfacher aber er hatte vor kurzem gelernt dass die Wahrheit ein Nebel war wie Charlie es ausgedrückt hatte und dass die Leute ihr die Form gaben die sie ihrer Meinung nach haben sollte er hatte nie jemanden getötet doch das spielte keine Rolle denn der Nebel der Wahrheit wollte nicht wissen dass der arme Mr. Todd ein anständiger Mann gewesen war der im Dienst des Herzogs von Wellington so viel Schreckliches erlebt hatte dass sein Geist ebenso verkrüppelt war wie die Verwundeten die er behandeln musste der arme Teufel war tatsächlich eher ein Kandidat für Bedlam als für den Galden obwohl jeder der einigermaßen bei Verstand aber nicht bei Kasse war den Armen die nach Bedlam kamen blieb keine Wahl den Henker vorgezogen hätte doch der Dunst der Wahrheit mochte keine unangenehmen Einzelheiten und deshalb musste es einen Schurken und einen Helden geben es war ein verdammtes Ärgernis aber vielleicht konnte er schmutzigen Benjamin mit einem tadelnden Blick und sagte so in der Richtung aber nicht ganz wenn du mein Freund sein willst solltest du mir verraten warum du mich verfolgt hast andernfalls mache ich Hackfleisch aus dir es war keine Ruhmestat dem schmutzigen Benjamin auf diese Weise zu drohen denn er war nicht mehr als ein armer Kerl der Frauen die Unterwäsche von der Wäscheleine Stahl und Botengänge für jeden erledigte der über ihm stand und etwas Geld übrig hatte sein größter Ehrgeiz bestand darin bis zum nächsten Tag zu überleben bei jemandem wie ihm verspürte man den Wunsch sich nach der Begegnung mit ihm die Hände zu waschen er war ein Wurm der sich immer zu wand er gehörte zu den verlorenen Seelen zu den Menschen die hinter der Tür gestanden hatten als Gott vorbeigekommen war solche Menschen streiften die Welt nur berührten sie kaum und fürchteten sich dauernd vor etwas derzeit schien es dem schmutzigen Benjamin an Furcht nicht zu mangeln und Dodger gab nach und sagte naja vielleicht mache ich doch kein Hackfleisch aus dir denn ich kenne dich Ben du sagst mir bestimmt was ich wissen will nicht war und ich möchte wissen wer dich beauftragt hat mich zu verfolgen ich tue dir nichts wenn du mir antwortest Dodger und der schmutzige Benjamin wandten sich um als sich die Schatten veränderten und Mrs. Sharples enthüllten die in Begleitung von Simplicity um die Ecke spähte es tut mir leid wenn ich die beiden Herren bei ihrem Gespräch störe aber ich glaube es wird Zeit für die Heimkehr wenn sie nichts dagegen haben Dodger betrachtete wieder den unglücklichen Schurken der sich vor ihm duckte Benjamin sagte er streng ich habe nichts gegen dich dies ist die letzte Gelegenheit sag mir für wen du arbeitest und warum ich erzähle nicht weiter dass ich es von dir weiß der schmutzige Benjamin weinte und nach dem Geruch zu urteilen waren es nicht nur Tränen die er vergoss er sank auf die Knie und wimmerte erbarmlich und Dodger beugte sich über ihn und flüsterte in meiner Hand habe ich das Rasiermesser des Friseurs Sweeney tot und noch ist es nicht aufgeklappt aber es ruft mich es fordert mich auf Gebrauch von ihm zu machen ich rate dir dringend mir zu kaum auseinander zu halten waren aber Dodger verstand folgendes es war Harry Klatsch von Hackney Marshes aber es heißt dass einige wichtige Typen wissen wollen wo du steckst und ob du das Mädchen bei dir hast mehr weiß ich nicht ganz ehrlich es ist eine Belohnung ausgesetzt wer hat sie ausgesetzt fragte Dodger keine Ahnung Harry Klatsch hat mir nie nichts gesagt das ist die reine Benjamin war leichte Beute und deshalb sagte er nun Benjamin als dein Freund verlasse ich mich darauf dass du Harry Klatsch nichts von unserer Begegnung erzählst der kleine Mann auf dem Boden nickte hastig und nun muss ich noch einen Auftrag ausführen ich habe versprochen dir nichts anzutun aber dies er trat zu kommt von Mrs. Scharpels entschuldige aber sie bat mich darum Benjamin bedachte ihn mit einem stöhnen Mrs. Scharpels mit einem breiten schrecklichen Grinsen sie sagte gut gemacht junger Mann noch einmal Dodger dachte dies ist der richtige Zeitpunkt dafür jener Mann zu sein der die Welt von Sweeney Todd befreit hat und so sagte er ruhig Simplicity und auch Sie Mrs. Scharpels hören mir jetzt bitte gut zu ich habe Grund zu der Annahme dass gewisse Leute nach Simplicity suchen weil sie ihr Böses wollen und deshalb entnehme ich sie der freundlichen Fürsorge der Mahews ich bin sicher dass sie Simplicity gut behandeln aber mir schaudert bei der Vorstellung dass sie den üblen Leuten die Tür öffnen aber sie befindet sich in ihrer Obhut wandte mrs. Scharpels ein Dodger öffnete den Mund hörte aber ein Geräusch das von Simplicity stammte sie sprach nicht laut aber auch nicht sehr leise mit fester Stimme sagte sie ich bin eine verheiratete Frau deren Mann sich als schwacher dummer Junge herausgestellt hat mrs. Scharpels und ich glaube dass Dodger in diesem Fall recht hat deshalb schlage ich vor dass wir so schnell wie möglich zum Haus zurück kehren ja bekräftigte Dodger dem stimmen sie doch sicher auch zu mrs. Scharpels oder die haushälterin blickte auf den schmutzigen Benjamin hinab was soll mit ihm geschehen Dodger sagte zu dem Häufchen Elend namens Benjamin hör gut zu mein Freund ich weiß wer du bist und wo du wohnst und ob ich das weiß sammelst du noch immer korsetts wenn du wieder aufstehen kannst wirst du folgendes tun du machst dich auf und folgst dem verlauf der straße dort du wirst so schnell wie möglich gehen und zwar immer in die gleiche Richtung und du drehst dich nicht ich wiederhole nicht um bevor es vollkommen dunkel geworden ist hast du verstanden denn du kennst mich und ich bin Dodger der neue Dodger ich Der Dodger der sein Rasiermesser besitzt und wenn du mich hinter gehst komme ich eines nachts neben dir aus dem Boden und sorge dafür dass du nie wieder erwachst Benjamin stöhnte und erwiderte ich hab dich nie nicht gesehen und bei Gott ich wünschte das wäre die Wahrheit ich mache dir keinen Ärger sie kehrten auf Umwegen zum Haus der Mayhues zurück und erst als Dodger den Zeitungsjungen sah und hörte wie er grausiger Mord lesen sie alles darüber mörder von tapferem helden überwältigt rief begriff er dass das Leben immer vertrackter wurde schließlich erschien vor ihnen wieder das kleine tor der Mayhues und Dodger sah sich rasch nach weiteren beobachtern um offenbar gab es keine er öffnete das Tor für Simplicity die sagte vielen vielen Dank mein lieber Dodger und sie warf ihm einen Kuss zu der völlig lautlos war doch für Dodger schien er so laut zu sein wie alle Glocken von London beim gemeinsamen läuten das Gespräch mit den Mayhues verlief weniger mühsam als Dodger befürchtet hatte zumal er darauf hinwies dass jemand nach Simplicity suchte und sie wollten doch sicher nicht so betonte er dass dieser jemand an ihre Tür klopfte wenn sie so freundlich wären Miss Simplicity beim packen zu helfen und eine Kutsche zu rufen schloss Dodger seine Ausführungen dann bringe ich sie unverzüglich zu Charlie wo wir sicher genug sein dürften um die nächsten Schritte zu planen und ich bitte sie Mrs. Mayhew und Mr. Mayhew diesmal brauchen wir keine Anstandsdame Ich muss Einwände erheben erwiderte Mrs. Mayhew mir scheint Dodger öffnete den Mund aber Simplicity kam ihm zuvor gab Mrs. Mayhew einen Kuss und sagte Jane ich bin eine verheiratete Frau und kann mit Bestimmtheit sagen dass mich mein Mann als Sklavin möchte oder tot ich begleite Dodger Wahl und Schuld liegen bei mir und ich möchte nicht dass dieser Haushalt meinetwegen irgendwie zu Schaden kommt Mr. und Mrs. Mayhew starten sie an wie man vielleicht einen Hund anstarrt und dann setzte sich der gesunde Menschenverstand durch und Mr. Mayhew sagte liebe Mrs. Scharpels könnten sie vielleicht eine Kutsche rufen während du meine Liebe diese Worte galten seiner Frau vielleicht so freundlich wärst Miss Simplicity beim Packen ihrer wenigen Sachen zu helfen damit alles bereit ist wenn die Kutsche vorfährt für Dodger konnte die Kutsche diesmal nicht schnell genug kommen und als sie schließlich vor dem Haus hielt drückte Mr. Mayhew ihm eine halbe Krone in die Hand gut gemacht mein lieber Dodger gut gemacht als die Kutsche zur Fleet Street rollte fragte Simplicity mein lieber Dodger warum hast du mich im Regen gerettet es haute ihn regelrecht um aber er brachte hervor weil es mir nicht gefällt wenn irgendwelche Leute andere Leute zusammenschlagen die niemanden haben an dem sie ihren Zorn ihrerseits auslassen können davon musste ich als Kind zu viel ertragen und außerdem warst du ein Mädchen ihr Ton änderte sich als sie erwiderte eine Frau Dodger hast du gewusst dass ich mein Kind verloren habe das brachte Dodger in Verlegenheit ja tut mir leid dass ich nicht eher da war Dodger du bist wie ein Gott aus dem Regen aufgetaucht wie hättest du noch schneller sein können und diesmal musste sie sich nicht damit begnügen ihm einen Kuss zuzuwerfen sie lieferte ihn auf kürzesten Weg Charlie war nicht beim Chronicle aber in seinem Büro traf Dodger einen der zahlreichen Jungen die für die Zeitung arbeiteten indem sie mit Zetteln in der Hand umher liefen und dabei sehr wichtig aussahen dieser Junge starrte Dodger an wie den Erzengel Gabriel und fragte heiser »Stimmt es »Stimmt es, dass du das Ungeheuer mit seiner eigenen Krawatte erdrosselt hast? Oh, darf ich dich bitten, deinen Namen für mich auf dieses Stück Papier zu schreiben? Ich stelle ein Sammelalbum zusammen« Dodger blickte in das Gesicht des Jungen, das ein wenig schmutzig war, ebenso wie seine Kleidung, sicherer Hinweis darauf, dass es in diesem Gebäude überall Tinte gab. Er wusste nicht genau, was er sagen sollte und suchte bei der Wahrheit Zuflucht. »Weißt du, Junge, er war einfach nur ein sehr kranker alter Mann, verstehst du? Er glaubte, Tote zu töten, die zu ihm zurückkehrten und ihm keine Ruhe ließen. Ich habe ihn nicht erwirkt, klar? Ich habe ihm nur das Rasiermesser abgenommen und die Piler brachten ihn fort. Und das ist alles. Hast du verstanden?« Der Junge wich ein wenig zurück und meinte »Bestimmt sagst du das nur, weil du zu bescheiden bist. Und falls du hierher kommst, lässt Mr. Dickens dir ausrichten, dass er im House of Parliament zu finden ist, weil er heute ein bisschen auf Berichterstatter macht. Der Mann an der Tür lässt dich eintreten«, hat er gesagt, »und wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, sollst du sagen, dass du vom Chronicle bist. Und schreibst du jetzt deinen Namen auf diesen Zettel bitte?« Der Junge streckte ihm den Stift fast in die Nase und Dodger gab nach. Der Junge bekam einen gekritzelten Namen und Dodger bekam den Stift. »Ich weiß nicht, wo genau Mr. Charlie sich auffällt, aber du kannst jederzeit die Piler fragen«, sagte der Junge und lächelte. »Ich wette, es wimmelt nur so von denen.« »Einen Piler fragen? Dodger?« Doch dieser Einwand kommt zweifellos vom alten Dodger, dachte er. Und immerhin, er war ein doppelter Held, auch wenn beide Fälle auf einem Missverständnis beruhten. Zumindest für einen Jungen mit Tintenflecken im Gesicht war er ein Held, und ein Held sollte aufrecht vor den Pilern stehen oder etwa nicht. Ein Held würde ihnen unverwandt in die Augen blicken, und außerdem hatte Simplicity ihn geküsst. Und für einen weiteren Kuss von ihr wäre er bereit gewesen, einem Piler in den Hintern zu treten. Er musste nur weiter dem eingeschlagenen Weg folgen. Dann wurde das Leben besser. Und vielleicht wurde es noch besser, wenn er auf die Hilfe von Mr. Dickens zurückgreifen konnte. Er saß Simplicity an und sagte, »Tut mir leid, aber mir scheint, wir haben eine weitere Fahrt vor uns.« Und dann blieb ihnen nichts anderes übrig, als eine der draußen wartenden Kutschen zu nehmen und zum Parliament Square zu fahren. 9. Dodger bringt ein Rasiermesser ins Parlament und begegnet einem Mann, der auf der richtigen Seite stehen möchte. Den Männern, die das Parlamentsgebäude bewachten, ob in Uniform oder nicht, widerstrebte es, Dodger und Simplicity Eintritt zu gewähren. Vielleicht deshalb, weil sie französische Spione sein konnten. Oder gar russische. Dodger war weder das eine noch das andere. Aber anstatt den Wächtern zu sagen, dass sie sich zum Teufel scheren sollten, was der frühere Dodger getan hätte, der Dodger ohne Simplicity am Arm, stand er einfach nur da, bemühte sich, möglichst groß auszusehen und sagte, »Ich bin Mr. Dodger und möchte zu Mr. Charlie Dickens.« Dies bewirkte den einen oder anderen Lacher. Aber Dodger blieb weiterhin aufrecht stehen und starrte die Männer an. Und schließlich sagte einer von ihnen, »Dodger, ist das nicht der Mann, der heute Morgen den teuflischen Friseur überwältigt hat, drüben in der Fleet Street?« Der Mann, der als erster gesprochen hatte, kam näher und sagte, »Es heißt, die Piler hätten Angst gehabt, den Laden zu betreten. Offenbar findet eine Sammlung statt und es sollen schon fast zehn Guineen zusammengekommen sein.« Inzwischen hatte sich eine kleine Menschenansammlung gebildet und Dodger konnte nur wiederholen, »Ich möchte in einer wichtigen Angelegenheit zu Mr. Dickens.« Dann sagte er sich, dass er nur warten, die ihm dargebotenen Hände schütteln, nicken und lächeln musste, bis jemand Charlie holte. Das ging in Ordnung. Und ein Mann, ein sehr adretter, eleganter Mann, erschien plötzlich und sagte mit aufrichtiger Schärfe, »Wenn dies der Held ist, der doppelte Held der Fleet Street, sofern man den Zeitungen vertrauen darf, welchen Dienst erweisen wir ihm dann anlässlich seines Besuchs? Was habt ihr euch nur gedacht?« Dem letzten Wort verlieh der Mann eine besondere Betonung. Und die Leute klatschten und einige machten Bemerkungen in der Art von »Wohlgesprochen, Mr. Disraeli, wie wahr, wie wahr, wo bleiben nur unsere Manieren?« Und einer von ihnen sagte, »Nun, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Gentlemen, aber meiner Meinung nach handelt es sich bei einem Helden wie diesem um einen Mann, der das grausige Rasiermesser des Mörders gewiss noch immer bei sich hat.« Die Worte versetzten Dodger einen Stich, und er malte sich aus, was geschehen mochte, wenn man ihn hier, an diesem Ort, mit dem Messer erwischte. Dann lachte der Mann, der das Rasiermesser erwähnt hatte, und fügte hinzu, »Allein der Gedanke!« »Allein der Gedanke«, murmelte Dodger und lachte ebenfalls, allerdings eher gezwungen. Und so kamen Dodger und Simplicity ins Parlament, tatsächlich begleitet vom Rasiermesser und von einer Lüge, wogegen nichts einzuwenden war, denn Lügen hatten viele Leute ins Parlament gebracht. Dodger wusste noch immer nicht, warum er Sweeney Todds Rasiermesser in dem ganzen Durcheinander an sich genommen hatte. Irgendwie hatte er das Gefühl, es sei bei ihm derzeit am besten aufgehoben. Bevor er jedenfalls in dieser Hinsicht etwas unternehmen konnte, wurde Mr. Dickens gerufen und traf kurze Zeit später ein. Er schüttelte Dodger theatralisch die Hand, musterte Simplicity und fragte, »Sind Sie etwa die junge Dame, die vor drei Nächten verprügelt wurde?« Dann betonte er, dringendes mit dem jungen Kavalier besprechen zu müssen, was auch immer das bedeuten mochte. Sie schritten durch die Flure, die mit dicken Teppichen ausgelegt waren, und erreichten einen kleinen Raum mit einem Tisch. Während Dickens Stühle und Sessel zurechtrückte und Simplicity beim Platznehmen half, behielt Dodger Mr. Disraeli im Auge. Er erinnerte ihn irgendwie an einen sehr viel jüngeren Solomon oder an eine Katze, die eine Untertasse mit Milch gefunden hat und jeden einzelnen Tropfen genießt. Er war, ja, das traf es gut. Er war ein Dodger, kein Dodger wie Dodger, aber eine andere Art von Dodger. Und man musste selbst Dodger sein, um dies zu erkennen. Ein schlauer Mann und bewaffnet mit einer Zunge, die vielleicht noch Schlimmeres anrichten konnte als ein Messer. Ein außerordentlich gewiefter Typ und ganz klar ein Gieser. Dodgers und Mr. Disraelis Blicke trafen sich, und Mr. Disraeli zwinkerte, vielleicht die Anerkennung eines Dodgers einem anderen gegenüber. Dodger lächelte, zwinkerte aber nicht, denn ein junger Mann konnte in Schwierigkeiten geraten, wenn er einem Gentleman zuzwinkerte. Bis zu diesem Moment hatte er Unbehagen empfunden. Hervorgerufen von einer Umgebung mit Statuen, Teppichen, die jedes Geräusch schluckten, und vielen Bildern an den Wänden, den Porträts älterer Herren mit weißem Haar und verkniffenen Gesichtern, als litten sie an Verstopfung. Ihre wortlosen Blicke schienen ihm zu sagen, dass er klein und unbedeutend war, nicht mehr als ein Wurm. Disraelis Zwinkern brach den Bann und teilte ihm mit, dass es in diesem Gebäude nicht viel anders zuging, als in einem der überfüllten Mietshäuser, die Dodger kannte. Es mochte größer, wärmer und besser eingerichtet sein, und die Menschen, die sich hier aufhielten, waren eindeutig besser ernährt, den dicken Bäuchen und roten Nasen nachzuurteilen. Durch das Zwinkern indes nahm Dodger nun eine weitere Ansammlung von Leuten zur Kenntnis, die um die besten Plätze rangelten, nach Macht und einem besseren Leben strebten, wenn nicht für alle, so zumindest für sie selbst. Dodger grinste, während er diesen Gedanken festhielt wie einen magischen Ring, der ihm Macht verlieh und von dessen Vorhandensein sonst niemand wusste. Aber auf dieses gute Gefühl folgte ein schlechtes. Hier wimmelte es überall von Worten und Büchern, und derzeit fand er keine Worte. Eine Hand legte sich ihm auf die Schulter, und Charlie sagte, mein Freund, wir müssen uns um eine wichtige Angelegenheit kümmern. Vor meinem guten Freund, Mr. Disraeli, kannst du offen sprechen. Er ist ein aufstrebender Politiker, in den wir große Hoffnungen setzen und der das gegenwärtige Problem kennt. Übrigens, wie geht es dir? Erfrischungen gefällig? Während Dodger noch nach Worten suchte, nickte Simplicity höflich, und Charlie ging zur Tür und zog an einem Glockenstrang. Auf der Stelle erschien ein Mann, flüsterte kurz mit Charlie und ging wieder. Charlie setzte sich in einen bequemen Sessel, und Disraeli folgte seinem Beispiel. Letzterer faszinierte Dodger. Er kannte das Wort Insinuieren nicht, aber mit dem Gedanken dahinter war er vertraut. Mr. Disraeli insinuierte sich selbst. In gewisser Weise verließ er einen Ort nicht, bis er tatsächlich ganz woanders war. Das macht ihn gefährlich, dachte Dodger. Und dann fiel ihm ein, was er bei sich trug. Während der Bedienstete noch unterwegs war, um etwas zu trinken zu holen, sagte Charlie, um Himmels Willen, junger Mann, entsetz dich, die Stühle und Sessel beißen nicht. Ich bin hoch erfreut, dass die Erholung der jungen Dame so gute Fortschritte macht. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Ich bitte um Entschuldigung, sagte Disraeli. Aber wer ist die jungen Dame eigentlich? Ist sie... wäre jemand so freundlich, mich ihr vorzustellen? Er stand auf, und Charlie erhob sich ebenfalls, führte Disraeli zu Simplicity und sagte, Miss Simplicity, darf ich Ihnen Mr. Benjamin Disraeli vorstellen? Auf der Stuhlkante sitzend beobachtete Dodger das Geschehen mit einem gewissen Staunen. In Seven Dials war so etwas nicht üblich. Dann sagte Charlie, Ben, Miss Simplicity ist die Dame, über die wir gesprochen haben. Und mit zuckersüßer Stimme fragte Simplicity, was wurde über mich gesprochen, wenn ich fragen darf? Dodger wäre fast aufgesprungen, bereit, Simplicity falls notwendig zu verteidigen. Aber Charlie sagte recht scharf, bleib sitzen, Dodger. Dies solltest du besser mir überlassen. Du kannst gern deine Meinung äußern, wenn du möchtest. Er wandte sich an Simplicity. Das gilt natürlich auch für sie. Hier in England sieht man die Situation folgendermaßen, Miss Simplicity. Sie haben im Ausland gelebt, zusammen mit ihrer Mutter, offenbar einer Englischlehrerin. Nach ihrem bedauernswerten Ableben haben sie irgendwann in jüngerer Vergangenheit einen Prinzen aus einem der deutschen Länder geheiratet. Charlie sah die junge Frau so an, als befürchte er eine Explosion. Aber sie nickte nur, und er fuhr fort. Wir wissen auch, dass sie nicht viel später flohen und hier in England erschienen, wo ihre Mutter geboren wurde. Simplicity starrte ihn an und erwiderte, Ja, und ich bin geflohen, weil sich mein Mann unmittelbar nach der Heirat als eine wehleidige Jammergestalt entpuppte. Er versuchte sogar, mir die Schuld an unserer sogenannten Ehe zu geben. Ein Trick, meine Herren, der so alt ist wie die Welt. Dodger bemerkte, dass die Israeli zum Himmel aufgeblickt hatte, beziehungsweise zur Zimmerdecke. Selbst Charlie wirkte ein wenig betreten, ging aber nicht darauf ein und fuhr fort. Inzwischen wissen wir aus Quellen, die ich hier nicht nennen möchte, dass zwei Landarbeiter, die Zeugen der Trauung waren, tot aufgefunden wurden. Und der Priester, der die Zeremonie durchführte, scheint eines Tages ausgerutscht zu sein, als er das Dach seiner Kirche inspizierte. Er überlebte den Sturz nicht. Das muss Pater Jakob gewesen sein, murmelte Simplicity mit blasser Miene. Er war ein anständiger Mann. Und mir scheint, dass ein Priester nicht einfach so vom Dach seiner Kirche fällt. Die Zeugen waren Heinrich und Gerta. Das Dienstmädchen, das mir die Mahlzeiten brachte, erzählte mir von ihnen. Offenbar sind sie im Moment ein wenig um Worte verlegen, Sir, aber vermutlich wollen sie mir auf die langatmige britische Art und Weise erklären, dass mein Mann seine Frau zurückhaben möchte. Abgesehen von dem Priester waren Heinrich und Gerta die einzigen Menschen, die Kenntnis von unserer Hochzeit hatten. Und jetzt sind sie tot. Dies, sie zog den goldenen Ring vom Finger und hob ihn hoch. Ist der einzige Hinweis auf meine Ehe. Ich glaube, Sir, sie versuchen mir klarzumachen, dass mein Mann, beziehungsweise sein Vater, diesen Ring zurückhaben will. Und zwar um jeden Preis. Disraeli und Charlie wechselten einen Blick und Disraeli sagte, ja, Madam, das nehmen wir an. Aber wissen Sie, Sir, es gibt noch einen weiteren Beweis für die Ehe. Damit meine ich mich selbst, Sir. Ich werde auf keinen Fall zurückkehren, denn ich weiß, dass ich dann einfach verschwinden könnte, falls ich überhaupt die Reise überleben würde. Eine Reise per Schiff, meine Herren. Und nachdem ich der einzige übrig gebliebene Ehebeweis bin, wie leicht wäre es dann, ihn bei der Überfahrt im Meer zu versenken. Simplicity steckte sich den Ring wieder an den Finger und wandte sich mit großem Ernst an Disraeli und Charlie. Zwei sehr nette Menschen hier in England, die meinen wahren Namen nicht kennen, nannten mich Simplicity. Aber ich bin erheblich komplizierter. Ich weiß, dass mein Schwiegervater überaus zornig war, als er erfuhr, dass sein Sohn und Erbe geheiratet hatte, angeblich aus Liebe. Eine Frau, die nicht einmal zur Zofe taugte, geschweige denn zur Prinzessin. Nun, meine Herren, so steht es in Märchen geschrieben. Und bei der ersten Begegnung mit meinem Mann dachte ich, für mich ginge ein Märchen in Erfüllung. Bald musste ich mich folgender Wahrheit stellen. Prinzen und Prinzessinnen spielen in der europäischen Politik eine gewisse Rolle, wenn es um Staatsangelegenheiten geht. Die Leute glauben, wenn unsere Prinzessin euren Prinzen heiratet, dann gibt es keinen Krieg zwischen zwei Ländern, die sonst vielleicht ihre Truppen in Marsch gesetzt hätten. Und mein eitler, dummer Mann und meine Dummheit, weil ich ihm glaubte, vereitelten eine gute Gelegenheit für Friedensverhandlungen. Dodger starrte Simplicity mit offenem Mund an. Eine Prinzessin? Man musste Ritter oder ein ähnlich feiner Pinkel sein, um eine Prinzessin zu retten oder etwa nicht. Charlie und Disraeli bewegten sich unruhig in ihren Sesseln. In diesem Moment klopfte es leise an der Tür und ein Mann mit Kaffee und kleinen Kuchenstücken trat ein. Ich glaube, Sir, ich bin so etwas wie ein politischer Flüchtling, sagte Simplicity, als sie wieder allein waren. Und es gibt Leute in diesem Land, die mir Böses wollen. Zweimal seit meiner Ankunft in England haben sie versucht, mich zu entführen. Und ich verdanke es Dodger und auch Ihnen, Mr. Diggins, dass ich heute hier bin und nicht auf einem Schiff, das mich zu meinem Mann zurückbringt. Meine Mutter, die tatsächlich Engländerin war, hat mir erzählt, dass in England alle Menschen frei sind. Ich bliebe sehr gern hier, Sir. Und ich glaube, ich kann auch hier eine Person von gewissem Wert sein, obgleich ich selbst in diesem Land um meine Sicherheit fürchten muss. Doch für den Fall, dass ich zur Rückkehr gezwungen bin, rechne ich mit dem Schlimmsten. Ich bin nirgends sicher, meine Herren, weshalb ich mich recht hilflos fühle. Selbst hier in England bin ich bedroht, in einem Land, in dem angeblich kein Mann Sklave sein muss. Ich hoffe, meine Herren, das gilt auch für Frauen. Charlie trat an den Kamin, lehnte sich gegen den Sims und fragte, »Was hältst du davon, Ben?« Mr. Disraeli wirkte wie ein Mensch, der einen Schlag auf den Kopf bekommen hatte. Seine scharfe Zunge schien ein wenig an Schärfe eingebüßt zu haben, denn er zögerte, bevor er sagte, »Nun, Madam, ich bedauere sehr, dass Sie sich in einer solchen Lage befinden, aber uns, das heißt der britischen Regierung, wurde versichert, dass Ihnen niemand ein Leid zufügt, wenn Sie zurückkehren.« Dodger erhob sich unvermittelt. »Kann man solchen Versicherungen trauen?« warf er ein. »Außerdem ist ein Leid zufügen eine Sache und ein Sperren, wo einen niemand sieht, eine andere. Ich meine, Ihr Typen kennt euch doch mit Worten aus. Es lauert jede Menge Unheil hinter kein Leid zufügen.« »Aber wie sollen wir Miss Simplicity Sicherheit garantieren, solange sie in unserem Land weilt?« fragte Disraeli. »Weder die Regierung, von der wir hier sprechen, noch unsere eigene können bei dieser Angelegenheit so ohne weiteres intervenieren. Was aber keineswegs bedeutet, dass beide Seiten nicht auf die Dienste Dritter zurückgreifen, um, sagen wir, ihre Interessen wahrzunehmen. Wenn Miss Simplicity zu Schaden käme, während sie sich in unserem Land aufhält, würden sich dadurch Probleme für die Beziehungen zwischen den beiden betroffenen Regierungen ergeben.« schluckte und schien zu fürchten, zu viel gesagt zu haben. Dodger wandte sich an Charlie. »Deshalb habe ich, ich meine, haben wir uns die Freiheit genommen, Simplicity aus dem Haus von Mr. und Mrs. Mayhew zu holen und fortzubringen. Es war sehr freundlich von den Mayhews, Simplicity zu helfen. Und wir möchten vermeiden, dass ihnen etwas zustößt. Wer auch immer die Leute sind, die nach Simplicity suchen, ich glaube nicht, dass es sich um besonders nette Zeitgenossen handelt. Und ich darf ihnen versichern, Sir, dass ich diese Sache nicht ruhen lasse. Wenn ich die Kerle finde, die sie so grausam misshandelt haben, und wenn sie dafür bezahlen, dann muss Simplicity nicht zurück, oder? Ich beschütze sie.« Mr. Disraeli rutschte in seinem Sessel hin und her und warf Charlie einen kurzen Blick zu, bevor er erwiderte, »Nun wissen Sie, junger Mann, es ist alles ziemlich kompliziert. Die fragliche Regierung verlangt die Rückkehr der jungen Dame, die schließlich verheiratet und somit rechtmäßiger Besitz ihres Mannes ist. Es gibt hier bei uns, das will ich nicht verhehlen, gewisse Leute, die es für vernünftig halten, sie um des Friedens zwischen unseren Nationen willen zurückzuschicken.« Er sah, wie Dodger den Mund öffnete, um zu protestieren. »Sie sollten wissen, Mr. Dodger, dass wir in letzter Zeit genug Kriege geführt haben, was Ihnen insbesondere nach der Begegnung mit Mr. Todd klar sein dürfte. Und zu viele dieser Kriege brachen aufgrund irgendwelcher Nichtigkeiten aus. Bestimmt verstehen Sie, warum diese Angelegenheit so schwierig ist.« »Schwierig?«, dachte Dodger. Ärger brodelte in ihm auf. Diese Männer behandelten Simplicity nicht wie eine lebendige Person, sondern wie eine Figur auf dem Spielbrett der Politik. Selbst beim Würfeln gab es größere Aussichten auf Gewinn. Plötzlich befand sich sein Gesicht dicht vor dem von Benjamin Disraeli, der sich in seinem Sessel so weit wie möglich zurücklehnte. »Hier ist nichts schwierig, Sir, überhaupt nichts!«, rief er. »Eine Frau, die von ihrem Alten verprügelt wurde und nicht erneut verprügelt werden will, kehrt nicht dorthin zurück, wo sie weitere Prügel riskiert. Meine Güte, bei uns passiert das dauernd, und niemand wackelt mit dem Finger und erwartet vom Alten, dass er seine Unterhosen plötzlich selbst wäscht.« Bevor Disraeli etwas sagen konnte, kam ein Kommentar von Charlie. »Denn es sollte dir möglich sein, die Entscheidung darüber noch etwas hinaus zu zögern und uns allen Gelegenheit zu geben, über unsere nächsten Schritte nachzudenken. Aber es gibt einen Punkt, der sofort geklärt werden muss. Dodger wohnt in Seven Dials bei einem älteren Herrn und einem bemerkenswerten Hund. Die Unterkunft ist kein geeigneter Aufenthaltsort für eine junge Dame. Und es besteht kein Zweifel, dass wir es mit einer Dame zu tun haben. Noch dazu mit einer Dame, die um ihr Leben fürchtet. Im schlimmsten Fall könnte sie sogar am helllichten Tag umgebracht werden, denn unser Dodger ist zwar schnell, aber nicht imstande, überall gleichzeitig zu sein. Deshalb müssen wir auf der Stelle entscheiden, verstehst du? Wir müssen entscheiden, Ben, wo diese Dame, eine Prinzessin Ben, abends ihren Kopf zur Ruhe bettet, in der Gewissheit, dass sie am nächsten Morgen noch einen hat. Wir beide kennen da eine Person, an die wir uns unter solchen Umständen wenden können. Die Israeli wirkte wie ein Mann, dessen Füße brannten und dem gerade jemand einen Eimer Wasser reichte. Ich nehme an, du meinst Angela. Aber natürlich. Charlie wandte sich an Dodger, der wie ein Wächter neben Simplicity stand, bereit, sie gegen alles und jeden zu verteidigen. Wir haben eine nützliche Freundin, die gewiss bereit ist, Miss Simplicity Obdach und auch Sicherheit zu gewähren. Ich bin mir völlig sicher, dass sie der Situation gewachsen ist, denn ich halte sie für eine Frau, die sich nie darum scheren muss, was Politiker und selbst Könige denken. Mit der Kutsche könnten wir in einer Stunde bei ihr sein. Ich begleite Miss Simplicity und den jungen Mann, um alles zu erklären. Woher soll ich wissen, ob ich dir trauen kann, Charlie? Selbst wenn jene geheimnisvolle Frau Vertrauen verdient? fragte Dodger. Nun, erwiderte Charlie, in mancher Hinsicht kannst du mir wahrscheinlich nicht trauen. Ich habe dir die Wahrheit gesagt, und die Wahrheit ist ein Nebel, wie du weißt. Aber hältst du es wirklich, wirklich für möglich, dass ich bei dieser Angelegenheit nicht vertrauenswürdig bin? Wohin willst du diese junge Dame sonst bringen? In die Kanalisation? Bevor einer der Anwesenden ein weiteres Wort äußern konnte, erhob sich Simplicities laute, feste Stimme. Ich traue dir, Dodger. Vielleicht solltest du ebenfalls ein wenig Vertrauen haben. Beim Parlamentsgebäude standen immer kutschenbereit, und bald waren sie nach Westen unterwegs, soweit Dodger das feststellen konnte. Sie fuhren schweigend dahin, bis Simplicity sagte, Mr. Dickens, ihr junger Freund Mr. Disraeli, gefällt mir nicht sonderlich. Er glaubt, bei jeder Frage zwei Seiten zu sehen. Er schwebt gewissermaßen, wenn sie verstehen, was ich meine. Bei ihm ist alles wie ein Kleidungsstück, das man ausschüttelt und wieder anzieht. Und meine Mutter sagte immer, solche Leute seien zwar unschuldig, aber gefährlich. Nach kurzer Pause fügte sie hinzu. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich glaube, meine Worte entsprechen der Wahrheit. Charlie seufzte. Die Politik dürfte zu dem Zweck erfunden worden sein, Kriege zu verhindern. Und in dieser Hinsicht sind Politiker nützlich. Meistens. Mehr ist leider nicht anzuführen, soweit ich das sehe. Allerdings sind Ben aufgrund seiner Stellung oftmals die Hände gebunden, und bei einigen Vorkommnissen möchte er nicht, dass seine Beteiligung daran bekannt wird. Es mag euch beide überraschen, dass sich in unserem Land Agenten fremder Staaten herumtreiben, so wie wir Leute losschicken, die sich in anderen Ländern für uns umsehen und umhorchen. Beide Seiten wissen davon. Und seltsamerweise tragen auch diese Aktivitäten dazu bei, dass der Frieden erhalten bleibt. Wenn allerdings Könige und Königinnen bedroht sind, fügte Charlie hinzu, kann ein Bauer gewinnen. Das alles war neu für Dodger. Und er fragte, Wir spionieren also ständig unsere Feinde aus? Leises Lachen erklang in der dunklen Kutsche. Im Allgemeinen nicht, Dodger. Denn wir wissen, was unsere Feinde denken. Es sind unsere Freunde, vor denen wir auf der Hut sein müssen. Man kann es mit einer Wippe vergleichen. An einem Tag sind unsere Feinde vielleicht unsere Freunde. Und am nächsten werden unsere Freunde zu Feinden. Oh, alle wissen von den Agenten. Die Agenten wissen von den Agenten. Ehrlich gestanden bin ich nicht sicher, was Diplomatie in dieser Hinsicht ausrichten kann. Simplicity bekäme zweifellos die Erlaubnis, hier in England zu leben. Aber es fällt mir schwer zu glauben, dass die Angelegenheit damit erledigt wäre. Denn die andere Regierung scheint auf Betreiben ihres Schwiegervaters sehr hartnäckig zu sein. Vielleicht könnten wir sie auf ein Schiff nach Amerika oder vielleicht nach Australien schmuggeln. Doch ich fürchte, diese Möglichkeit ziehe ich allenfalls als Romanschriftsteller in Betracht. Amerika? Entfuhr es Dodger. Davon habe ich gehört. Dort wimmelt es von Wilden. Keinesfalls darf Simplicity dorthin geschickt werden. Sie hätte überhaupt keine Freunde. Und was Australien betrifft, darüber weiß ich nicht viel, aber Solomon hat mir erzählt, dass dieses Land auf der anderen Seite der Welt liegt. Und das bedeutet meiner Meinung nach, dass die Leute dort auf dem Kopf gehen. Selbst wenn wir sie auf ein Schiff brächten, es bliebe nicht unbemerkt, wie dir sicher klar ist, Charlie. Es gibt Leute, die alles beobachten, was im Hafen geschieht. Ich war einer von ihnen. Ich bin ziemlich sicher, dass wir sie gut verkleiden könnten, wandte Charlie ein. Oder wir halten uns bedeckt und warten ab, bis der Schwiegervater einen Schlaganfall erleidet. Nach allem, was Disraeli herausgefunden hat, lässt sich mit dem recht unangenehmen Sohn leichter fertig werden. Dodger hörte aufmerksam zu. Simplicity war mitleidlos zusammengeschlagen worden, und anschließend war sie sehr schwach gewesen. Auf diese Weise hatte er immer an sie gedacht. Aber plötzlich regte sich eine dunkle Erinnerung in ihm. Charlie, sagte er, jemand hat mir einmal von den Römern erzählt, die die Kanalisation gebaut haben. Damals gab es eine Frau, die Jagd auf die Römer machte, mit Streitwagen, deren Räder Klingen hatten und ihnen die Beine abschnitten. »Du kennst dich doch gut mit Büchern aus. Weißt du, wie die Frau hieß?« »Boudica«, antwortete Charlie. »Und ich glaube, ich verstehe, worauf du hinaus willst.« Die Simplicity ist eine junge Frau, die weiß, was sie will. Sie sollte nicht gezwungen sein, vor ihren Gegnern wegzulaufen. Die Kutsche wurde langsamer und blieb vor einem sehr großen und sehr hell erleuchteten Haus stehen. Charlie klopfte an und ein Butler öffnete. Einige Worte wurden geflüstert und kurze Zeit später warteten Dodger und Simplicity in einem hübschen kleinen Zimmer, während Charlie mit dem Butler davon eilte, der offenbar Joffrey hieß. Kaum eine Minute war vergangen, als Charlie in Begleitung einer Lady zurückkehrte, die er als Miss Angela Birded Kutz vorstellte. Sie schien recht jung zu sein, fand Dodger, kleidete sich aber wie eine ältere Frau. Und ein Blick in ihr Gesicht genügte, um Dodger einen messerscharfen Verstand zu verraten. Es war wie bei Charlie. Er wusste sofort, dass er dieser Frau gegenüber ehrlich sein musste oder besser schweigen sollte. Sie sah aus wie eine Person, die sich durchzusetzen verstand und bei Auseinandersetzungen immer gewann. Sie streckte die Hand aus. »Sie müssen Simplicity sein, meine Liebe. Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Sie wandte sich an Dodger. Und Sie sind der Held der Fleet Street. Charlie hat mir von ihren Taten beim Chronicle erzählt. Alle reden über ihre Unerschrockenheit heute Morgen. Glauben Sie mir, ich weiß, was vor sich geht. Die Menschen können sehr mitteilsam sein. Zunächst einmal kommt es darauf an, dass dieses Mädchen...« Angela korrigierte sich. »Ich meine, dass diese junge Frau eine Mahlzeit und die Möglichkeit erhält, in einem warmen und vor allem sicheren Bett zu schlafen.« Sie fügte hinzu. »Ohne meine Erlaubnis betritt niemand dieses Haus. Und jeder Eindringling mit bösen Absichten würde sich wünschen, nie geboren zu sein. Oder dass ich nie geboren wäre.« »Simplicity ist herzlich willkommen.« »Als Tochter einer alten Freundin aus diesem Land. Und sie bleibt bei mir, bis sie gelernt hat, in dieser sündhaften Stadt zurechtzukommen. Ich bin sicher, dass Sie, Mr. Dodger, reichlich zu tun haben. Helden sind immer beschäftigt, habe ich herausgefunden. Aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie morgen Abend an meiner Dinnerparty teilnehmen könnten.« Mr. Dodger hörte sich dies alles mit offenem Mund an, bis sich Charlie an ihm vorbeischob und sagte, »Liebe Angela, könnte der junge Mann morgen Abend seinen Freund und Mentor Solomon Cohen mitbringen? Er ist ein ausgezeichneter und renommierter Hersteller von Schmuck und Uhren.« »Großartig. Ich würde mich freuen, ihn kennenzulernen. Ich glaube, ich habe von ihm gehört. Was dich betrifft, Charlie, du bist selbstverständlich ebenfalls eingeladen, das weißt du ja. Und ich spreche gern unter vier Augen mit dir, wenn Mr. Dodger gegangen ist.« Die letzten Worte brachten eine gewisse Endgültigkeit zum Ausdruck. Und Dodger stellte fest, dass er die Hand gehoben hatte. Da sie schon einmal oben war, sagte er, »Entschuldigen Sie, Miss, dürfte ich sehen, wo Miss Simplicity schlafen wird? Warum, wenn ich fragen darf? Wissen Sie, Miss, ich kann durch die meisten Fenster in dieser Stadt einsteigen. Und wenn ich dazu in der Lage bin, so dürfte auch jemand dazu imstande sein, der fieser ist als ich, wenn Sie verstehen, was ich meine.« Er rechnete mit Tadel, aber stattdessen schenkte ihm Angela ein breites Lächeln. »Sie erkennen keinen Herrn an, nicht wahr, Mr. Dodger?« »Ich weiß nicht, was Sie meinen, Miss, aber ich möchte mich vergewissern, dass Simplicity sicher aufgehoben ist.« »Ausgezeichnet, Mr. Dodger, wie Sie wünschen. Ich werde Joffrey anweisen, Ihnen das Zimmer und die Eisenstäbe am Fenster zu zeigen. Auch ich mag keine Einbringlinge. Und ich frage mich gerade, ob ich nicht Sie oder einen Ihrer Kollegen damit beauftragen sollte, nach einem bisher unentdeckt gebliebenen Weg ins Haus zu suchen. Vielleicht können wir diese Frage morgen erörtern. Jetzt muss ich mit Charlie sprechen.« Dodger eilte nach Hause, in gewisser Weise getragen von der Erinnerung an das Treffen und auch von den Worten, die Charlie ihm beim Verlassen des Hauses zugeflüstert hatte, wonach Angela mehr Geld besaß als jeder, der nicht König oder Königin war. Allerdings, eine piekfeine Party klang nach einer harten Nuss. Er ging ziemlich schnell, bis er den ersten Gullideckel erreichte, einen Eingang zu seiner Welt. Einen Moment später war trotz der guten Klamotten eine deutliche Abwesenheit von Dodger zu beobachten und ermahlt vom Geräusch des wieder an seinen Platz gerückten Gullideckels. Er orientierte sich nach Gefühl, mit Hilfe von Echos und natürlich anhand des Geruchs. Jede Kanalisationsröhre in der Stadt hatte ihren eigenen Geruch, und er konnte sie so gut unterscheiden wie ein Weinkenner verschiedene Jahrgänge. Unter Londons Straßen machte er sich auf den Weg nach Hause und änderte nur einmal die Richtung, als sein aus zwei Tönen bestehender Pfiff Antwort erhielt von einem Kollegen, der bereits in diesem Tunnel arbeitete. Draußen war es noch hell, was die Sicht in der Nähe eines gelegentlichen Gitterrosts verbesserte, und er kam mühelos voran. Diesmal war nicht das kleinste Rinnsaal zu entdecken. Fast geistesabwesend erforschten seine Finger im Vorbeigehen eine geheime Nische und fanden einen Sixpence, ein Zeichen dafür, dass jemand oder etwas über ihn wachte. Oben in der komplizierten Welt erklangen die Geräusche von Hufen, Schritten und Kutschen. Und dann, ganz plötzlich, hörte Dodger einen Laut, und er erstarrte. Ein gespenstisches Quietschen wie von leidendem Metall, vielleicht hervorgerufen von einem Gegenstand, der an einem Rad feststeckte. Es war ein Quietschen, das über die Seele kratzte, und das man nie wieder vergaß, hatte man es einmal vernommen. Die Kutsche. Wenn er sehen konnte, wohin sie fuhr, fand er vielleicht die Männer, die Simplicity verprügelt hatten. Er freute sich bereits darauf, es den Mistkerlen heimzuzahlen. Die Kutsche rollte oben über die Straße, und Dodger verfluchte den Umstand, dass der nächste Gullideckel ein ganzes Stück entfernt war. Zum Glück befand er sich in einem einigermaßen sauberen Tunnel, was ihm dabei half, den gebrauchten Anzug zu schonen. Er lief durch die Kanalisationsröhre und wäre diesmal nicht einmal für einen Schilling stehen geblieben. Schließlich erreichte er den Kanaldeckel und holte die Brechstange hervor. Doch gerade als er den Deckel anheben wollte, hörte er das Klappern von Hufen und das Rasseln von Gurtzeug. Etwas Dunkles erschien über dem Gullideckel, und das Licht des Tages verschwand hinter dem Geruch von Dung. Der Wagen eines Brauers blieb stehen und schien sich auf dem Deckel niederzulassen, wie ein alter Mann, der nach langer Suche endlich einen Abort gefunden hat. Der Vergleich war so abwegig nicht, denn die Pferde vor dem Wagen hielten Ort und Zeitpunkt für geeignet, ihre Blasen zu entleeren. Es waren große Tiere. Ein langer Nachmittag lag hinter ihnen, und deshalb war der Schauer nicht schon nach wenigen Augenblicken zu Ende, sondern lief auf ein längeres Duett für die Göttin der Erleichterung hinaus. Da der einzige Weg nach unten führte, gab es für Dodger bedauerlicherweise keine Möglichkeit, diesem ganz besonderen Regen auszuweichen. In der Ferne wurde das Quietschen leiser und verschmolz immer mehr mit den anderen Geräuschen der Straßen. Hinzu kam das Rumpeln der Bierfässer, die nun von kräftigen Männern über eine Rampe gerollt wurden. Schon nach kurzer Zeit war vom quietschenden Rat der Kutsche nichts mehr zu hören. Dodger kannte die Routine der Männer, die über ihm arbeiteten. Wenn sie alle leeren Fässer aus dem Pub geholt und durch volle ersetzt hatten, genehmigten sie sich hundert pro ein Pintbier. Bei diesem fröhlichen Unterfangen würde ihnen der Wirt Gesellschaft leisten, angeblich um die Qualität des gelieferten Biers zu überprüfen, obwohl der wahre Grund lautete, wenn Männer die ganze Zeit über schwere Fässer schleppen mussten, so hatten sie sich doch ein Bier verdient, oder etwa nicht? Dieses Ritual war vermutlich so alt wie das Bier selbst. Manchmal tranken die Männer von der Brauerei und der Wirt ein zweites Pint, wenn ihre Entschlossenheit, Aufschluss über die Qualität des Biers zu erlangen, besonders ausgeprägt war. Dodger roch es, trotz der Ausdünstungen der Pferde und obwohl er eine gewisse Menge an Pferdeessenz an sich trug. Er bekam sogar Durst davon. Er hatte den Geruch, der von den Brauereien in die Kanalisation herabwehte, immer gemocht. Ein Gieser namens Blinky von Beruf Rattenfänger hatte ihm einmal erzählt, dass die Ratten in der Kanalisation unter den Brauereien immer besonders groß und dick waren und angeblich wurde mehr für sie bezahlt, weil so viel Angriffslust in ihnen steckte. Dodger musste sich eingestehen, dass er die Kutsche nicht mehr einholen konnte. Die Männer weiter oben machten sich mit großer Gewissenhaftigkeit an die Überprüfung der Bierqualität. Zwar konnte er zum nächsten Gullideckel laufen, aber bis er ihn erreichte, war die Kutsche sicher längst im Verkehr der Stadt verschwunden. So blieb ihm nichts anderes übrig, als sich über eine verpasste Gelegenheit zu ärgern. Er ging trotzdem weiter. Auch deshalb, weil die großen Zugpferde vor dem Brauereiwagen nicht nur Blasen hatten, die sie entleeren konnten. Deshalb folgten ihnen einige Gassenkinder mit Eimer und Schaufel. Oft hörte man, wie sie ihre Ware bei den feineren Häusern anpriesen, wo die Leute Gärten hatten und Dünger brauchten. »Ein Penny der Eimer, Mrs.«, riefen sie. »Gut zusammengetreten!« Beim nächsten Gulli kletterte Dodger nach oben und setzte den Weg durch das Labyrinth aus Straßen und Gassen fort. Er war müde, hungrig und sich durchaus der Tatsache bewusst, dass sein gebrauchter Gebrauchtanzug nicht einen Fleck hatte, sondern ganz und gar aus Flecken bestand. Jacob und seine Söhne verstanden sich ziemlich gut darauf, Kleidung zu reinigen. Aber in diesem Fall erwartete sie harte Arbeit. Was für Dodger bedeutete, dass er auf seine Lumpen zurückgreifen musste. Verdrossen ging er weiter und achtete dabei auf Köpfe, die plötzlich verschwanden, kaum dass er sie bemerkte, oder Leute, die ein bisschen zu schnell in eine Gasse traten. So verhielt sich ein Gieser. Ein Gieser wusste, dass sich die meisten Menschen auf der Straße um ihre eigenen Angelegenheiten kümmerten, obwohl viele von ihnen die Gelegenheit wahrgenommen hätten, sich in die Angelegenheiten anderer einzumischen. Wonach Dodger Ausschau hielt, war das suchende, wachsame Auge. Das Auge, das die Straße las, wie ein Buch. Derzeit schien die Straße frei zu sein, wenn man das von irgendeiner Straße sagen konnte. Und Simplicity war vorerst in Sicherheit, tröstete sich Dodger. Allerdings verlöre sie diese Sicherheit, wenn sie das Haus verließ. Auf der Straße konnte Schreckliches passieren, selbst am helllichten Tag. Ihm fiel ein, dass er sich vor nicht allzu langer Zeit als Blumenmädchen verkleidet hatte. Damals war er jung genug gewesen, damit durchzukommen. Sein Haar hatte hübsch unter einem Kopftuch hervorgelugt, und es war nicht einmal sein eigenes Haar gewesen. Er hatte es sich von Mary Dreddich schnell geliehen, deren blondes Haar wie ein Pilz wuchs und auch so aussah. Aber sie verdiente gutes Geld damit, indem sie es alle paar Monate an die Perückenmacher verkaufte. Es gab einen guten Grund für die Verkleidung. Die Blumenmädchen, von denen einige gerade erst vier Jahre alt waren, erhielten unerwünschte Aufmerksamkeit von gewissen Herren. Die Mädchen, die im Frühling Pfeilchen und Osterblumen verkauften, waren ein anständiger Haufen, und Dodger mochte sie. Wenn sie größer wurden, mussten sie sich natürlich wie alle anderen ihren Lebensunterhalt verdienen. Und bei den Älteren von ihnen gab es gegen das eine oder andere Techtel-Mächtel vielleicht nichts einzuwenden, solange sie sowohl das Techtel als auch das Mächtel im Griff hatten. Doch sie wollten auf keinen Fall, dass ihre kleineren Schwestern in ähnliche Verstrickungen gerieten, weshalb sie Dodger um Hilfe baten. Als sich die gut gekleideten Männer erneut bei den Blumenmädchen nach neuen Blumen umsahen, die sie pflücken und mit alkoholischen Getränken gefügig machen konnten, wurden sie auf diskrete Weise zu einem schüchternen kleinen Mauerblümchen geschickt, das in Wirklichkeit Dodger hieß. Er musste zugeben, dass er die Rolle ziemlich gut gespielt hatte, denn ein Gieser musste auch ein Schauspieler sein. Und so wurde Dodger zu einem besseren Mauerblümchen als die anderen Blumenmädchen, die, wie konnte es anders sein, geeignetere Qualifikationen dafür mitbrachten. Er hatte bereits recht viele seiner Feilchen verkauft, denn zu jener Zeit war er noch nicht im Stimmbruch gewesen und konnte tatsächlich als Jungfräulein durchgehen, wenn er wollte. Nach einigen auf diese Weise verbrachten Stunden erzählten ihm die Mädchen von einem besonders garstigen Burschen, der sich gern bei den Jüngsten von ihnen herumtrieb und gerade mit seinem hübschen Mantel, dem Gehstock und dem Klimpergeld in der Tasche unterwegs war. Und die Straße applaudierte, als ein plötzlich recht athletisches Blumenmädchen den schmierigen Mistkerl packte, ihn schlug und in einer Gasse zerrte, wo es dafür sorgte, dass er für eine Weile nichts mehr in seiner Tasche klimpern ließ. Das war einer von Dodgers sehr guten Tagen gewesen. Denn nun zunächst einmal hatte er eine gute Tat für die Blumenmädchen vollbracht, was ihm gelegentlich einen Kuss und die eine oder andere Schmuserei wie zwischen guten Freunden einbrachte. Außerdem hatte er den Gentleman stöhnend in der Gasse zurückgelassen, nicht nur ohne dessen Unterhose, sondern auch ohne eine Golduhr, eine Guinée, zwei Sovereigns, einige kleinere Münzen und einen Gehstock aus Ebenholz mit silbernem Besatz. Als Bonus kam hinzu, dass sich dieser Mann auf keinen Fall an die Peeler wenden würde. Und nach Dodgers bestem Schlag seit langer Zeit hatte der Bursche einen Goldzahn gespuckt. Dodger hatte ihn mitten in der Luft aufgefangen, was ihm zusätzlichen Applaus der Blumenmädchen einbrachte. Er hatte mit den älteren Mädchen Austernsuppe gegessen und es war der beste Tag gewesen, den sich ein junger Mann wünschen konnte. Es lohnte sich immer, eine gute Tat zu vollbringen, obwohl dies vor der Rettung Solomons geschehen war, der gewisse Einzelheiten von Dodgers Handeln nicht gut geheißen hätte. Als Dodger praktisch schon zu Hause war, ließ er in seiner Wachsamkeit nach. Und plötzlich landete eine Hand auf seiner Schulter. Sie griff erstaunlich fest zu, wenn man bedachte, dass ihr Eigentümer sie vor allem zum Schreiben benutzte. Mein lieber Dodger, du würdest staunen, wie lange es gedauert hat, mit einer Kutsche hierher zu gelangen. Und wenn ich das sagen darf, die Kanalisation war nicht sonderlich freundlich zu deinem Anzug. Gibt es hier in der Nähe ein Kaffeehaus? Das bezweifelte Dodger, aber er wies darauf hin, dass man bei einer der Pastetenbuden vielleicht auch Kaffee bekam, Wie er schmeckt, kann ich nicht sagen, fügte er hinzu. Ein bisschen wie die Pasteten nehme ich an. Ich meine, um dort zu essen, muss man wirklich sehr hungrig sein, wenn du verstehst, was ich meine. Schließlich führte er Charlie zu einem Pub, wo sie miteinander reden konnten, wo ihnen niemand zuhörte und wo sich kaum ein Taschendieb an Charlie heranmachte. Als Dodger eintrat, war er noch mehr Dodger als zuvor. Dodger im Quadrat. Ein toffer und taffer Typ. Freund aller Slumbewohner. Er schüttelte dem Wirt namens Quince die Hand und außerdem auch einigen anderen Anwesenden, die einen zweifelhaften Ruf genossen und den Leuten, die alles beobachteten, ausrichten würden, dass dieses Revier Dodger gehörte. Charlie nahm es hin, denn er wusste sicher, dies waren die Slums, wo selbst die Piler Vorsicht walten ließen und nie allein loszogen. Charlie gehörte ebenso wenig hierher wie Dodger ins Parlament. Es waren zwei unterschiedliche Welten. Eigentlich war London gar nicht so groß, wenn man genauer darüber nachdachte. Eine Quadratmeile aus Labyrinthen, umgeben von weiteren Straßen, Menschen und Gelegenheiten. Dann kamen die Außenbezirke und Vororte, die glaubten, Teil von London zu sein, aber das waren sie nicht, zumindest nicht für Dodger. Oh, manchmal verließ er die Quadratmeile. Bis zu zwei Meilen weit wagte er sich über ihre Grenzen hinaus und schlüpfte dann in die Rolle des Giesers. Er war freundlich zu allen, bei denen sich Freundlichkeit lohnte, und Gieser sprach zu Gieser. Die Gieser der äußeren Öde, wie Dodger jene Straßen nannte, waren nicht unbedingt Freunde. Aber man respektierte ihre Wir in der Hoffnung, dass sie ihrerseits das eigene Territorium respektierten. Man traf eine Vereinbarung mit Blicken, Annahmen und der einen oder anderen Geste, die kaum Worte benötigte. Aber es war alles Schau. Ein Spiel. Und wenn er nicht Dodger war, fragte er sich manchmal, wer er sein mochte. Dodger, fand er, war viel stärker als er. Dann und wann sah ein Gast im Pub zu Charlie herüber, richtete den Blick dann auf Dodger und wandte ihn sofort ab, weil er zu verstehen glaubte. Kein Problem. Hab überhaupt nichts gesehen. Als klar war, dass kein Krieg ausbrach und als zwei Pints auf den Tisch gestellt worden waren, in sauberen Gläsern, immerhin hatte Dodger einen Gentleman mitgebracht, sagte Charlie, »Junger Mann nach unserem Besuch bei Angela bin ich in großer Eile zu meinem Büro zurückgekehrt, und dort habe ich herausgefunden, dass mein Freund Mr. Dodger ein sehr reicher Mann ist.« Er beugte sich vor und fügte hinzu, »In meiner Tasche habe ich sorgfältig eingepackt, damit nichts klimpert, fünfzig Sovereigns und noch ein bisschen Kleingeld obendrein. Es besteht sogar die Aussicht, dass es noch mehr werden könnte.« Dodger brachte seinen Mund wieder unter Kontrolle und klappte ihn zu. Nach einigen Sekunden flüsterte er, »Aber ich bin kein Held, Charlie.« Charlie hob den Zeigefinger vor die Lippen. »Sei vorsichtig mit deinem Protest,« riet er, »du weißt, wer und was du bist, und ich schätze, ich weiß es ebenfalls, obwohl ich glaube, dass ich großzügiger mit dir bin als du mit dir selbst. Die guten Bürger von London haben dieses Geld einem jungen Mann gespendet, den sie für einen Helden halten. Wer bist du, dass du ihnen den Helden nehmen willst, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass ein Held etwas bewirken kann?« Dodger sah sich im Pub um. Niemand hörte zu, aber er senkte die Stimme trotzdem. »Und der arme alte Tod ist ein Schurker, wie?« »Nun«, erwiderte Charlie, »ein Held könnte über den sogenannten Schurken sagen, er sei nichts weiter als ein trauriger, von Kriegserinnerungen gequälter Mensch. Er könnte hinzufügen, dass dieser Mensch nach Bedlam gehört und nicht an den Galgen. Wer könnte einem Helden widersprechen, wenn besagter Held auch noch mit einem Teil seines neuen Reichtums dafür sorgt, dass der arme Mann dort einen einigermaßen erträglichen Aufenthalt hat. Dodger stellte sich Sweeney Todd in Bedlam vor, irgendwo eingesperrt mit den Dämonen, die er in sich trug, ohne jede Annehmlichkeit, es sei denn, er bezahlte dafür. Ihm schauderte bei diesem Gedanken, denn ein solches Leben wäre schlimmer gewesen als der Tod am Galgen von Newgate, vor allem, weil sie das mit dem Knoten inzwischen richtig hinbekamen, damit das Genick sofort brach. Es ersparte allen Beteiligten im wahrsten Sinn des Wortes Langes herumhängen. Die Freunde des Verurteilten mussten nicht mehr an seinen Beinen ziehen, um ihm zu einem schnellen Tod zu verhelfen. Ein guter Taschendieb, so hieß es, konnte große Beute beim Publikum machen, das ganz auf den Tanz am Strang konzentriert war. Dodger hatte es selbst einmal versucht und durchaus einiges dabei ergattert, aber erstaunlicherweise festgestellt, dass er sich schämte, ein solches Ereignis für die eigene Bereicherung auszunutzen, daraufhin hatte er sich vom Geschick gestohlenen Geld getrennt und es zwei Bettlern gespendet. Niemand wird auf mich hören, sagte er jetzt. Du unterschätzt dich, mein Freund, und du unterschätzt die Macht der Presse. Schließ den Mund, bevor etwas hineinfliegt, und denk daran, dass du morgen das Büro des Punch-Magazins aufsuchen musst, damit Mr. Tenniel dein Gesicht zeichnen kann. Unsere Leser möchten wissen, wie der Held des Tages aussieht. Charlie klopfte Dodger auf den Rücken, was er sofort bereute, als seine Hand eine noch immer nasse Stelle von Dodgers Anzug berührte. Die Kutsche, sagte Dodger. Ich habe sie noch einmal gehört. Und fast hätte ich sie auch gesehen. Ich finde die Kerle, Charlie. Sie werden Simplicity nicht noch einmal etwas antun. Derzeit ist sie bei Angela gut aufgehoben. Charlie lächelte. Und ich denke, ich kann Ben noch einen Tag oder etwas länger ruhig halten, während ich weitere Ermittlungen anstelle. Wir sind ein Team, Dodger. Ein Team. Das Spiel hat begonnen. Und hoffentlich sind wir auf der Gewinnerseite. Damit verließ er den Pub und ging in Richtung der nächsten, breiten Straße, wo vielleicht eine Kutsche wartete. Er ließ einen Dodger zurück, der mit wieder offenem Mund dastand und ein Vermögen in seiner Tasche trug. Nach einigen Sekunden verbündeten sich die Göttinnen der Realität und der Selbsterhaltung gegen ihn. Und ein vermögender, junger Mann rannte durch Seven Dials und hämmerte an Solomons Tür. Er gab das vereinbarte Klopfzeichen und hörte Onans freudiges Bellen, gefolgt von Solomons Pantoffeln, gefolgt von den Geräuschen, die beiseite geschobene Riegel verursachten. Dodger wusste, dass es im Tower von London, den er nie von innen sehen wollte, eine große Zeremonie der Wärter gab, die manchmal auch Beef-Eater genannt wurden, wenn sie des Nachts alles verschlossen. Aber wie kompliziert ihre Zeremonie auch sein mochte, vermutlich gingen sie nicht so sorgfältig und akribisch zu Werke wie Solomons, wenn er die Tür öffnete. Schließlich war sie offen. »Ach, Dodger, bist ein bisschen spät dran. Schon gut, ein Topf ist besser, wenn man ihn länger ziehen lässt. Meine Güte, was hast du mit Jacobs fast neuem Adzug angestellt?« Dodger zog die Jacke aus und hängte sie an einem Kleiderbügel auf, weil Solomons darauf bestand. Dann wandte er sich langsam um, öffnete die Börse, die Charlie ihm gegeben hatte und ließ den Inhalt auf Solomons Arbeitstisch klimpern. Er trat zurück und sagte, »Ich glaube, Jacob wäre mit mir einer Meinung, dass der Anzug derzeit nicht wichtig ist. Außerdem ist allgemein bekannt, fuhr er fort und lächelte, dass ein bisschen Pissekleidung nicht schadet und ich denke, mit einem Teil dieses Gelds sollte sich alles in Ordnung bringen lassen, findest du nicht?« Und während der Mund des alten Knaben noch offen stand, fügte Dodger hinzu, »Ich hoffe, du hast noch Platz in deinen Schatullen.« Und dann, als Solomon nur verdutzt dastand und keinen Ton von sich gab, dachte er, es sei vielleicht besser, sein Vermögen so bald wie möglich an einen anderen Platz zu bringen. Eine Weile später standen zwei dampfende Teller mit Eintopf auf dem Tisch und mehrere Säulen aus sorgfältig aufeinander gestapelten Münzen leisteten ihnen Gesellschaft. Sie waren nach ihrem Wert sortiert, von zweihalben Viertelpennys bis hin zu den Guineen und Sovereigns. Solomon und Dodger starrten auf die Stapel, als rechneten sie damit, dass sie irgendein Kunststück vollbrachten oder vielleicht verschwanden und dorthin zurückkehrten, woher sie gekommen waren. Was Onan betraf, er blickte bange von einem zum anderen und fragte sich, ob er irgendwas angestellt hatte, was gewöhnlich der Fall war. Obwohl, bei dieser besonderen Gelegenheit war er bisher frei von Schuld. Solomon hörte sehr aufmerksam zu, als Dodger von den Ereignissen im Friseurladen und allen anderen Abenteuern berichtete, bis hin zur Dinnerparty-Einladung von Miss Angela und dem gesammelten Geld, das ihm Charlie im Pub überreicht hatte. Manchmal hob der alte Mann den Finger, um eine Frage zu stellen, aber abgesehen davon blieb er still. Schließlich sagte er, es ist nicht deine Schuld, dass die Leute dich einen Helden nennen, aber es macht dir Ehre, dass du Mitleid mit Mr. Todd hast und erkennst, welche ungeheuerlichen Erlebnisse ihn zu einem Ungeheuer machten. Dem auf einem Amboss geschmiedeten Eisen kann man nicht den Hammer zur Last legen. Und Gott versteht gewiss, dass du den anderen die Situation zu erklären versucht hast. Ich wusste immer, dass die Menschen auf das Angesicht der Welt die Welt malen, die sie gern säen. Deshalb erblicken sie manchmal erschlagene Drachen. Und wo es Lücken gibt, werden sie von der Fantasie der Menschen gefüllt. Was das Geld angeht, es dürfte der Versuch der Gesellschaft sein, sich besser zu fühlen. Eine heilsame Aktion mit der begrüßenswerten Nebenwirkung, dass sie dich zu einem reichen, jungen Mann macht, der seinen Reichtum zur Bank bringen sollte. Du hast mir von einer Lady namens Angela Birded Kutz erzählt. Sie ist in der Tat steinreich, was sie dem überaus umfangreichen Erbe ihres Großvaters verdankt. Und es wäre klug von dir, gute Beziehungen zu ihrer Familie zu knüpfen. Ich denke, du solltest dich an Mr. Kutzbank wenden und ihr dein Geld anvertrauen. Dort ist es sicher aufgehoben und bringt Zinsen. Zinsen? fragte Dodger. Mehr Geld, erklärte Solomon. Es ist eine erfreuliche Eigenschaft von viel Geld, das es sich von alleine vermehrt. Dodger richtete einen argwöhnischen Blick auf die Münzstapel. Wie bringt es das zustande? Diesmal war das von Solomon besonders ausdrucksvoll und er sagte, in diesem Fall findet die Vermehrung anders statt. Es ist folgendermaßen. Angenommen, einer dieser neumodischen Eisenbahnleute, nennen wir ihn Mr. Stevenson, hat einen Plan für eine wundervolle neue Maschine. Als ein Mann, der sich vor allem mit Bolzen und atmosphärischem Druck befasst, kennt er sich in der Geschäftswelt vielleicht nicht besonders gut aus. Mr. Kutz und seine Herren finden für ihn Unternehmer. Damit bist in diesem Fall du gemeint, die ihm genug Geld leihen, damit er seinen Plan verwirklichen kann. Mr. Kutz schätzt die Vertrauenswürdigkeit eines Mannes ein und sorgt dafür, dass dein Geld sowohl für besagten Ingenieur als auch für dich arbeitet. Natürlich holt man Erkundigungen ein über den Mann mit den glänzenden Augen, den Ölflecken an der Hose und dem ihm anhaftenden Geruch von Kohlenstaub, um festzustellen, ob sich die Investition lohnt. Aber Mr. Kutz und seine Familie sind sehr reiche Leute, die nicht reich geworden sind, weil sie falsch geraten haben. Man spricht in diesem Zusammenhang von Finanzwirtschaft. Vertrau mir, ich bin Jude, wir kennen uns mit solchen Dingen aus. Solomon strahlte fröhlich, doch Dodger sagte voller Unbehagen, für mich klingt das nach Glücksspiel und beim Glücksspiel kann man Geld verlieren. Unter dem Tisch winselte Onan, weil niemand ihn beachtete. Das kann man tatsächlich, aber weißt du, es gibt Glücksspiele und Glücksspiele. Nimm zum Beispiel Poker. Beim Pokern geht es darum, die Mitspieler zu beobachten und darin bist du unglaublich gut. Du verstehst die Gesichter anderer Menschen zu deuten. Ich weiß nicht, warum du darin so gut bist. Es ist ein Talent. In der Finanzwirtschaft verhält es sich ähnlich. Man muss die Leute einschätzen können und Mr. Kutz und Co. sind darauf spezialisiert. Das klingt so, als wären sie andere Dodger, sagte Dodger. Solomon lächelte. Das ist eine interessante Meinung, aber nicht unbedingt eine Ansicht, die du den Herren der Kutzbank gegenüber äußern solltest. Denk daran, es ist sehr schwer, mit einem schlechten Namen im Geschäft zu bleiben und sie sind ohne Zweifel gut im Geschäft. Er rümpfte die Nase, als die Gerüche der trocknenden Jacke allmählich Onans Beitrag zur Luft in der Mansarde überlagerten. Das mit dem Anzug tut mir leid, sagte Dodger, aber Solomon winkte die Worte mit einem Pfui beiseite. Mach dir wegen Jacob keine Sorgen, sagte er. Jacob wäre nie böse auf einen, der viel Geld ausgeben kann. Außerdem ist Pferdeurin gut für die Reinigung von Kleidung. Eine Tatsache, die nicht jeder zu schätzen weiß, wenn auch allen sein fruchtiger, an Apfelmost erinnernder Geruch bekannt ist. Nun, ich schlage vor, dass wir zeitig zu Bett gehen, wenn du mit dem Abwasch fertig bist, denn morgen speisen wir mit wichtigen Persönlichkeiten und es würde mich beschämen, wenn ich hören müsste, seht nur, das zu groß geratene Straßenkind, es hat überhaupt keine Manieren. Sie werden sagen, dass es vielleicht weiß, wie man mit Messer und Gabel umgeht, aber keine Ahnung hat, was man mit einem Fischhähn, lieber anstellt und sie werden denken, bestimmt schlürft er, wenn er seine Suppe isst, was du, wenn du mir diese Bemerkung gestattest, ziemlich oft tust. Wenn Leute wie Mr. Disraeli zugegen sind, musst du ein Gentleman sein und mir scheint, dass mir weniger als ein Tag bleibt, dich in einen solchen zu verwandeln. Geld allein genügt nicht. Dodger verzog das Gesicht, aber Solomon fuhr mit alttestamentarischer Bestimmtheit fort und hob den Finger der Rechtschaffenheit, als wolle er gleich die zehn Gebote werfen, was vermutlich zum Einsturz des Gebäudes geführt hätte, dessen Balken bereits unter dem Gewicht zahlreicher Familien ächzten und knirschten. Solomon schob seinen Bart wie ein Vorauskommando nach vorn und sagte, »Dies ist eine Angelegenheit des Stolzes, Dodger, den ich habe und den du dir zulegen musst. Als erstes suchen wir morgen früh Mr. Kutz auf und anschließend versuchen wir hier in London einen Friseur zu finden, der seinen Kunden die Haare schneidet und sie rasiert, ohne sie dabei umzubringen. Ich glaube, ich kenne einen.« Bevor Dodger ein Wort sagen konnte, kam der Finger erneut nach oben, das Meer teilt er sich, Donner, gerollte, der Himmel wurde dunkel und die Vögel ergriffen die Flucht. Das geschah zumindest in der Mansarde, besser gesagt, in Dodgers Vorstellung. »Widersprich mir nicht,« forderte Solomon mit fester Stimme. »Wir sind hier nicht in der Kanalisation. Wenn es um Finanzwirtschaft, Bankwesen und Herausputzen geht, bin ich der Meister. Mit den Narben, die es beweisen. Ich muss dir sagen, dass ich dieses eine Mal in deinem Leben darauf bestehe. Dies ist nicht der geeignete Zeitpunkt mit deinem alten Freud zu streiten. Immerhin schreibe ich dir nicht vor, was du in der Kanalisation zu tun hast.« Sein Finger bohrte nicht länger Löcher in die Luft. Das Meer strömte in die Lücke zurück, der Himmel zeigte wieder das friedliche, wenn auch schmutzige Glühen des Abends, und Blitz und Donner verschwanden aus der Welt von Dodgers Fantasie. Solomon schrumpfte zu seiner gewöhnlichen Größe und sagte, »Bring Onan bitte nach unten, damit er sein Geschäft erledigen kann. Anschließend machen wir den Laden dicht für die Nacht.« Es gab noch ein bisschen Licht am Himmel, als Dodger Onan nach unten brachte. Wie es das Protokoll bei dieser Angelegenheit verlangte, ließ er Onan von der Leine und sah sich dann so um, als hätte er nicht die geringste Ahnung, was der Hund vorhatte. Einige Lichter zeigten sich, aber nicht viele, denn Kerzen waren ziemlich teuer. Es war das Universum von London, wobei die gelegentlichen Sterne, Kerzen am Fenster, einen Teil ihres Talgs an die undankbaren Straßen vergeudeten. Wenn man um diese Zeit eine Kerze am Fenster sah, so bedeutete dies, dass ein armer Teufel gestorben oder vielleicht geboren war. Man stellte Lichter auf, wenn man die Hebamme gerufen hatte, und andere Lichter zeigten den Tod an. Wenn es die ungestümere Art des Todes war, jene Art, die die Aufmerksamkeit der Piler weckte, so brauchte man den Koroner und stellte eine zweite Kerze auf. Daran dachte Dodger, als er Onan aufforderte, davon abzulassen, woran er gerade schnüffelte, und plötzlich läutete eine kleine Warnglocke in seinem Kopf, als er begriff, in der Dunkelheit hatte sich jemand lautlos angeschlichen und hielt ihm nun ein Messer an die Kehle. Es gibt da eine Person, deren Aufenthaltsort Sie kennen, Mr. Dodger, sagte jemand langsam und deutlich. Wie ich hörte, haben einige Leute Angst vor Ihnen, weil sie, wie es heißt, ein toller Bursche sein müssen, denn immerhin haben sich Sweeney Todd überwältigt. Was mich betrifft, ich sage, das kann nicht stimmen, denn man braucht nur zu warten, bis Sie abends nach draußen kommen, um ein wenig Luft zu schnappen und darauf zu warten, dass der stinkende Köter das Kopfsteinpflaster für gesetzestreue Bürger wie mich noch schlüpfriger macht, als es ohnehin schon ist. Nehmen Sie es nicht zu schwer, Mr. Dodger. Routine hat so manchen armen Kerl in den Ruin getrieben, und Sie sollen ein gewiefter Bursche sein, wie man mir erzählte. Tja, jetzt gibt es hier nur Sie, mich und den Köter, und Ihnen wird es nicht mehr lange geben, wenn Sie mir gesagt haben, was ich wissen will und wenn ich mit Ihnen fertig bin. Sie werden nicht mehr sein als ein sehr kurzer Schrei in diesem Drecksviertel, sehr zur Zufriedenheit meines Auftraggebers, Mr. Schlauer Bob. Nun, dies wird geschehen, nachdem Sie mir den Aufenthaltsort des Mädchens genannt haben, und wenn Sie nicht reden, schlitze ich Sie erst recht auf. Dodger hatte nicht einen Muskel gerührt, den Schließmuskel nicht mitgezählt. Aber als der Name Schlauer Bob durch sein Gehirn jagte, sagte er, ich kenne Sie nicht, und ich dachte, alle Leute in diesem Viertel zu kennen. Würden Sie mir sagen, wer Sie sind, Mr.? Immerhin werde ich die Information wohl kaum weitergeben können, oder? Die Klinge berührte Dodgers Nacken. Onan würde zweifellos angreifen, wenn Dodger das Zeichen gab, aber ein Messer am Hals ist ein guter Anreiz für sorgfältiges Denken. Der Hals, so wusste Dodger, war stark und zäh und imstande das Gewicht selbst eines großen Mannes auszuhalten, wie regelmäßig am Galgen von Tyburn bewiesen wurde. Manchmal ließ er sich auch schwer durchbohren, wenn man nicht sofort die richtige Stelle fand. Unglücklicherweise konnte man ihn leicht aufschneiden. Der Fremde redete nicht mehr. Ohne den Atem, der über Dodgers Ohrstrich, hätte er glauben können, dass niemand da war. All dies schoss Dodger mit hoher Geschwindigkeit durch den Kopf. Der Mann genoss es, dass Dodger hilflos war, ihm völlig ausgeliefert. Wer Zeit mit so etwas vergeudete, durfte nie hoffen, zu einem richtigen Gießer zu werden. Wenn ein richtiger Gießer einen Tod sehen wollte, so war man sofort tot, ohne irgendwelche Umschweife. Offenbar wollte der Fremde sein Opfern noch etwas mehr quälen, denn er sagte, »Ich mag es, wenn sich jemand Zeit lässt. Inzwischen dürfte Ihnen klar geworden sein, dass Sie sich aus meinem Griff nicht befreien können, Mr. Dodger, und dass ich in der Lage wäre, einige Scheußlichkeiten mit Ihrem Hals anzustellen, bevor Ihr köter Gelegenheit erhält, nach mir zu schnappen. Natürlich käme es zu einer kleinen Auseinandersetzung zwischen ihm und mir, aber mit Hunden wird man leicht fertig, wenn man sich mit ihnen auskennt und die richtige Kleidung trägt. Oh, ich habe nicht Jahre im Ring verbracht, ohne zu lernen, wie man selbst schwierige Kämpfe übersteht, und ich weiß auch, dass Sie weder an Ihren Schlagring kommen, noch an die Brechstange, nicht wie beim letzten Mal.« Der Mann lachte leise. »Nach unserer kleinen Begegnung während des Unwetters werde ich es richtig genießen. Vielleicht haben Sie gehört, dass inzwischen jemand Maßnahmen ergriffen hat, die dazu führten, dass mein Kollege seit jener Nacht nicht mehr unter den Lebenden weilt, und Sie werden ihm gleich Gesellschaft leisten, schätze ich. Geben Sie mir die Informationen, die ich brauche, oder ich mache es so ungemütlich für Sie, dass es richtig ungemütlich wird.« Dodger rang nach Luft. Dies war also einer der Männer, die Simplicity geschlagen hatten, und der schlaue Bob steckte dahinter. Er hatte von dem Mann gehört, ein Anwalttyp, sehr respektiert von den Leuten, die keinen Respekt verdienten. War er der Gießer, der mit Marie Jo geredet hatte? Zorn stieg in ihm auf, eine schreckliche Wut, die sich zu einer glänzenden, schimmernden Gewissheit verdichtete, als ihm das Messer des Mannes trügerisch sanft über den Hals strich. Sie flüsterte, »Der Bursche kommt nicht davon.« Niemand befand sich in der Nähe. Gelegentlich ertönte ein Schrei oder ein Ruf in der Dunkelheit, und manchmal drang ein geheimnisvolles Seufzen aus der Finsternis, die Musik der Nacht in den Slums. Aber derzeit waren Dodger und der Mann hinter ihm allein. »Sieht ganz so aus, als wäre ich in die Hände eines Profis geraten,« sagte Dodger. »Oh ja,« bestätigte der Mann. »Ich schätze, das könntest du sagen. Gut,« sagte Dodger, warf den Kopf zurück und hörte ein zufriedenstellendes Knirschen, das auf brechende Knochen hinwies. Einen Moment später fuhr er herum und trat. Es spielte keine große Rolle, wonach er trat und worauf. Ziele gab es genug. Und in seinem Zorn trat er nach und auf praktisch alles. Bei einem Kampf um Leben und Tod ging es vor allem darum, am Leben zu bleiben. Und wenn der Gegner mit einem Messer bewaffnet war, standen die Aussichten nicht sonderlich gut. Besser eher mit blutiger Nase und reichlich blauen Flecken, als man selbst nichts weiter als eine Erinnerung. Und lieber Himmel, der Kerl hatte getrunken, bevor er ihm aufgelauert hatte. Keine gute Entscheidung, wenn man schnell sein musste. Aber dies war einer der Männer, die Simplicity geschlagen hatten. Und dafür konnte es gar nicht genug Tritte geben. Das Messer war zu Boden gefallen und Dodger hob es auf und betrachtete den Mann im Rindstein. Die gute Nachricht lautet, in ein paar Monaten wirst du dich kaum mehr an diese Begegnung erinnern. Und die schlechte Nachricht, in etwa zwei Wochen musst du dir die Nase noch einmal von jemandem brechen lassen, damit du wieder wie dein altes, hübsches Selbst aussiehst. Der Mann schniefte. Und so wie er in der Düsternis aussah, schien sein Gesicht jetzt besser dran zu sein als vorher. Es bestand aus Narben. Die Leute hielten ein lädiertes Gesicht für das Markenzeichen eines Boxers. Doch da irrten sie. Ein lädiertes Gesicht wies auf einen Amateurboxer hin. Gute Boxer waren gern hübsch. Es überraschte und verunsicherte ihre Gegner. Dodger trat dem Liegenden mit aller Kraft zwischen die Beine und nutzte sein hingebungsvolles Stöhnen, um die Taschen zu durchsuchen, was ihm 15 Schilling, 1 Sixpence und mehrere Pennies einbrachte. Dann trat er den Burschen noch einmal als Zugabe. Er zog ihm auch die Schuhe aus und sagte, Ja, Mister, ich bin der Gieser, der dir beim Unwetter eine Abreibung verpasst hat. Der Gieser, der Sweeney Todd Auge in Auge gegenüber stand und weißt du was? Ich habe sein Rasiermesser. Es spricht zu mir. Oh ja. Richte dem schlauen Bob aus, dass er selbst kommen und mir seine Fragen stellen soll, klar? Ich bin kein Mörder. Aber das brauche ich auch gar nicht zu sein, um dich windelweich zu prügeln, wenn ich dich noch einmal in dieser Gegend sehe oder wenn ich höre, dass du erneut eine Frau geschlagen hast. Dann könnte ich zum Mörder werden und dich ohne Schiff den Fluss hinunterschicken und das meine ich verdammt ernst. Ringsum waren die Geräusche von Fenstern zu hören, die vorsichtig geöffnet wurden. Vorsichtig deshalb, weil die Leute das Geschehen auf der Straße vielleicht gar nicht mitbekommen wollten, insbesondere wenn es sich um ein Geschehen handelte, über das die Piler später Fragen stellten. In diesen schäbigen Vierteln brauchte man eine Blindheit, die man nach Belieben ein- und ausschalten konnte. Dodger wölbte die Hände um den Mund und rief fröhlich, Macht euch keine Sorgen, Leute, ich bin's, Dodger, und jemand von außerhalb der Stadt, der mir dummerweise über den Fuß gestolpert ist. Mit dem Ausdruck von außerhalb der Stadt wies er darauf hin, dass sozusagen der Heimatboden verteidigt wurde, der größtenteils aus Dreck und den Resten von Onans letzten Mahlzeiten bestand und es schadete sicher nicht, alle in Kenntnis zu setzen, dass Dodger der Verteidiger war. Im grauen Licht empfing er verhaltenen Applaus von allen bis auf Mr. Slade, der Kahnführer von Beruf und nicht für seine freundlichen Worte bekannt war, denn immerhin musste er morgens sehr früh aufstehen. Offenbar lag ein schlechter Tag hinter ihm, denn er rief, Na gut, und jetzt hau ab und geh ins Bett! Dodger hingegen beschloss noch nicht ins Bett zu gehen. Er zog den Mann von seinem Heimatboden, wie es das Protokoll verlangte, und verbrachte die nächsten zehn Minuten damit, ihn noch etwas weiter zu ziehen, ein ganzes Stück weg von dem Gebäude, in dem er wohnte, für den Fall, dass die Piler Ermittlungen anstellen wollten. Er lehnte den Burschen an eine Mauer und flüsterte, Du kannst wirklich von Glück sagen. Wenn du dich noch einmal blicken lässt, verpasse ich dir eine hübsche Rasur, mein Lieber. Mit dem Rasiermesser von Swinitrod. Verstanden? Ich nehme an, das war ein Ja. Dann pfiff Dodger Onan zu sich, aber erst, nachdem der Hund an das Bein des Mannes gepinkelt hatte. Das war nicht geplant gewesen, aber Dodger hielt es für einen guten Abschluss der ganzen Angelegenheit. Und dann? Dort stand Dodger, und er hatte das Gefühl, dass die Ereignisse des Abends einen letzten Schliff brauchten, ein kleines zusätzliches Detail, zu dem ein Gieser zurückblicken und auf das er stolz sein konnte, ein Detail, das seinem Ruf noch etwas mehr Glanz hinzufügte. Nach kurzem Nachdenken ließ er die erbeuteten Münzen klimpern, kehrte zu seiner Straße zurück, trat dort zu einer kleinen Tür und klopfte mehrmals. Nach einer Weile öffnete eine alte im Nachthemd und spähte argwöhnisch nach draußen. Wer ist da? Ich hab kein Geld im Haus, musst du wissen. Und dann? Och, du bist der junge Dodger. Potzblitz, ich habe dich an den Zähnen erkannt. Niemand hat so weiße Zähne wie du. Dodger sagte zur großen Überraschung der Alten, Ja, ich bin's, Mrs. Beecham, und ich weiß, dass sie bisher kein Geld im Haus hatten, aber nun haben sie welches. Und er überließ ihren verblüfften Händen die Beute. Es fühlte sich gut an und die zahnlose Alte strahlte regelrecht in der Dunkelheit und sagte, Gott segne dich, junger Mann, morgen früh in der Kirche bete ich für dich. Das überraschte Dodger ein wenig. Niemand hatte ihm jemals angeboten, für ihn zu beten. Die Vorstellung, dass ein Gebet für ihn gesprochen werden sollte, bescherte ihm willkommene Wärme an diesem kühlen Abend. Er hielt dieses Gefühl fest, als er mit Onan die lange Treppe zur Mansarde hochstieg.